Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland. Ruf an und sag uns deine Meinung. Radio Deutschland 1, wir sprechen Klartext. Du hörst die Aufzeichnung der letzten Sendung. Hier ist das Talkradio für Deutschland. So, guten Abend und herzlich willkommen hier bei Radio Deutschland 1 zu einer heute etwas anderen Sendung als sonst, denn wir haben heute eine Themensendung zum Thema Sicherheit und wir haben heute auch etwas Besonderes, nämlich einen Co-Moderator, den Moritz, den ich hiermit ganz herzlich begrüße. Hallo Moritz. Schönen guten Abend. Moritz, ich muss den Hörern kurz erklären, wie es dazu kommt. Du hast dich bei uns gemeldet mit Kritik. Unter anderem hast du gesagt, wir bräuchten einen Co-Moderator und wir sollten mal was anderes machen als das Thema Corona. und da hast du uns dann Themenvorschläge geschickt und deshalb bist du heute als Co-Moderator mit dabei. Ich freue mich darüber sehr. Und ja, was sind denn da jetzt genau die Themen? Die Freude ist ganz meinerseits. Ich begrüße erstmal alle. Guten Abend. Und das große Thema, das Überthema heute ist das Thema Sicherheit, was sich in folgende Unterthemen erstreckt, die wir herausgearbeitet haben, ist Klans, Justiz, JVA, Polizei, Bundeswehr, Waffenrecht und Recht und Gesetz. Ja, da werden wir heute immer wieder drüber sprechen. Ihr könnt natürlich anrufen und mitdiskutieren. Wir werden so ein, zwei Leute mit parallel dazu auf die Leitung holen. Moritz wird euch die Fragen stellen. Ich bin so ein bisschen um, komme ich mit den Telefonleitungen und mische mich vielleicht auch mal ein bisschen ein. Und dazu könnt ihr anrufen über unsere Telefonnummer. Die lautet 0651 4686 3 mal die 3. Der erste Anrufer wartet auch schon, der kommt gleich dran. Also Thema Sicherheit ist dran. Und ja, oder der Moritz hat interessante Fragen vorbereitet. Und wenn wir einfach heute mal jetzt Corona-frei diskutieren, das ist für viele und den einen oder anderen wahrscheinlich von euch auch eine gewisse Erholung. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir an. Bist du bereit, Moritz? Ich bin bereit. Ich kann dich auch kurz beruhigen. Du bist jetzt im Ton besser. Wir hatten kurz vor der Sendung, wie das immer so ist, dann bricht Panik aus hier im Studio. Das SEK kommt rein und so weiter und so fort. Nee, weil wir hatten gleich die Tonprobleme und die scheinen aber jetzt weg zu sein. Gott sei Dank. Also Allah, Inschallah. Und jetzt fangen wir mal an, würde ich sagen. Und ein treuer Anrufer ist schon auf der Leitung 2 hier, nämlich der Sven. Hallo Sven, guten Abend. Hallo. Hallo Alex, hallo Moritz. Sven. Hallo Sven. Ja, über Corona sprechen wir heute nicht, aber über das Thema Sicherheit, eigentlich kann man mal sagen, weitestgehend über das Thema innere Sicherheit. So kann man es zusammenfassen eigentlich, Moritz, ne? Ja, richtig. Ja. Also ihr könnt ja zustoßen. Ich sage nochmal die Nummer 0651 4686 dreimal die drei. Und ja, mit Sven hast du natürlich jetzt schon mal einen sehr guten Gesprächsgast erwischt, Moritz. Denn Sven wird sicherlich Rede und Antwort stehen. Möchtest du vielleicht schon mal loslegen, Moritz? Ja, lass uns loslegen, Sven. Zu welchem Thema möchtest du dich äußern? Zu welchem Unterthema, zum Thema Sicherheit? Also mich würde natürlich, das Interessante wäre das Waffenrecht. Das würde mich interessieren. Also das ist ein Thema, was ich sehr wichtig finde. Ja, wie stehst du zu dem Thema, zu dem Thema Waffenrecht insgesamt? Sollte das eher so sein, wie in der Tschechei oder in den USA geregelt ist? Ja. Der tschechische Präsident hat ja einen recht interessanten Vorschuss gemacht und hat gesagt, ja, Bürger, bewaffnet euch und tragt eure Waffen, falls Terroristen angreifen, dass ihr zurückschießen könnt. Wie stehst du dazu? Oder sollte alles verschärft werden, noch weiter in Deutschland und selbst jedes Küchenmesser irgendwo geeicht werden? Also mir fällt beim Thema Waffenrecht eigentlich immer am meisten auf diese Idiotie, die dahinter steht. Also dieses, ja, diese Bigotterie möchte ich mal fast schon sagen. Also einerseits sagt der Staat, er ist, er hat die Gewalthoheit. Ja, hat er. Ja. Andererseits sagt er natürlich dann, wenn man angegriffen werden würde, warum auch immer, ist er nicht dafür da, den Einzelnen zu schützen, sondern die Allgemeinheit zu beschützen. Also wenn man ganz klar sagen würde, man wird jetzt draußen angegriffen, kann sich nicht selbst verteidigen, sollte die Polizei rufen und die haben leider gerade ein Atomkraftwerk, was hoch fliegt, auf Deutsch gesagt, also irgendwas ganz Wichtiges, würden sie deine Sicherheit nicht schützen wollen und das ist okay. Und das verstehe ich nicht. Also das finde ich auch sehr sinnbefreit, weil man kann das nicht auf der einen Seite so sagen oder auf der anderen Seite, nee, ihr dürft euch trotzdem nicht wehren. Und da gehören ja nicht nur Schusswaffen zu, sondern da gehören ja jede Art von Waffen zu. Da gehört manch ein gut ausgebildeter Kampfkünstler, der dürfte sich ja auch nicht, weil er auch eine Waffe ist. Also das ist alles völlig, ja ist so, ja, ein Kampfsportadler, der dürfte sich theoretisch eigentlich nicht seine Künste anwenden, das wäre auch eine Waffe schon, würde dann beurteilt werden. Ja, würde ja auch in Deutschland. Genau, das ist ja alles sehr, ja, schizophren das Ganze sehe ich. Ja, wie würdest du das Waffenrecht neu gestalten wollen? Nein, weil was hier mit dir da im Sinn, welchen Beispiel sollte Deutschland dann erfolgen? Sollten wir noch mehr beschweren? Amerikanische Verhältnisse. Amerikanische Verhältnisse. Also das Verrückte ist ja, Deutschland ist ja eines der Länder, die am meisten Waffen haben. Aber nicht, also nur so zum, ja, zum Schießen von... Ja, aber die Waffen sind nicht so verteilt. Also die Waffen befinden sich, die Menge befindet sich in Sammlerhand. Und das ist fast in den Ländern so. Aber das berechnet den Sammler nicht, die Waffe zu tragen. Das sind wirklich nur Einzelpersonen, die eine eigene Erlaubnis brauchen. Richtig. Ich finde zum Beispiel, Entschuldigung, ich finde zum Beispiel die Schweizer als Beispiel. Da hat jeder, weil die ja eben keine Bundeswehr so haben wie wir, sondern da ist ja das ganze Volk, eigentlich jeder hat da seine Waffe zu Hause. Und damit hat, glaube ich, in der Schweiz die meiste Anzahl von Waffen zu Hause. Jeder hat eine zu Hause, auch zur Landesverteidigung. Und da passieren auch keine Morde, da passieren auch keine Überfälle, keine Übergriffe, irgendetwas. Und das ist, finde ich, auch ein sehr interessantes Problem. Naja, wie ist denn das in der Schweiz? Also die haben ja dann wahrscheinlich nur irgendwelche Langwaffen zu Hause. Ja, das reicht ja, ne? Aber auch inklusive Munition ist die Frage. Natürlich. Klar. Stell dir mal vor, die Österreicher greifen die Schweizer an oder die Deutschen. Nee, also die haben es natürlich zur Landesverteidigung. Müssen sie ja zu Hause haben. Hast du eine Ahnung, wie viel Schuss Munition dann der Schweizer, also nicht alle natürlich, aber halt die bei der Schweizer Garde oder wie er nennt sich gleich, ich weiß glaube, so heißt die, glaube ich, ist, wie viel Schuss Munition hat dann da so einer zu Hause? Ich glaube, das geben sie nicht raus, diese Informationen, die wirst du nicht rauskriegen. Weil dann wirst du ja der Gegner, wie weit sie sich wehren kann. Also es könnte also auch sein, dass keine Munition zu Hause ist, sondern nur die Waffe zu Hause behalten wird. Das wäre schädlich. Ja, das wäre dämlich eigentlich. Ja, das wäre dämlich, aber es ist natürlich einfacher, zu einem Einsatzort nur die Munition hinzufahren und die Leute bringen ihre Waffe schon mit. Also ich meine, logistisch ist das natürlich, das ist halt die Frage. Ich hatte das eigentlich auch so im Kopf gehabt. Ich habe mich mal mit einem jungen Schwarz unterhalten, der gerade das Übel hatte. Die müssen ja, wenn die arbeiten, müssen die ja dann zu Terminen gehen, wo sie schießen üben müssen. Und der hatte mir erzählt, dass sie ja mit der Waffe da auftauchen und sie da dann ihre Munition bekommen haben. Für das Schießen im Wald. Und wie es halt so ist, gibt es natürlich Möglichkeiten, Munition zur Seite zu schaffen. Das ist immer so. Kennt man ja auch noch von der Bundeswehr. Wenn man das unbedingt will, kriegt man das auch hin. Aber im Großen und Ganzen denke ich nicht, dass die Munition mit nach Hause bekommen für ihr Sturmgewehr. Aber jetzt mal, selbst in Deutschland kannst du Munition kaufen, obwohl du keine Waffe hast. Also es ist alles total sinnbefreit. Also du kannst in jedem, nicht in jedem Land. Scharfe Munition musst du auch mal nachweisen, dass du Berechtigung hast, soweit ich weiß. Nein, 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 nein. Also ich habe mal in so einen Gun Club geschossen und die Waffe ist registriert. Die Patronen nicht. Also die kannst du kaufen im Großhandel ohne Probleme. Ich meine, es gab mal eine Zeit, da konntest du nicht so viel, also 10.000 Schuss waren vielleicht verboten, aber 1.000 Schuss konntest du immer kaufen. Und kannst online bestellen diese Dinger. Du musst das nicht nachvollziehen. Ich habe mich im Vorfeld natürlich für die Sendung online auf so einer Börse umgeschaut, also auf so einer Internetplattform. Und da hätte ich die Munition bestellen können, das ist richtig. Aber die wollen einen Nachweis haben, dass ich die kaufen kann. Also ich habe andere Erfahrungen. Da muss ich meinen Ausweis, meine Ausweiskopie und meine Berechtigung dahin schicken. Berechtigung wäre dann der Waffenschein. Ich habe kein Geschäft mit mir. Wäre dann der große Waffenschein sozusagen. Ja, richtig. Also sonst kann ich keine Munition bestellen. Also das hat mir die Internetseite gezeigt. Das war eine ganz normal deutsche Internetseite. Es gibt ja auch Großhändler, wo man direkt, also zum Beispiel jetzt im Gantle, da kannst du sogar direkt dort kaufen, obwohl du gar nicht Mitglied bist, kannst du sie kaufen. Und bist auch nicht bekannt mit Personalausweis, weil das ja alles im Haus bleibt. Und ein Bekannter von mir, der macht das eben ziemlich häufig, der geht da ziemlich häufig hin. Und der kann das einfach im Großhandel kaufen. Ist gar kein Problem. Gut, weil eben in Deutschland ja die Waffe, das das Registrierte ist. Die Munition, weil das bringt ja auch nichts, sich zu registrieren, wie viel er geschossen hat. Weil der kann ja den ganzen Abend meinetwegen mal 500 Schuss verbrauchen. Und was hast du davon, wenn du das jetzt irgendwie registrierst? Also jetzt registriert. Kannst du eigentlich gleich eine Waffe kaufen, wenn die deutschen Waffengesetze geändert werden würden? Ich kann nicht mal kurz unterbrechen. Ich habe noch einen Anrufer in der Leitung, den hole ich dazu. Es ist der Tim. Tim, guten Abend. Ja, hallo. Schönen guten Abend. Ich habe jetzt leider die letzten zwei Minuten verpasst, weil ich in der Schleife ging. Aber ich meine, ihr habt geredet über Munitionskauf und Waffenkauf. In Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Also Munition, ich muss dazu sagen, ich bin Jäger. Das heißt, ich habe dementsprechend Berechtigungsscheine verschiedene. Und da war jetzt sowas wie von wegen, man könnte einfach Munition kaufen. Das geht natürlich nicht. Da brauchst du eine... Also haltet mich an, wenn ich jetzt was Verdoppeltes sage hier, was ich ja schon gesagt habe. Du brauchst, du darfst in Deutschland nur Munition kaufen, die zum Beispiel den Waffen zugeordnet ist, welche du auch hast. Du darfst, je nachdem was du machst, ob du Schütze bist oder Jäger, nur verschiedene Arten von Waffen haben. Und auch dann immer nur die jeweils zugewiesene Munition kaufen. Und soweit ich weiß, auch in Obergrenzen. Alles andere ist irgendwie schon ein unrechtlicher Schmuh. Den gibt es natürlich auch, das ist keine Frage. Man gibt immer irgendwelche Wege und sowas, aber in Deutschland sind wir eigentlich sehr, sehr gut durchgeregt. Aber hast du jetzt eine registrierte Waffe, also du als Jäger jetzt, auf 10.000 Schuss. Es wird ja nicht überprüft, ob du diese 10.000 Schuss auch selbst benutzt. Das ist ja das. Ich glaube, ich kann keine 10.000 Schuss kaufen. Ja, ja, das war ein bisschen viel. Ja, ja, Moment, Moment. Also erstmal würde ich mal kurz wissen vom Tim, du hast dann, ich glaube, das nennt sich dann großer Waffenschein, ne? Nö, das ist eine Waffenbesitzkarte. Waffenbesitzkarte. Und wenn du jetzt Munition kaufst, dann musst du den Waffenschein oder diese Waffenbesitzkarte rüberfaxen und sagen, hier, ich habe die und die Waffe und ich will dafür Munition haben. Aber du könntest ja, rein theoretisch gesehen, bei 20 Online-Shops bestellen und dann hast du trotzdem deine 10.000 Schuss Munition nächste Woche zu Hause. Oder gibt es da auch noch einen Online-Austausch zwischen den Waffenshops, damit der Tim nicht hier die 10.000 Schuss Munition holt? Das kann ich dir jetzt so genau nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass es Austausch gibt. Ich habe auch, muss ich sagen, mein Aktschein ist schon lange her, dass ich gemacht habe. Da gibt es zwar immer die Novellierungen im Waffengesetz, werden rumgeschickt und da guckt man auch mal rein und so, aber man merkt sich natürlich nicht alles. Aber so wie jetzt in der letzten Zeit, ich sage mal, seit den letzten vier, fünf Jahren, hat man schon gemerkt, hat es sehr angezogen mit der Überprüfung. Das heißt, du musst dann dauernd nachweisen, witzigerweise kostet natürlich auch immer Geld, nachweisen, dass du einen sauberen Waffenschrank hast, du musst nachweisen, was für eine Kondition. Wie machst du das jetzt, den Nachweis, schickst du da ein Foto, kommt ja vorbei oder? Ja, zum Beispiel, du schickst deinen Beleg vom Kauf, beziehungsweise ein Bild. Du kannst auch, wenn du umziehst, kann dir passieren, dass das Amt kommt und guckt, dass der richtig eingebaut ist, weil der muss ja in die Wand verschraubt sein wie ein Tresor, sodass du nicht einfach stehlen kannst. Also man ist hier in Deutschland sehr, sehr geregelt, deswegen bin ich auch nicht für irgendwelche Verschärfungen, weil es ist scharf genug. Und die bösen Jungs kriegen ja ihre Waffen sowieso, ob du es verschärfst oder nicht. Ja, ja. Insofern ist das total unsinnig. Ich meine, klar gibt es mal so Ausraster, wo dann der Sohn von dem Jäger irgendwie dann doch weiß, wie die Kombination vom Safe ist. Das hatten wir ja vor ein paar Jahren. Das ist traurig, aber der kann auch das Auto klauen. Ich bin ja ein sehr gewaltaffiner Mensch. Ich spiele Computerspiele und so weiter und so fort. Ich bin ja quasi fast ein Amokläufer. Deshalb interessiert mich das jetzt ganz speziell. Könntest du denn jetzt zum Beispiel, du hast ja so eine Waffeneignung dann wahrscheinlich bekommen, darauf kriegst du dann diese Waffenbesitzkarte, kannst du eine Waffe kaufen für die Jagd. Könntest du jetzt zum Beispiel auch einfach sagen, naja, ich bräuchte jetzt auch noch so eine 9 Millimeter oder irgendwas anderes, was gängiges, was man so mit in die Stadt nehmen kann? Also ich darf als Jäger nur zwei Kurzwaffen benutzen. Die benutzt man eigentlich nur für die Nachsuche bzw. Fallenjagd. Also das heißt, wenn dir irgendein Tier abgeht, was du angeschlossen hast und du musst ins Dickicht kriechen, geht man davon aus, dass du dein Gewehr nicht mitnehmen kannst und dass du dem Tier einen Fangschuss antragen kannst. Deswegen darfst du zwei Kurzwaffen haben. Die meisten Jäger haben auch zwei, meistens eine großkalibrige und eine kleinkalibrige. Und du darfst dann immer nur für diese, du kriegst in deine WBK eingetragen, was für Munition du kaufen darfst. Das ist dann nur für diese Waffen. Mit Gewehre darf man als Jäger in Deutschland noch, glaube ich, eine recht große Anzahl haben. Ich weiß nicht, ob es unbegrenzt ist, das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil da geht es andauernd auch hin und her. Es gibt natürlich auch viele Jäger, die dann schöne Büchsen sammeln und sowas, die sie gar nicht zur Jagd tragen. Da haben sie irgendeine abgerotzt, damit sie da rumlaufen im Wald. Und dann haben sie daheim ein paar schöne, weil sie sich an den Sachen auch erfreuen. Aber das ist normalerweise alles sauber reglementiert. Also als Jäger zwei Kurzwaffen und einige Langwaffen. Wie viele genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Musst du denn schon ein Buch führen, über die Munition, die du abgefeuert hast? Nee, es ist nicht wie beim Bund, wo man bei der Wache jedes Mal die Munition wieder abgeben muss, sondern... Wenn nicht abgeben, mir geht es eigentlich um Buchführung. Ob du aufschreiben musst, ich habe jetzt von meinen 100 Patronenpäckchen 40 verschossen, 39 auf dem Schießstand und eins, um ein Reh zu schießen. Nee, muss man nicht. Muss man noch nicht. Nee. Kommt vielleicht noch, wer weiß. Aber das ist... Ja, wenn eine neue... Es ist unsinnig, wenn du auf so eine Jagd gehst. Gut, dann steckst du dir 50 Dinge ein und wenn die nachher leer sind, hast du 50 Dinge verschossen. Ja, aber... Dann bist du noch schlechter Schütze, was hast du denn? Nein, du machst ja ein paar Probeschüsse. Und dann kommt der Jäger vorbei und sagt, verdammt, ich habe keine Munen mehr, hast du meinen Kaliber. Ja, also wenn du jetzt direkt auf der Jagd bist, bei einer Treibjagd oder Gesellschaftsjagd, wenn du nur alleine gehst, natürlich sowas zu machen. Was ist denn, wenn du jetzt nach Tschechien rüberfährst und sagst, ich kaufe mir da nochmal im Shop 10. Ausschuss Munition und fährst damit über die Grenze? Ja, ich glaube, da in Tschechien geht alles. Da ist nur die Frage, ob du das einkalkulieren möchtest, dass du nachher als Schmuggler irgendwie vom Kaliber gehst, weil du was... Na ja, als Jäger kannst du doch auch sagen, ich war drüben in Tschechien zur Jagd und hab mir halt ein bisschen Munition mitgebracht für das heimische Vieh. Da musst du natürlich alles angeben. Und ich weiß nicht, ob... Ja, aber wir haben doch offene Grenzen in Europa, ist doch wunderbar mittlerweile. Du darfst doch keine Zigaretten rüberbringen, dass das... Ja, ich weiß jetzt nicht, um ehrlich zu sein, das weiß ich nicht, du müsstest dich nachlesen, weil mir das auch noch nicht passiert ist, weil ich nicht im Ausland jagen gehe, wie sehr, ob man Munition einfach so über die Grenze bringen darf. Nein, kann ich dir aus meinem Wissensbruch sagen, darfst du nicht, musst du anmelden. Sobald du Munition mit dir führst, über Landesgrenzen, muss das angemeldet werden. Ja, sehr gute Frage. Ich möchte gerne wissen, wenn du Munition mit rübernimmst und die deutschen Behörden, wenn du sie mit über die Grenze nimmst, ob du faktisch kontrolliert wirst. Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Könnte aber ja vielleicht passieren, man weiß es nicht. Und dann bist du wahrscheinlich deine Karte hier los. Genau, und das wird solche Sachen, jeder normale Jäger, also ich kenne zwar, es sind auch viele Idioten dabei, die immer nur großzwillig wollen und lauter so Zeug. Leider sind aber auch viele tolle Leute dabei, die sich sehr um den Wald, um die Natur kümmern, muss man sagen. Aber keiner von denen ist, glaube ich, so blöd und setzt das aufs Spiel, weil, also die meisten sind dabei. Das nicht anzumelden. Genau, weil dann wirst du deinen Jagdschein verlieren, dann wirst du deine WBK verlieren, dann wirst du alles verlieren. Und das ist so ein Hobby, wo die meisten mit Herzen dabei sind. Also, jemand, der nicht kriminelle Energie hat, wird das niemals machen. Mhm, okay. Wie siehst du das Thema Waffenrecht generell? Sollte das Waffenrecht generell komplett entschärft werden? Oder würdest du sagen, es ist jetzt alles toll, wie es ist? Nö, überhaupt nicht. Also den Unsinn, den sie jetzt gemacht haben mit den ganzen Messern, halte ich für ganz peinlich. Welchen Unsinn meinst du jetzt damit? Naja, du darfst ja keine ein Hand öffnenden, feststehenden Messer mehr mit dir führen, ohne dass du einen besonderen Grund hast, wie du gehst gerade angeln oder du gehst gerade auf die Jagd oder du gehst gerade auf die Kölner Domplatte, um ein paar Leute abzustechen. Also du darfst ohne Grund kein Messer mehr führen. Was natürlich, zum Beispiel die Handwerker, die ich kenne, haben alle einen Leatherman in der Hand, in der Tasche. Die sind mittlerweile alle mit einem einhändig ausklappbaren, feststehenden Messer ausgerüstet. Die Handwerker? Ja. Warum? Das ist, weil das Praktische ist, wenn du oben auf der Leiter bist und du musst kurz ein Kabel kürzen, mit einer Hand setzt dich fest, mit der anderen nimmst du das Messer aus der Tasche oder dein Leatherman, klappst du es mit einer Hand auf, dann kannst du das Kabel abschneiden. Ah ja, das habe ich schon mal gehört, dass das so ein Graubereich ist. Ja, was heißt Graubereich? Wenn du jetzt kein Handwerker bist, darfst du es jetzt nicht mehr bei dir führen. Aber ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich hatte schon als Kind immer ein Taschenmesser dabei. Ja, und wenn man dann mal angefangen hat zu schnitzen, weiß man auch, da ist eins, was feststellbarer ist, um einiges sicherer als welche, die zusammenklappen können. Ja, so. Und die feststellbaren sind jetzt verboten, wenn du sie ohne, wie heißt das, Purpose, ohne besonderen Grund führst. Und das halte ich, das ist so blödsinnig wie, hier in Frankfurt haben wir den Bämpel, wo der Abschwein drin ist, so ein großer Tonkrug, ja. Und dann müsste man sagen, wenn genug, weil sie haben das ja nur verboten, weil genug Leute damit abgestochen worden sind. Genauso diese Butterfly-Messer, diese Balisons. Das heißt, nachdem ja jetzt auch sehr viele mit Küchenmessern abgestochen werden. Ja, dann müssen die Küchenmesser abgeschafft werden. Ja, die sind ja auch feststehende Küchenmesser, ne? Natürlich. Und wenn genug Leute mit einem Bämpel erschlagen werden, dann muss man die Bämpel abschaffen. Das ist die Logik und die ist natürlich vollkommen unlogisch. Gut, es gibt das Brot ja auch geschnitten im Supermarkt, das heißt eigentlich, die sind die Messer ja überflüssig, ne? Ja, also das kann ich so nicht sagen, ja. Ja, also Steak und sowas, da muss man ein bisschen länger drauf rumkauen, das ist ja... Aber jetzt, Moritz, ich möchte mal kurz eine Frage stellen, bevor die dann vielleicht später, wenn wir den Team in der Leitung haben, als Experten, würde ich das gerne mal wissen, Sportschützen. Von mir weiß ich nicht. Sportschütze, ne? Also ich bin ja Playstation-Sportschütze, aber wenn ich jetzt sozusagen echter Sportschütze werden möchte, dann kann ich mir ja auch Waffen, oder kann ich mir dann auch Waffen nehmen als Sportschütze, die man so vielleicht jetzt nicht hätte. Ich meine, es gibt, bei Olympia haben die ja solche speziellen Geschosse, ne, spezielle Waffen für Wettkampf und so weiter und so fort, aber jetzt kann ich dann wieder so eine 9mm holen oder was, so ein Affentöter oder so ein Giraffentöter oder was auch immer, oder kann ich mir dann auch so, einfach kann ich dann auch im Gun Club, wie das Sven immer so schön gesagt hat, also kann ich dann sagen, ja, ich stehe jetzt nicht auf diese kleinen Waffen, ich hätte jetzt auch so ein G36 gerne einfach zum Rumballern im Gun Club, also als Sportschütze. Mein Sport ist mit dem G36 zu schießen. Du kannst natürlich, kannst du ein G36 gekäuflich erwerben, da darf nur das Dauerfeuer nicht funktionieren. Die Dinger sind umgebaut, die kannst du zur Jagd nehmen, das kann mir Kollege jetzt bestimmt bestätigen, das ist überhaupt kein Thema, wenn du deine ganzen Prüfungen bestehst und das machst, dann kannst du fast jede Waffe kaufen, die darf nur halt kein Dauerfeuer haben. Automatische Waffen sind verboten, da hat er vollkommen recht, automatische Waffen sind verboten, die sind alle umgebaut zu höchstens halbautomatischen und dann dürfen die, glaube ich, auch nur Magazine bis zu 5 Schuss führen. Also ich weiß, ich kenne Jäger, die gehen nachts auf Wildsauen mit halbautomaten. Halbautomatische Waffen sind dann welche, die automatisch nachladen, ne? Genau, aber du hast kein Dauerfeuer oder sowas. Also für unsere muslimischen Freunde, die zuhören, inshallah, es sind natürlich jetzt hier keine Terrorberatung, das muss man mal ganz klar sagen, ne? Aber so ein Automat, also ich stehe ja nicht so auf automatische Waffen, was mache ich denn da jetzt? Ich hab ne Lösung dafür. Und die gibt's auch nicht gern? Ne, also es gibt ja wirklich Gangclubs, also bei uns in Hamburg gibt's Gangclubs. Da brauchst du auch keine, da musst du auch keine Waffenbesitzkarte haben, da kann jeder, da kann auch Alex morgen hinfahren, weil es alles im Haus ist. Es sind nicht deine Waffen, die werden dort gelagert, das ist für jeden, da kann jeder rein, wirklich jeder. Ja, ich dachte, Alex wolltest du daheim haben, um aus dem Fenster rauszukommen. Ja, das ist was anderes. Ne, zu Hause schieße ich ungern rum, also wenn dann schon in anderen Wohnungen, weil wegen dem Schaden, das ist ja ungünstig dann, ne? Und da kommt das natürlich dann auf die Lokalität an, ob die dafür zugelassen sind, ob du mit der G36 schießen darfst. Ne, dann werden meistens von diesen, ja, das sind ja Unternehmen, die mieten dann irgendwelche Plätze und dann kann man da auch, das gibt's wirklich. Also du brauchst auch gar nicht, also wenn du nur schießen möchtest, kannst du da hingehen. Ja, allerdings so zwei Minuten Dauerfeuer beim G36, das würde dann schon ins Geld gehen, vermute ich mal. Ne, ich weiß nicht, was ein Schuss kostet, aber locker über einen Euro würde ich mal so tippen. Hat er doch, hat er doch. Ja, habe ich natürlich. Ach Gott, das ist ja. Hallo. Ja, mein Gott, das ist ja interessant. Also das heißt, wenn man mal will, einfach das mal sagen, man will das erleben, dann wäre so ein Gun Club oder wie nennt man das dann? Gun Club klingt so für mich nach Axel Foley und Beverly Hills Cop. Ja, aber nennt man das da in Frankfurt, also in Hamburg ist ja auch schon das hohe Kriminalitätsrate, Migration und so, da nennt man das wahrscheinlich schon Gun Club, ne? Ja, aber das ist wirklich, kann jeder hingehen, ohne dass er, einfach nur mal zu schnuppern, ohne den ganzen Weg zu gehen, ob du dann natürlich Sportschützer werden willst oder ob du dann Waffenbesitzkarte und so. Einfach, wenn du mal Lust hast, auf Deutsch gesagt zu ballern, das kannst du einfach machen. Also hier in Frankfurt kenne ich das noch nicht, gibt es vielleicht, da habe ich mich natürlich noch nicht informiert. Hier kenne ich nur den normalen Schießplatz, wo du Berechtigungsscheine brauchst und all sowas. Aber mal eine Frage an den Jäger, wenn du, wie viele Vorstrafen darfst du haben, um, wie die sagen, nee, Waffenbesitz ist nicht wichtig? Das weiß ich nicht, du, ich habe keine. Ich gehe davon aus, dass du mit der Vorstrafe schlecht beraten bist, aber das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht. Du kriegst keine, das weiß ich aber, du kriegst keine, egal was du auch hast. Und das, wenn du Steuerbetrüger bist, weil das Finanzamt beschissen ist, was nichts mit Gewalt hat zu tun hat. Also du bist mal Schwarz-U-Bahn gefahren und bist darüber... Sobald du vorbestraft bist, also vorbestraft, ne? Das kommt, sobald du vorbestraft bist. Also das ist ja bei Finanzamten ziemlich schnell, dass du dann mal, wenn das 60 Tage setzt oder was auch immer, dann bist du schon vorbestraft. Das kann auch ein Monat auf Bewährung sein, warum auch immer, dann kriegst du das nicht mehr. Okay. Aber diese leichten Bewährungsstrafen, die werden ja auch relativ schnell wieder gestrichen. Nein, 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 nicht bei diesem, da kommt ja dann das, da gibt es das polizeiliche Führungszeuge und dann gibt es dieses richterliche Führungszeuge. Ja, aber erst vor ein paar Monaten wird das alles genau durchgelesen. Vorstrafen werden auf alle Fälle gelöscht. Ähm, glaube ich nicht. Also es gibt, es gibt ja, es gibt das kleine Führungszeugnis, es gibt das normale Führungszeugnis, es gibt noch ein erweitertes für die Behörden. Und es gibt dann natürlich auch noch das Zentralregister in Bonn vom Bundesministerium für Justiz. Da ist alles, glaube ich, für immer gespeichert. Man kann es aber, glaube ich, auch sogar auf Antrag löschen lassen, wegen Datenschutz und so weiter und so fort. Aber aus dem Führungszeugnis an sich wird es dann schon irgendwann rausgestrichen. Also, und zwar egal, was es ist. Also, bei Mord weiß ich es jetzt nicht, aber selbst bei größeren Straftaten, das ist dann nach Jahren gestaffelt. Ich glaube, so nach zehn Jahren verschwinden die ersten dann. Ich habe mal gehört, nach fünf Jahren wären die Kleinen. Aber ich bin da nicht sicher. Das hat noch keiner probiert. Also, ich kenne keinen, der das probiert hat, ob man dann das beantragen könnte. Das wäre mal interessant, wenn das ein Zuhörer wüsste. Das wäre mal wirklich interessant. Weil diese Information kriegst du eigentlich nicht so wirklich. Nee, also, es ist auch so, die Polizei hat ja auch, sammelt ja wirklich gerne viele Daten. Also, wenn du da anrufst zum Beispiel, dann schreiben die sich alle gleich ihre Telefonnummern auf. Und dann wunderst du dich vielleicht mal, dass sie drei Jahre später dich anrufen oder sowas, ja, weil sie die Telefonnummer noch haben. Oder es gibt ja auch zum Beispiel Fälle, dass ein Ermittlungsverfahren gegen dich läuft, von dem du nie erfährst. Ja, also, es zeigt dich zum Beispiel jetzt jemand an. Und du wirst aber, weil die gleich sagen, das ist jetzt nichts Besonderes, da können wir jetzt nichts erkennen, wir stellen das Verfahren gleich ein, wirst du eventuell als Beschuldigter gar nicht informiert, trotzdem bleibt es gespeichert. Und dann kann es passieren, dass, wenn eine andere Sache vielleicht kommt, ein paar Jahre später, du dann feststellst, hier, der Nachbar hat mich ja angezeigt. Also, du musst dann die Akte anfordern natürlich, um das rauszukriegen, aber der Nachbar hat mich angezeigt, weil es eben noch gespeichert ist. Ja, und dieses Register der Polizei, da gibt es gesetzliche Regelungen, wann was gelöscht werden muss. Und die löschen natürlich sehr, sehr ungern, ja. Es gibt, ihr könnt ja im Internet nachlesen, man kann dann eine Auskunft anfordern, was alles überein gespeichert ist. Und da gibt es natürlich einen Trick bei der Polizei, wenn diese Anfrage, wenn ihr diese Anfrage stellt, ich will wissen, was im Polizeiregister alles über mich gespeichert ist, dann solltet ihr auf dem Antrag, der ist kostenlos, ihr müsst einen Ausweis, glaube ich, mitschicken und solche Sachen, also Kopie vom Ausweis, dann müsst ihr dazu gleich schreiben, ich möchte nicht, dass veraltete Daten gelöscht werden, ich möchte es erst haben. Weil man da bei der Polizei mit dem Datenschutz sehr, also kann man im Internet nachlesen, sehr lax nachgeht, löschen die natürlich sehr ungern. Und dann kann es passieren, dass erst wenn ein Kunde nachfragt, in Anführungszeichen, die sagen, oh, da haben wir ja vergessen zu löschen, das lösst man jetzt schnell und dann sagen wir dem, nur das ist das eingetragen. Aber wir haben doch eben über eine Vorstrafe geredet und ich glaube, das ist ja jetzt was anderes, was du erzählst, wenn du vorbestraft bist, warum auch immer, ich glaube, das wird nicht so einfach gelöscht, also das ist immer noch zu sehen. Ja, also Vorstrafen werden auch aus dem polizeilichen Führungszeugnis gelöscht, aber wahrscheinlich sind sie beim Bundesamt für Justiz dauerhaft gespeichert. Ja, okay. Mir ist die Frage, was holt von der Waffenbesitzkarte, was wird dann dort abgefragt, das ist denn die Frage, die... Weil die wissen ja dann zum Beispiel, wenn du kommst in die Verkehrskontrolle, dann fragt der nach, Mensch, Sven, Perfunk, ne, ich habe hier den Sven in seinem BMW, was ist mit dem? Ja, und dann sagt der, Perfunk, pass mal auf, der hat schon mal was mit BTM gehabt, Beträubungsmittelgesetz, dann wissen die schon mal gleich, dass sie dich genauer anschauen müssen. Kann aber auch sein, dass du deswegen gar nicht verurteilt worden bist, weil die sich alles da speichern. Aber da ich ja gute Beziehungen zum Verfassungsschutz habe, wie du auch, ist das alles gar kein Problem, ne? Ja, wenn du es so sagst. Aber grundsätzlich nochmal, unseren Jäger, wie weit würdest du das Waffenrecht in Deutschland lockern? Ach so, das Lockern... Auf US-Niveau, auf tschechisches Niveau oder würdest du es auf die 90er Jahre lockern, wie es in Deutschland war? Was machst du jetzt daran fest an den 90er Jahren? In den 90er Jahren waren die Gasdruckpistolen zum Beispiel frei verkäuflich und das ganze... Die sind immer noch frei verkäuflich. Ne, 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 jetzt ohne kleinen Waffenschein und... Die sind immer noch frei verkäuflich, da musst du nur eintragen. Nein, und tragen, ich weiß nicht, ob das damals schon verboten war. Tragen war damals schon verboten. War damals schon verboten, gut wusste ich nicht, viele hatten so ein Ding dabei. Ja, ja, ich weiß. Klar, meine ganze Bekanntschaft hat keiner drum geschärft. Jeder hat eine gehabt. Ja, die haben sie nachher alle mir vermacht, weil sie keinen Bock hatten, sich einen kleinen Waffenschein zu holen. Also du hast eine schöne Sammlung jetzt angelegt von diesen Gasdruckpistolen. Ja, Tropanz-Zeugs, ja. Ja. Also wenn du auch echte Waffen hast. Ja, ist klar. Aber jetzt generell, wie weit würdest du das Waffengesetz reduzieren in Deutschland? Ähm, also was Schafe und Schusswaffen angeht, würde ich nicht reduzieren, finde ich gut so. Ja, weil Sportschützen dürfen genügend haben, Jäger dürfen genügend haben, Leute mit besonderem Interesse wie Personenschützer oder... Aber das alte Ohmchen, was mit 70 Jahren recht ängstlich geworden ist, weil so viel Zeitung und ARD geguckt hat, die sollte keine Waffe einfach so bekommen oder im Laden kaufen können, deine Meinung? Ähm... Das wäre dann schon wieder zu viel. Das ist schwierig, äh, das ist wirklich schwierig. Ähm, da brauchen dafür, wenn du das ausweiten wolltest auf, äh, sagen wir mal, jeden, jedermann, ja? Ja. Dann, ähm, müsste man, glaube ich, allerhand Überprüfungen und Gesetze neu schaffen, ja? Warum? Verstehe ich gar nicht. Nee, man könnte einfach streichen. Naja, du wirst ja zum Beispiel... Man muss ja nicht wieder neue Gesetze machen, man kann einfach wegstreichen. Genau. Warum? Warum sollte man das, warum haben wir so wenig Vertrauen zu den Görtern? Also ich kenne zu viel, zu viel verrückte Leute, wo ich mich freue, dass sie keine Waffe in der Hand haben. Ja, aber du hast doch dann auch eine Waffe, du könntest dich doch gegen wehren, also ich meine, der, der jemanden umbringen will oder der irgendwas macht... Das ist doch der falsche Weg. Ja, nee, das ist die grundsätzliche Entscheidung. Das ist die Frage, die er gestellt hat. Ja, ja, das ist die Frage. Aber Tim sagt, da ist er vorsichtig. Wie siehst du es denn, Sven? Achso, ja, nee, absolut. Also ich finde, das müsste freigegeben werden, wie in Amerika eigentlich, ganz ehrlich. Und auch, dass jeder das Recht dazu hat. Ja, weil wir sind Menschen, wir haben das Recht, uns zu verteidigen. Wie auch immer man sich verteidigt. Ich meine, das ist nur eine moderne Art, hat ich am Anfang gesagt, das ist nur eine moderne Art, sich zu verteidigen. Aber grundsätzlich hat der Mensch das Recht, sich zu verteidigen. Und wenn jeder das Recht hat, sich zu verteidigen, dann wird auch keiner dich mehr angreifen. Dann werden auch seine Messerstecher nicht mehr auf dich zukommen mit ihren Messerchen, weil sie eigentlich dann ins Leere laufen und das auch nicht mehr versuchen würden. Und diese Gewalteskalation, die sie uns immer in den Medien versuchen zu erklären, ja, wenn jeder eine Waffe hat, gibt es hier. Das ist doch Quatsch, ist das. Ja, gut, okay. Also ich persönlich, ja, ja. Also ich sehe es, ich bin am Überlegen jetzt gerade die ganze Zeit natürlich, wie ich das sehe, weil es, ich bin natürlich gegen, generell gegen Verbote. Der Staat sollte sich auch aus vielen Sachen raussuchen, schalten. Gut, bei dem Waffenrecht ist es natürlich so, da geht es jetzt wirklich um den Schutz anderer Bürger. Da könnte man vielleicht sogar noch sagen, das ist vielleicht in Ordnung. Ich bin aber auch am Überlegen, also ich kann mich für beides erwärmen, für ein etwas, so ein Verbot, wie wir es jetzt haben. Vielleicht etwas, wieder etwas zurück, also mit den Gaswaffen und so weiter und so fort. Das ist etwas problematisch. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber die amerikanische Sache ist ja so, dort ist die Gewalt ja viel größer. Das heißt, dort wird natürlich mehr geschossen. Dann gibt es auch mehr Tote, ja. Bei uns ist die Gewalt noch nicht so schlimm. Aber sie könnte ja in zehn Jahren, dank Frau Merkel, so schlimm sein, dass wir sagen, wir hätten gerne auch das Recht, Waffen zu tragen wie in den USA. Jetzt möchte ich noch kurz sagen, weil der Moritz gemeint hat, ja, die 80-jährige Oma, das gilt jetzt für die Oma mit 80 Jahren, als auch den, der sich so eine Gaspistole besorgt und andere Sachen. Die Polizei sagt ja, das ist ja schön, wenn man die im Handtäschchen hat, sei es das Pfefferspray, sei es den Elektroschocker, ist ja auch verboten mittlerweile. Tesa, Tesa kannst du ja nur noch holen. Ja, der wird auch nicht freiverkäuflich sein, ne. Aber der, bei Amazon kannst du natürlich immer noch alle bestellen, aber darfst du es nicht zu Hause am Haustür verwenden oder sowas. Der Carsten Jahn macht das öfter mit seinem Hündchen, glaube ich. Das ist eine Starke für Karpfen. Also jedenfalls, die Polizei sagt ja, okay, du hast das Pfefferspray dabei, du hast die Schreckschusspistole vielleicht dabei, die darf man ja nicht dabei haben mittlerweile, glaube ich, selbst mit der kleinen Waffenbesitzkarte kannst du es im Auto haben, aber man darf es halt nicht so am Körper führen, glaube ich. Aber entscheidend ist ja, es kommt jetzt zu dieser Notsituation. Genau. Die Oma, da kommt jetzt der, bei der 80-Jährigen, kommt jetzt der Verbrecher rein und möchte sie ausrauben. Ja. Dann muss die ja mit der Waffe geübt sein. Warum? Und warum? Das ist ein Problem, wir haben noch genügend Schützenplätze. Ja, ich weiß schon, aber wahrscheinlich hätten wir dann für amerikanische Verhältnisse noch zu wenige. Das zweite ist natürlich, was ist, wenn du so eine Schreckschusswaffe in der Hand hast und die zugewanderte Fachgoldkraft hat einen Küchenmesser dabei und merkt relativ schnell, naja, da kommt vielleicht ein bisschen CS-Gas raus. Wobei, bin ich gar nicht mehr sicher, ob die überhaupt noch, sind noch CS-Gas-Patronen bei Schreckschusswaffen erlaubt überhaupt, Tim? Das ist ein Gas-Patronen, also ob das noch das CS ist, wenn nicht, dann ist es dieses Pfeffer-Pfeffer. Ja. Das ist am Ende das Gleiche, du kriegst irgendwas ins Gesicht, was beißt. Ja, aber natürlich brauchst du einen gewissen, musst relativ nah an der Person sein, in Anführungszeichen, so zwei Meter würde ich mal sagen, ne? Ja, geht. Sonst hat das keine Wirkung. Und dann ist die Frage, also steht jetzt der Messertäter vor dir und du nimmst deine Schreckschusswaffe da und feuerst die zwei, dreimal ab und dann ist halt die Frage, ob der nicht letztendlich mit dem Messer dann trotzdem besser bewaffnet ist, als du mit deinem Stückchen Metall. Ja, genau, deswegen soll die eine richtige Waffe haben. Im Zweiten sehe ich immer das Problem bei den Schreckschusswaffen, die sehen halt sehr echt aus, wenn, also selbst bei guter Beleuchtung kannst du nicht unterscheiden von scharfen Waffen und sprich, ich ziehe meine Schreckschusswaffe und der andere hat am Ende eine echte. Zum Beispiel? Deswegen rate ich eigentlich von diesen Schreckschusswaffen als Verteidigung ab. Auch wenn ein Messerangreifer ist? Der ist Gas als Spray, viel besser. Ja, 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 okay. In der Wohnung am besten noch, ihr seid ja richtig schlau. Aber trotzdem, sagen wir mal so, mit einem CS-Gas oder, ich glaube, es gibt ja gar kein CS-Gas mehr, es gibt nur noch das Pfefferspray. Also Pfefferspray halt. Aber jetzt mit Pfefferspray oder mit einer Gasdruckpistole, also mit einer, nicht Gasdruckpistole, sondern mit einer Schreckschusspistole, die eben auch Gas versprüht oder dieses Pfefferzeug. Nee, aber die sieht aus wie eine Pistole. Ja, gut, okay. Das ist eine ganz alte Nahkampfregel. Beim Kampf mit einer Pistole gehst du an den Mann ran, wenn er ein Messer hat, rennst du. Genau. Okay. Und ich sehe das ein bisschen anders. Aha. Ich habe da eine Situation, ein Einbrecher, wenn wir möglichst wenig Trube, will schnell Kasse machen. Die meisten Einbrecher, also die bandenmäßig in Deutschland ausrauben, kommen mehr aus dem Ostblock und nicht unbedingt aus Syrien oder Afrika. Die fahren hier rum. Sondern kommen aus Rumänien oder Polen, Tschechei, aus den östlicheren Gebieten. Die fahren mit dem Transporter rum, die wollen die schnelle Nummer eben machen und jegliche Aufmerksamkeit vermeiden. Das heißt, wenn ein Hund schon kläuft, reicht denen das, dass sie sich verdünnisieren. Der ist nicht der Umdenker jetzt drauf aus, die Oma zu vergewaltigen und dann auszurauben. Solche Fälle gibt es auch. Aber da ist es fraglich, inwieweit jetzt eine Schusswaffe, ob die Oma überhaupt wach wird, ehe der Typ da über sich herfällt. Und eine Schusswaffe ist eine Schusswaffe. Also, ich kann auf eine Gasdruckpistole, kann ich einen Aufsatz draufschrauben und da gibt es dieses Silvesterfeuerwerk drauf, dann habe ich einen halben scharfen Schuss, würde ich mal sagen. Wenn ich den da mit so einer brennenden Kugel im Gesicht treffe, ist das nicht unbedingt angenehm. Aber das ist eine typisch deutsche Argumentation, die wir gerade führen. Echt jetzt wirklich. Statt das Substantielle zu sehen, ist das das Richtige? Wenn die alte Umi, warum auch immer, ihre scharfe Waffe zu Hause hätte, dann ist die Diskussion hat sich erledigt, ob der mit Messer oder nicht kommt. Und man muss doch auch mal den Schutz des Bürgers sehen. Wenn jetzt die alte Umi ihre Waffe hat, dann hat doch jedes Recht dieser Welt dazu zu Hause. Die muss doch nicht Rücksicht nehmen. Das ist doch, das ist so, das ist dieses Grünversifte, schuldigung. Ja, aber pass auf, der... Nee, 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 komm, ich bin die Türke auch zu. Aber Sven, der Amerikaner, der sagt, mein Haus ist meine Burg und der darf... Richtig so. Aber der Deutsche oder die Mehrheit der Deutschen sagen ja, wir haben gerne offene Grenzen, weil wir sind so weltoffen und wir haben gerne fremde Menschen bei uns. Aber nicht in meinem Haus. Nicht in meinem Haus. Und das ist der Unterschied. Naja, gut, das stimmt. Ich habe jetzt noch von keinem grünen Abgeordneten gehört, der zu Hause fünf Migranten hat. Also da kenne ich noch keinen. Außer die Klaus ja rot, aber das sind ja noch alles, die hat ja noch Männer ab 18, zwischen 19 und 19. Das kann natürlich auch sein, dass der grüne Abgeordnete fünf Migranten Polizisten hat, die ihm bewachen. Das gleicht das vielleicht wieder ein bisschen aus. Das kann auch sein. Ja, ja, ja. Das ist richtig soweit. Nee, und in Amerika, das möchte ich auch noch mal kurz, das stimmt doch nicht, diese Geschichte. Also wenn du in Texas auf die Idee kämpfst, mit einem Messer auf die Ranch zu gehen, dann wirst du dämlich. Das ist richtig. Das macht man einfach nicht. Wenn das in Deutschland auch so wäre, dann würde auch der Osteuropäer nicht, das wird hier keine Schießerei deswegen geben, der wird hier einfach nicht mehr dann einbrechen. Ja, das stimmt schon auch. Ich habe auch noch nicht von einem Terroranschlag in den USA gehört, wo einem mit Messer unterwegs war. Jetzt ist es aber so, interessanterweise noch mal ganz kurz erwähnenswert, zwei Dinge, auf die ich hinaus möchte. Ihr habt es mitbekommen, wir hatten mal eine Sondersendung zum Thema Limburg, dem LKW-Anschlag damals. Das ist, glaube ich, eineinhalb Jahre her, grob geschätzt. Und da ist ja der Syrer jetzt tatsächlich mehr verknackt worden, als die Staatsanwaltschaft es wollte, nämlich zu neun Jahren. Der hatte abenteuerliche Begründungen geliefert, warum er einen LKW eingestiegen ist. Ich glaube, wegen 18-fachem Mordversuch ist er angeklagt worden. Also, das war ja ein Terroranschlag, ein LKW-Terroranschlag damals in Limburg, der von den Medien sehr klein gehalten worden ist. Da gab es, glaube ich, nur einen Tag lang Berichte drüber. Und dann haben wir uns hier im Radio immer wieder gefragt, mal in der einen oder anderen Talkrunde, was ist denn da eigentlich daraus geworden? Ja, was ist mit dem Typen passiert? Wurde der frei gesprochen worden? Wurde der überhaupt angeklagt? Also, jetzt wissen wir, es war ein Terroranschlag mit LKW in Limburg von einem syrischen Attentäter. Es ist dann sozusagen der zweite in Deutschland mit LKW. Das ist wichtig, einfach das bekannt zu geben, weil viele ja immer bedenken, wir hatten nur den einen da in Berlin am Breitscheidplatz, aber jetzt sind es eben zwei. Das zweite ist es, es gab ja, falls ihr das mitbekommen habt, in der Presse einen Bericht von einem, glaube ich, war das Juwelier, der zwei Menschen, die ihn überfallen haben, erschossen hat. Das ist, glaube ich, zwei Monate her, würde ich vielleicht sagen. Die hatten auch seine Frau bedroht, die im Laden waren. Das waren beides ältere Herren, die halt, glaube ich, waren schon über 65, glaube ich, die den Laden betrieben haben. Der hatte eine Schusswaffe, der hat beide Täter erschossen, den einen, glaube ich, sofort, der andere ist dann später verstorben. Und die Begründung war, die haben auch irgendwie seine Frau bedroht. Und jetzt ist die, da wird interessant natürlich sein auch, wie, was, die werden natürlich jetzt auch angeklagt, der Mann vor allen Dingen wahrscheinlich. Und da ist die Frage natürlich, zu was wird der verurteilt? Wird der überhaupt verurteilt? Der wird nicht verurteilt, aber er wird seine Waffenbesitzkarte abgeben dürfen. Und das ist das Verrückte daran. Er hat sie genutzt aus Notwehr und trotzdem wird er am Ende sich verlieren. 100 pro. Aha, okay, das ist interessant. Hoffentlich stelle ich es dann auch irgendwann mal in den Pressebericht. Aber meinst du nicht auch, dass die vielleicht sagen, naja, mein Gott, das waren jetzt, ich weiß ja, was das für Täter waren. Wenn nichts dasteht in der Presse, heißt es ja meistens, es sind irgendwelche Migranten. Das zeigt zumindest meine Erfahrungen, die ich habe. Vielleicht täusche ich mich auch, dann entschuldige ich mich natürlich schon mal ganz, ganz nett. Aber jedenfalls die Täter, über die haben wir jetzt wenig erfahren. Aber es kann ja auch sein, dass die dann im Gerichtsverfahren sagen, ja, guter Mann, du hast zwar geschossen, aber wir haben mal den Eindruck, es wäre nicht nötig gewesen. Nicht, wenn er nicht, ja. Was ist denn dann? Nicht, wenn seine Frau bedroht worden ist, glaube ich nicht. Also dafür ist die, es war ein Raubüberfall, also es ist kein Eindruck gewesen. So, da wäre es grenzwertig, klar, weil du darfst sie ja nicht zusammen lagern. Aber er hat seinen Laden geschützt, es war eine Juwelier zusätzlich, also es war wirklich ein Raubüberfall. Da glaube ich, das würden sie nicht durchlassen, weil das... Ich denke, in Deutschland wird es ein bisschen getrennt zwischen Gütern und Menschenleben. Genau, ja. Das werden die aufspritten und spielt es keine Rolle, ob der da 100 Kilo Gold hätte verlieren können oder Diamanten. Dann geht es rein um das Leben der fraglichen Personen, die da verstorben sind. Und das werden die ausweiten. Der Laden, das spielt dann, denke ich mal, wird im Prozess keine großartige Rolle spielen. Wenn du zu der Bank reingehst, das ist ein Raubüberfall, also das ist jetzt richtig ein Raub. Also du kannst das ja auch beim Raubüberfall auf eine Bank machen. Also ich glaube, das wird jetzt noch anders gesehen. Aber ich kann es auch recht haben, ja. Aber in Deutschland zum Beispiel Thema Bank. In Deutschland haben wir kein bewaffnetes Sicherheitspersonal, die in der Bank mit Waffe stehen die ganze Zeit über, wie in Amerika oft zu sehen ist, den Kaufhäusern, Banken. Da stehen ja viele bewaffnete private Sicherheitsleute, die da von der Bank bezahlt werden. Und die haben das Recht, dann in Amerika zu schießen. Und in Deutschland sieht man das nicht. Also wird das hier in Deutschland auch nicht unbedingt gerechtens sein, wenn dann eine Bank dann geschossen werden würde von privaten Leuten oder Bankangestellten. So nehme ich das mal an, weil sonst hätten sie ja schon irgendwie was gelockert. Oder da würden wir ähnliche Sachen sehen. Wir haben ja ein sehr restriktives Waffengesetz. Deswegen kriegen ja zum Beispiel nur diese Leute, die von Brinks und so, die das Geld bei der Bank abrollen, die dürfen scharfe Waffen tragen. Auch nach einer Ausbildung erst. Die kriegen auch eine gewisse Art von eingeschränkter WBK. Tja, ich finde es auch gar nicht so unangenehm, gar nicht so schlecht, wenn ich denke, das letzte Mal, als ich im Urlaub in einem komischen Land war, wo sie auf der Straße lauter Polizei mit Maschinengewehren rumstehen haben, das finde ich gar nicht so angenehm. Weil, also das war in Mexiko und die Hälfte der Polizei ist bezahlt von irgendwelchen Drogenbaronen und wenn der mit Schießerei losgeht, ist das einfach ein Scheiß. Ich war damals bei der Schießerei auf der Konzertablerwache in Frankfurt, als dieser eine, das ist auch schon 15 Jahre her, glaube ich, der ist ausgerückt aus der JVA-Bräungesheim und hat mit der Uzi auf der Konzertabler rumgeschossen. Das war sehr unangenehm. So, ich muss den Moritz mal kurz vernehmen, dass wir auch auf die anderen Themen kommen müssen. Wir haben jetzt immerhin schon 50 Minuten fast über das Waffenrecht gesprochen. Eigentlich dachte ich, dass wir die Themen ein bisschen schneller durchgehen. Ich habe ja noch einen Anrufer, den hole ich jetzt gleich dazu. Und dann sollten wir vielleicht mal das Thema wechseln. Aber wir bleiben noch mal kurz beim Waffenrecht, falls der Anrufer was sagen will dazu. Und ich begrüße den Guido. Guido, guten Abend. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Hallo Alex. Hallöchen. Guten Abend, Guido. Willst du denn zum Waffenrecht was sagen, Guido, oder war das jetzt gar nicht dein Thema? Doch, das möchte ich schon noch aufgreifen. Ja. Erstens mal denke ich auch, dass diese ganzen Schreckschusswaffen als Verteidigungsmaßnahme eigentlich ziemlich kontraproduktiv sind. Ja, wie gesagt, aus den genannten Gründen, sie schaden ja nicht wirklich. Ja. Man muss sich also, um damit einen Erfolg zu erzielen, muss man sich also schon in Gefahr begeben, nah am Angreifer stehen und weiteres. Ich muss sagen, zum Thema Waffenrecht habe ich eigentlich auch eine ganz radikale Meinung und mir wären da amerikanische Verhältnisse, ehrlich gesagt, am liebsten. Aha. Jeder, jeder sollte nach eingehender Prüfung bei einwandfreiem Leumund und nach Prüfung der charakterlichen Eignung, ob er eine Waffe besitzen kann oder nicht, eine besitzen dürfen. Und diese auch mit sich tragen dürfen. Ja. Ja, weil die bösen Buben, die besorgen sich die Waffen eben beim Kollegen auf dem Schwarzmarkt über das Darknet. Ja, die kommen auch dran. Nur, wenn du dich wirklich mal verteidigen müsstest, wird dir dieser Schutz praktisch verwehrt. Jetzt habe ich mal eine interessante Frage. Ganz kurze Antwort bitte nur, Tim. Wenn du eine von deinen Waffen verkaufst, wirst du dann verpflichtet, sie nur an jemanden zu verkaufen, der dann auch so eine Waffenbesitzkarte hat? Natürlich. Du musst es sogar vorher anmelden. Zwei, drei Wochen vorher bei dem jeweiligen Amt, wo der wohnt. Das wird dann erst umgetragen von der einen Waffenbesitzkarte, die andere. Und dann erst kannst du sie veräußern praktisch. Du kannst die Waffe aber natürlich auch im Wald verlieren, im Dickicht, ne? Das gibt es ja auch. In Anführungszeichen. In Anführungszeichen, ja. Ja, ja, das kommt nicht um. Wie ist das in den USA zum Beispiel jetzt, Guido oder Sven, wisst ihr das vielleicht? Da kann jetzt einer, ja auch die Waffe erst nach so einer kurzen Prüfung, die dort durchgeführt wird, aber letztendlich kann jeder eine Waffe sich holen, der sich das Geld dafür leisten kann. Teuer sind sie, glaube ich, auch nicht in den USA. Ja, Walmart hat, glaube ich, jetzt wegen Corona die Waffen aus dem Angebot genommen, weil sie gedacht haben, jetzt wegen Trump oder wegen Trump, genau. Aber in den USA ist es doch dann wahrscheinlich so, da kann ich dann die Waffe kaufen, da kann ich sie aber auch 14 Tage später meinem Kumpel geben für ein paar Euro oder ein paar Dollar. Ja, da gibt es ja wahrscheinlich dann nicht, also sobald die dann erstmal in der Bevölkerung angekommen ist, kann die ja dann in alle Kreise verschwinden. Oder nicht? Ja, ich glaube, in den USA gibt es keine Prüfung für Waffenverkauf. Ja, kommt auf die Bundesländer an. Die meisten Staaten haben ja doch von der Verfassung übernommen, dass jeder Amerikaner das Recht hat, eine Waffe zu besitzen. Nein, das stimmt nicht. Es sind mehr Staaten als die meisten, in denen Waffen verkäuflich sind. Und es gibt eine Prüfung, die dauert zwar nur drei Tage, da wird auch je nach Staat verschiedenartig Läumund geprüft oder nicht. Also so eine Art von polizeiliches Führungszeugnis, das heißt, sie fragen auch an. Das ist unterschiedlich von Staat zu Staat, aber auf die 52 Staaten gezählt, die Amerika hat, wenn ich richtig liege, sind der kleinere Teil die Staaten, in denen Waffen frei verkäuflich sind. Was ist denn, wenn ich... Ich werde hier so ein bisschen falsch kolportiert, so von wegen in Amerika ganz an jeder Ecke eine Waffe kaufen. New York ist ganz schlimm zum Beispiel. Da kannst du, da hast du gar nichts, also kriegst du fast keine. Wenn ich jetzt als Deutscher rüberflüge in die USA, meinen Urlaub mache, kann ich mir dann da eine Waffe besorgen? Du weißt, was viel einfacher war, Alex, bis vor zwei, drei Jahren war es noch möglich, in Österreich oder auch in Italien Langwaffen frei ab 18 zu kaufen. Das liegt natürlich daran, das sind Länder, die sind in den Alpen, da sind viele Jäger unterwegs, da war das ganz normal, dass jeder Bauernsohn auf die Jagd gegangen ist. Dann bist du einfach über die grüne Grenze, die offene Grenze. Gott sei Dank haben wir ja jetzt diese offenen Grenzen. Da haben wir auch in allerhand Waffen aus. Durch die Flüchtlinge, Gott sei Dank, die Flüchtlinge machen es uns jetzt noch viel einfacher, dann die Waffe da aus Österreich. Aber in den USA, könnte ich als deutscher Tourist da auch mir eine Waffe besorgen? Wahrscheinlich nicht im Laden, oder? Doch, doch, kaufen ja. Kaufen ja und dann schicke ich die per UPS an mein... Ja, mach das. Schicke ich die per UPS oder was weiß ich was an mein deutsches, äh, äh, wie sagt man da, an die Paketstation um die Ecke. Ja, ja, Moment, der Zoll durchleuchtet ja nicht alles. Also da müsste ich einfach... Ah, das schon, das schon, ja halt. Naja, also, die, also, da, das weiß ich jetzt nicht genau. So eine kleine, kleine Waffe da... Ja, die schicke Waffe wird das Computer bekommen, wo wir wahrscheinlich nicht so schnell erkennen können. Aber wollen wir das gar nicht weiter ausführen, ist meine Meinung. Weil, äh, wenn, wenn man frei Waffen tragen will, dann zieht man innerhalb der EU einfach nach in den Tschechei und dann hat man es relativ, dann hat man amerikanische Verhältnisse, was den Waffen, was den Waffenerwerb angeht. Ja, aber sobald ich erwischt werde. Ganz offen, ganz offen tragen und, äh, äh, in dem Land und, äh, fährt dann über die grüne Grenze zum Arbeiten einfach in Deutschland. Und dann kann man sich seine Sicherheit beschaffen, die man, die man haben möchte. Und ich glaube, in der Tschechei gibt es auch sowieso relativ wenig Flüchtlinge, ne? Äh, gar keine, würde ich sagen. Ja, keine. Ja, diese Nazi-Länder, Polen und wie sie alle heißen. Aber Gott sei Dank kümmert sich die EU und die von der Leyen ja darum, dass die jetzt wirklich, die waren ja, dass die Maritärerinnen, die sind ja, richtig politisch erzogen werden, ne? Aber... Ja, Thema Waffenrecht, wo wir sowohl nicht durchkommen, da hat sich die Tschechei schon eindeutig geäußert, wie sie das sehen. Ja, ja, das sind halt alles... Äh, aber, aber was, äh, aber nochmal zum, äh, zum Thema. Wie würdet ihr das einschätzen, wenn da jemand mit, äh, mit ein Schwert durch eine Fußgängerzone wandern tut, einer unserer neuen Goldstücke und meint, er muss jetzt ein bisschen was für Allah tun? Äh, würdet er sich abschrecken lassen, wenn die Bürger, äh, äh, frei Waffen tragen, die offensichtlich sind? Nee, die würdest du gar nicht mehr sehen, weil er wäre nach zwei Minuten weg. Ja, solange er noch nicht angefangen hat zu hacken, glaube ich nicht. Nee, bin ich mir nicht so sicher, weil, äh, die meisten sind ja doch, äh, wie sagt man immer, psychisch gestört und ob die sich von einer Waffe dann so abhalten lassen, äh, ist fraglich. Allerdings, äh, wäre es möglich, mit, mit einer Waffe, äh, die Folgen einzuschränken? Allein, wie kein Warnschuss zum Beispiel? Ja, und, und dem Treiben halten, einen, an, äh, Einhalt zu gebieten. Man muss ja, muss ja direkt, äh, direkt auf den Körper selbst, also erst Warnschuss, würde ich sagen, und beim zweiten Mal dann aber voller die Waldfee. Ja, wir haben ja jetzt viele Warnschüsse gehabt, äh, wo sich die, äh, wo sich die Clans in den letzten zwei, drei Wochen da ein bisschen gekäppelt haben. Äh, die haben ja Warnschüsse genügend in die Luft abgegeben und auch auf ihre Feinde. Ähm, zum Thema, hätte, hätte der Deutsche, der bewaffnete Deutsche da irgendwie Respekt, äh, so viel Respekt reinbringen können, dass, dass die das nicht gemacht hätten? Weil im Prinzip halten sie sich ja nicht dran. Die, die, die nutzen ja sozusagen schon US-Recht. Das liegt aber an der schönen Berliner Justiz. Dort herrscht ja quasi, als du Clan-Mitglied bist, dann darfst du ja eigentlich in Berlin alles. Das ist ja die schöne, rot-grüne Welt dort. Ich, ich, ich finde auch, dass wir, äh, äh, das sind zwei unterschiedliche Themen. Das eine ist jetzt Selbstschutz. Wenn da sich Leute, ich meine, wenn jeder Deutsche jetzt eine Weifahrt zum Selbstschützen, alles gut. Aber warum sollte man denn eingreifen, wenn sich da Clans gegenseitig niedermetzeln? Lass sie doch. Solange die, solange die dich nicht bedrohen, alles okay. Das ist, genau, das ist gute Waffenkriminalität, in Anführungszeichen. Ähm, das kann man ja mal so sagen. Ähm, jetzt würde ich noch eine Frage, würde ich noch gerne wissen, nochmal, ähm, diese, jetzt, aus den USA hat man ja jetzt zum Beispiel nicht, also ich hab keinen Fall in Erinnerung, wo dort zum Beispiel ein Attentäter, ein Amokläufer, der in der Schule war, oder, ähm, irgendwelche anderen Vorkommnisse, wo dann ein Bürger, der seine Waffe bei sich getragen hat, das Verbrechen vereiteln konnte, oder abwildern konnte, oder den Täter erschossen hat, weil, also, aber bei diesen Amokläufen in den Schulen zum Beispiel, da warten ja dann alle, bis die Polizei da ist, ähm. Ne, da gab's doch welche, da haben die auf ihn geschossen, und damit haben sie Leben, das gab's wirklich, da gab's einige Attentate, die niemals zu Attentaten gekommen sind, das ist auch vor, zu der Zeit, wo es dann im Karamball passiert ist, dann gab's danach noch eins, und da hat dann, war auf dem Campus, war das, er ist auf der Uni, und da hat dann einer direkt auf ihn geschossen, und hat ihn dann, bevor er anfing, äh, niedergeschossen, also, ja, das ist auch sehr vereitelt, das ist passiert. Aber ich kann mich auch noch irgendwie an den Fall erinnern, ja, ne? Ja, aber es ist jetzt ja nur ein Einzelfall gewesen. Ja, muss ja dabei sein, ne? Ja, ja, ja. Ja, vor allen Dingen ist es doch so, in den amerikanischen Schulen werden doch, äh, Waffenkontrollen durchgeführt, da werden also teilweise die, die Schüler, äh, schon vor Unterrichtsbeginn von speziellen Wachdiensten nach Waffen durchsucht, sodass die, dass die Schulen eigentlich dort, äh, weniger an Ort sind, wo, wo Waffen mitgebracht sind. Ja, aber die Lehrer zum Beispiel könnten ja im Lehrerzimmer einen Waffenschrank haben, wenn dann ein Attentäter kommt, ne? Ja, das hört sich vernünftig an, aber wir werden uns über einen deutschen Schüler schießen. Genau. Aber jetzt stell dir mal vor, so ein rot-grün-versiffter deutscher Lehrer würde dann... Gewaltfantasien hast du, merkst du das? Ja, ja, natürlich. Ja, okay. Ja, aber da kann ich nichts dafür, das hat die Frau Merkel mir, wegen der Frau Merkel, das sind Spätfolgen durch die Merkel-Kanzlerschaft, ja. Aber jetzt, ähm, also, das in Deutschland wird es ja nicht funktionieren, weil der deutsche, links-grün-versiffte Lehrer, der, der würde ja dann so eine Waffe, der sagt ja, äh, ne? Der braucht ja keine Waffe, der bringt einfach ein bisschen Marihuana mit, weil die stehen da sowieso drauf und die Schüler freuen sich ganz dolle und werden dann weichgespürt. Oder als Gutmensch wirft er sich selber in die Schusslinie. Das ist auch das Mindeste, was man erwarten kann. Oder er tisst sich in die Hose und ist dann tot. Ja, ja, ja. Okay. Das wird er wahrscheinlich nicht tun. Aber kommen wir mal zum anderen Thema, zum Thema Clans, weil wir es ja schon eben so ein bisschen angerissen haben. Ja, Thema Clans. Ist der organisierte Kriminalität, ist der organisierten Kriminalität zuzuordnen? Ich habe heute und gestern echt gewälzt im Internet. Ich habe versucht, mal vernünftige Zahlen zu bekommen. Das ist ein bisschen schwer, weil die Statistiken halt immer angepasst sind. Im Großen und Ganzen läuft es daraus hinaus, dass Clankriminalität und organisierte mafiöse Kriminalität eigentlich zum Großteil von Deutschen ausgeht. Was sagt ihr dazu? Und danach kommen die Türken, dann kommen irgendwelche Motorradclubs und dann ganz irgendwie am Ende kommen dann unsere neu eingewanderten Fachkräfte. Wie stellt sich das für euch dar? Wenn ich da schon mal gleich darf. Also Spiegel TV hat am Montag natürlich wieder über die Clans in Berlin berichtet, weil ja diese Razzia da stattgefunden hat wegen dem Einbruch in dieses Grüne Gewölbe. Grüne Gewölbe hieß es, glaube ich, ne? Genau. Da gab es ja diese große Durchsuchungsaktion und Spiegel TV hat ja so schon sehr oft über die Clans berichtet. Und weil du ja jetzt gesagt hast, ja, Rockerclubs und Deutsche hätten ja auch irgendwelche Clans. Ich glaube, das kann man, das sollte man nicht tun, sagen. Ich bin auf dieser Internetseite von der Bundesregierung gewesen und habe mir diese Statistik-PDFs mal runtergeladen und mir die zur Gemüde geführt. Ja, aber von deutschen Clans habe ich noch nie bei Spiegel TV-Bericht gesehen. Doch, die heißen Mohammed alle. Doch, doch, das ist deutsch, denn wenn du in der zweiten Generation Deutscher bist, dann bio-deutsch hätte man denn schreiben sollen. Ja, für mich ist es halt nicht deutsch, das sind einfach Ausländer mit deutschem Pass, das ist Staatsangehörigkeit, was anderes. Also der Deutsche ist der Deutsche und der Migrationshintergrund mit deutschem Pass ist nur ein deutscher Staatsbürger, das ist was anderes. Ja, aber in der Statistik steht es bestimmt andersrum. Ja, genau, das meinte ich damit statistisch. Aber wir haben ja, also ich würde nur sagen, für mich gibt es keine deutschen Clans, ja. Nein. Weil von den Clans, die du hörst, das sind diese Rumänien, das sind diese Banden, die halt so Telefonbetrug machen und dich an der Haustür oder die alten Omas zu Hause abzocken mit irgendwelchen Maschen. Und da gibt es ja eine ganz große Clique in Bremen, glaube ich, mit Hunderten von Familienangehörigen. Und in Berlin gibt es ja auch ein riesiges Organigramm, da sind es, glaube ich, auch 300, die zu diesen insgesamt, glaube ich, sieben oder acht Familienstämmen, die sich dort eingenistet haben, gehören. Und das ist, glaube ich, das, was wir als Clan sehen müssen. Ja, weil ein Clan ist ja eine Art Gemeinschaft, bedeutet ja letztendlich so Gemeinschaft übersetzt. Das ist eigentlich ein Clan, das ist eigentlich eine Mafia-Familie. Eine Familie, genau. Und diese Familienstruktur, diese kriminellen Familienstrukturen, die haben wir bei irgendwelchen Rumänen, bei Tschetschenen oder was ich weiß in der Richtung, also bei den osteuropäischen, aber halt jetzt speziell auch bei türkischen, aber jetzt auch muslimischen oder anderen, wie wir es jetzt in Berlin kennen. Und das haben wir beim Deutschen Rockerclub ja jetzt in Anführungszeichen nicht. Da kommt ja jeder Rocker aus einer anderen Familie. Und irgendwelche deutschen Kriminellen, die sich da zusammentun, die sind ja alle miteinander nicht verwandt, in Anführungszeichen. Nee, die Ideologie ist verwandt. Also wenn ich für Hells Angels oder Banditos war, dann habe ich mich an die Vorgaben zu halten. Aber um mal so frei eine Staatsanwältin aus dem Bericht am Montag von Spiegel TV zu zitieren, die hat halt gesagt, das Problem ist, dass diese Berliner Clans, Remo-Clan und wie die alle heißen, dass die halt vor allem justiziabel so schwer zu bekommen sind. Natürlich A, weil die Berliner Justiz natürlich sehr milde ist, weil die sagen, das sind Fachkräfte. Zum Zweiten, weil die halt alle familiell verbandelt, verheiratet sind etc. Und dann wirst du natürlich keinen finden, der gegen die anderen aussagt. Und ja. Ja, wir haben in Deutschland eigentlich die Gesetze, die die Behörden oder die Polizei erlaubt, entsprechend durchzugreifen. In den USA zum Beispiel gibt es da ein extra Gesetz für mafiöse Strukturen, die zu zerschlagen. Und das hat enorm geholfen, dass die italienische Maske zum Beispiel zerschlagen werden konnte und nicht mehr in der Form agieren kann, wie sie es mal gemacht haben. Also die hat ja richtig Köpfe rollen lassen. Das ist jedem durch Fernsehen und Film bekannt. Das fehlt in Deutschland. Da können sie halt nicht ran, weil unsere Politik das Thema nicht aufgreifen will. Weil das sind ja auch irgendwo Wählerstimmen. Wenn wir es jetzt ganz klein runterbrechen. Ich glaube auch, die haben... Ja, die haben so vor sieben oder fünf Jahren den Begriff zugelassen von den kriminellen Vereinigungen. Was natürlich schon 20 Jahre zu spät war, weil alle, die hier schon rumgemacht haben in Puffmilieus und Drogenschiebereien. Wenn es auch am Anfang noch die deutschen Hells Angels waren und so, die das alles abgenommen bekommen haben von den härteren Ausländern, hat die deutsche Justiz dann erst vor... Also natürlich wieder viel zu spät reagiert, um überhaupt den Begriff von kriminellen Vereinigungen anzuerkennen. Ganz peinlich eigentlich. Natürlich. Es ist auch ein Riesenproblem, was wir haben, dass nicht jedes Clanmitglied offen kriminell agieren tut in Deutschland. Weil die meisten Clanmitglieder, die haben halt ihre Dönerbude, die sie von jemand anderem dann wieder übernehmen. Oder irgendwie ein anderes Essensrestaurant. Oder das, was gerade trendy ist, was halt gut läuft. In der Shisha-Bar. Und da läuft es halbwegs sauber und da werden dann auch viele Schwarzgelder gewaschen. Das ist ja allzeit bekannt. Nur den Leuten kann man nicht direkt ans Bein pissen. Die laufen nicht mit der Pistole in der Öffentlichkeit rum und rauben im Juwelier. Ja, sogar den Tätern von dem grünen Gewölbe kann man schwer ans Bein pissen. Die hat man ja jetzt ausfindig gemacht über eine neue Technik, DNA-Technik aus der USA. Im Spiegel-TV-Bericht haben sie gesagt, sie haben am Fahrzeug von einem, also DNA-Spuren gefunden und an dem Fenster, was die also aufgeht, auch mit so einem Brechgerät aufgebrochen haben, haben sie an der Wand auch von einem Remo-Clan, glaube ich, Mitglied DNA-Spuren gefunden. Das könnte jetzt problematisch sein, weil die da ja nicht so ohne weiteres hinkommen. Aber bei anderen Einbrüchen war es eben schon so, dass sie halt auch DNA-Spuren gefunden haben. Aber das heißt halt nur, dass an der Kabeltrommel eventuell einmal einer von den Clan-Mitgliedern dran war. Aber ob der das wirklich war, der die Bank überfallen hat, glaube ich, war das so ein Beispiel, ist dann eine andere Sache. Also diese DNA-Spuren bringen halt jetzt letztendlich nichts oder nur wenig, in Anführungszeichen. Und die Frage ist natürlich, scheint ja auch keine, alles, was der Staat jetzt unternommen hat, in den letzten zehn Jahren hat ja irgendwie keine großartige Wirkung gezeigt. Aber seht ihr denn die Clan-Kriminalität jetzt mal ganz ehrlich als großes Problem? Also es ist ein Thema, ja, wenn es um Gewalt geht, aber meistens ist es ja nicht gegen deutsche Gerichte, das ist ja meistens untereinander. Und das andere ist Wirtschaftskriminalität. Ich meine, da gibt es auch ganz viele andere Zusammenkünfte, die Wirtschaftskriminalität. Also ich weiß gar nicht, ob das so ein Riesenthema ist. In Großstädten vielleicht, ja. Naja, also jetzt pass mal auf. Nee, komm. Der Diebstahl dieser Goldmünze war gegen deutsche Gerichte. Das war ja jetzt nicht ein... Nee, du musst dich immer ab. Nein, du musst dir ehrlich. Du kannst auch mal... Auch das da in Dresden, das war ja deutscher Schmuck, das war auch gegen deutsche Gerichte. Aber nicht gegen dich, nicht persönlich gegen dich. Und die Telefonbetrüger aus Bremen von dieser anderen Familie, die zocken ja auch nur deutsche Rentner ab. Ja, aber ist das ein Riesenproblem? Ja, natürlich. Okay. Kann ich sagen. Also Kleinkriminalität sind immer noch mafiöse Strukturen und die schädigen ungemein der deutschen Wirtschaft. Ich habe heute eine Zahl gelesen gehabt, das waren glaube ich... Das ist Wirtschaftskriminalität. Ja, gehört ja mit rein. Diese Diebstähle machen nicht viel aus. Die können wir nicht gerade drücken, meiner Meinung nach. Aber die Wirtschaftskriminalität, die dahinter steckt, also Schwarzarbeit, das Umgehen von Steuern und alles, was da noch untereinander geschoben wird, das macht 600 Millionen im Jahr aus. Ja, aber die... Was allein der Schaden für Deutschland ist. Ja, aber die... 600 Millionen, fast eine Milliarde. Aber das ist nicht das, was wir unter Kleinkriminalität verstehen. Die Mafia selbst, die italienische Mafia, die wir eigentlich ja nicht so richtig was haben, weil es ja Europäer sind, die machen die großen Entscheidungen. Weil das ist, da geht die ganze Mafia in Deutschland, kaufen hier riesen Unternehmen auf und so. Das finde ich, ist ja auch Kleinkriminalität. Nee, weil der Begriff Clan eigentlich heißt familiäre Kriminalität, ja. Und bei der Mafia mag es sicherlich auch mehrere Leute aus einer Familie geben, aber diese typische Clan-Kriminalität, dass die alle aus der gleichen... Also die haben, glaube ich, den Stammbaum gezeigt am Montag bei Spiegel TV, der geht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Und da ist jeder mit jedem verwandt, jeder mit jedem verheiratet und so weiter und so fort. Und der eine macht wegen die legalen Geschäfte, der andere macht die Immobilien-Geldwäscherei und die anderen machen halt die großen Einbrüche. Ja, aber dann reden wir, Alex, dann reden wir über verschiedene Sachen. Das ist das Problem. Wir reden, du redest über, du meinst diese typische Clan-Kriminalität. So, und da sage ich, ist meine Frage gewesen, das sehe ich nicht das Problem. Die Wirtschaftskriminalität der anderen mafiösen Vereinigungen, die ist viel größer, viel gefährlicher als diese Clan-Kriminalität, meiner Meinung nach. Ja, aber die gab es ja schon vorher, bevor wir Migranten reingeholt haben aus dem Libanon etc. und denen den deutschen Pass geschenkt haben. Ich würde die trotzdem zusammenziehen. Ich mache da keinen Unterschied zwischen italienischer Mafia und Libanesen, osteuropäischen Vereinigung, Zigeunern. Darf man das so sagen oder muss ich Rumänen sagen? Was auch, aber die Mafia arbeitet ja auch eher im Verborgenen, während sich die Clan in Berlin, die führen sich ja auf in einer Form, als wenn die Stadt ihnen gehören würde. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ja, die Italiener wurden aber verdrängt. Die waren dann mal in den 70er, Anfang der 80er Jahre mal ganz stark in Schutzgelderpressungen in Deutschland. Wo sie auch zutage getreten sind, wo sie offen agiert haben mit indischen Verhältnissen wie jetzt, halt nur 80er Jahre style. Jetzt haben wir uns halt ein neues Volk ins Land geholt und die machen ihr Ding auf ihre Weise. Aber trotzdem kann ich da keine Trennung sehen. Für mich ist das eins. Also Clans oder Mafia, das ist für mich ein Überbegriff. Das würde ich immer zusammenziehen. Der Guido wollte, glaube ich, was sagen. Guido? Das Problem, das ich bei dieser Clankriminalität sehe, ist natürlich die Vernetzung untereinander und natürlich auch die schier unglaubliche Menge an Personen, die da natürlich mit drinstecken. Und es kostet die deutschen Ermittlungsbehörden Unmenge viel Zeit, um Personal, das zuerst mal aufzudröseln, wer da mit wem irgendwie verbandelt ist und wer alles in dieser Clansstruktur mit drinstecken tut. Und das ist ja ein riesen Zeitaufwand und personalaufwendig und das braucht alles viel zu viel Zeit. Ja, dann ein schönes Beispiel nochmal. Einer von den Tätern aus Dresden, der hätte eigentlich schon im Knast sitzen müssen, der ist verurteilt worden. Das Urteil war rechtskräftig, aber den hat man noch nicht in Berlin einsitzen lassen und deshalb hat er da einfach nochmal mitgemacht in Dresden. Immer wieder Berlin, ja. Immer wieder Berlin. Ja, weil Berlin so schön ist, wegen der grünen Regierung. Alles schön links, rot, grün alles. Ja, die können auch nicht, die können auch nicht ziehen, verschiedene Namen. Das geht um noch NRW. Und dann sind wir beim Thema Justiz. Was sagt ihr dazu? Brauchen wir mehr Knastplätze, dass sowas nicht passieren kann? Und wie können wir das erreichen? Mein Vorschlag wäre, wir privatisieren die Gefängnisse in den USA und da gibt es genügend Plätze für alle. Bloß nicht. Warum nicht? Bist du, dann ist ja der Anreiz, auf Gottes Willen, nee, ganz schlimme, ganz, also das Einzige, was wir aus Amerika nicht übernehmen sollten, wäre Privatisierung der Knäste. Warum? Wir können es doch, wir können doch, wir können doch, wir haben doch trotzdem noch für uns reigende Gerichtsbarkeit. Ja, aber natürlich wäre die, die wäre ja nun auf alle Fälle, also wenn die Richter keine in diese privaten Knäste schicken würden mehr, dann wären sie nicht ausgelassen, dann müssten wir sie sowieso bezahlen. Aber ich glaube, da sollte man, in diesem Bereich sollte man keine Marktwirtschaft einführen. Okay, also Sven ist dagegen. Ich frage jetzt mal die anderen in der Runde, Tim, wie siehst du das, Privatisierung von Knästen, also dass die Privatwirtschaft baut und dort für die sichere, schöne Unterbringung in Good Old Germany sorgt? Also ich wusste nicht erst, dass die amerikanischen Knäste privatisiert sind, was ich aber weiß ist, zum Beispiel der Knast, den sie hier gebaut haben in Darmstadt bei Weiterstadt, der ähnelt eine Spa-Oase. Das ist meines Erachtens nach nicht nötig, weil Knast sollte eigentlich schon auch ein bisschen Verzicht sein auf Luxus. Aber aus Berlin weiß ich, da lassen sich ja viele auf der Straße rumlaufen, weil sie eben keinen Platz mehr haben in Knästen. Insofern, glaube ich, müssten wir mehr haben. Ja. Und jetzt mal, wenn ich rausfalle, dann war es das. Moritz, hat er noch was? Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe, aber der Staat ist unfähig, in den Flughafen zu fahren und ist unfähig, genügend Räume... Berlin ist unfähig, Flughafen zu bauen. Berlin war früher sexy, jetzt ist er noch unfähig. Guido, wie siehst du das, Privatisierung von Knästen? Ich sehe das eigentlich sehr kritisch, denn ich denke, mit der Privatisierung wird auch der Korruption wieder Tür und Tor geüftet. Ja. Die schleusen dann von außen Geldmengen ein, um den und den zu bestechen und jeder Mensch ist irgendwo bestechen. Ich denke, es sollte ein staatlicher Hand bleiben. Okay. Also, darf ich kurz was sagen, Moritz, das würde ich jetzt nicht so sehen, weil das ist jetzt in Gefängnissen auch schon gang und gäbe. Interessanterweise war zum Beispiel, es gab ja diese große Clanbeerdigung da in Berlin und da wurde dann, hat ein Clanmitglied ein anderes, was im Knast sitzt, per Videotelefonie an der Beerdigung teilnehmen lassen. Und dann hat sich auch noch, der hat sich dann auch nicht nehmen lassen, live per Videoschalte aus dem Knast, inzwischen ist er entlassen nebenbei bemerkt, das Video, die haben es später abgenommen, aber dann auch noch einen Spiegel-TV-Reporter zu beschimpfen. Also, die kommen eh an alles ran, ob das jetzt privatisiert ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Unter staatlicher Aufsicht ist es immer noch besser kontrollierbar wie unter privater Aufsicht. Um Alex noch ein bisschen zu untermauern, ich habe heute auch einen wunderschönen Artikel gefunden im Internet, das war, glaube ich, eine Berliner Zeitung gewesen, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Und da haben Knackis auf Facebook Bilder von ihren Essen veröffentlicht, wie dreckig das doch eigentlich ist, dass sie so wenig zu essen kriegen und wie so ein Frühstück, Mittag und Abendbrot aussieht im Knast. Mit ihren Handys haben sie das online gestellt. Eine kleine Randnotiz war, es ist ja eigentlich illegal, aber ja, wir sollten ja eigentlich über das miserable Essen in deutschen Gefängnissen reden. Ja, also meine Meinung dazu würde ich auch noch kurz sagen, weil der Punkt ist der, ich bin ja generell jemand, der gegen Privatisierung ist. Wir haben in vielen Bereichen bei der Privatisierung gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel beim Telekommunikationsmarkt, ja. Aber in anderen Bereichen wie im Strombereich, im Gasbereich und da hat die Marktwirtschaft nichts großartig gebracht. Bei der Wasserwirtschaft ist man am Zurückrudern bei der Privatisierung. Und es gibt viele, viele andere Beispiele auch, wo Privatisierung nichts gebracht hat und die Kosten nur in die Höhe getrieben haben und so weiter und so fort. Und der Staat ja dann auch überlegt hat, wir wollen Autobahnen privatisieren und so weiter und so fort, weil man eben sagt, dann investieren die ihr Geld. Langfristig zahlen wir zwar drauf, aber wir müssen selber nicht bauen und nicht Geld investieren. Das ist der Wunsch des Staates jetzt sozusagen, wie der Moritz das Beispiel bringt, zu sagen, ja, wir müssen uns nicht um die Finanzierung der Knäste kümmern, sondern das machen Private. Natürlich müssen die dann gut befüllt werden, unter Umständen sind sie dann nicht befüllt, müssen aber vielleicht trotzdem bezahlt werden vom Staat mit irgendeiner Pauschale. Aber wenn ich sehe, dass in Berlin eben Straftäter frei rumlaufen, dass es nicht genügend Plätze gibt, um Personen, die abgeschoben werden müssen, in Abschiebehaft zu nehmen, dass viele vorzeitig aus der Haft entlassen werden, weil man den Platz für einen anderen braucht, für einen Nachrücker, dann muss ich sagen, da stimmt etwas nicht, da gibt es quasi einen Staatsunfähigkeitsrabatt auf Straftäter. Wenn man das in private Hände geben würde, würde natürlich sich da sicherlich Investoren finden, die solche Gefängnisse aufbauen und die würden natürlich auch dafür sorgen, automatisch, dass genügend Platz da ist und nicht jemand vorzeitig raus muss, weil es ist wie ein Hotel und der Hotelbesitzer, in dem Fall der vom Gefängnis, der sagt natürlich, ich will eine Top-Belegung haben, möglichst 100 Prozent, weil ich dann am meisten Geld verdienen kann und die werden dafür sorgen, dass die Gefängnisse dann auch gut gefüllt sind und der Nachschub von der Justiz beliefert werden kann. Moment, Moment, und in diesem Punkt würde ich sagen, würde ich das begrüßen aus dem einfachen Grund, weil der saure Apfel dann vielleicht, dass es für den Staat teurer wird, dann da ist, aber die Sicherheit steigt. Nee, gerade absolut nicht. Ich meine, finanziell hast du recht, das könnte klappen, aber die Beamten, die jetzt da sind, die Staatsdiener, wie wir sie auch so schön nennen, die haben kein Interesse daran, irgendwie mit den Leuten anders umzugehen. Jetzt stell dir mal vor, es wird es in private Hände geben, da wird es doch Klageprozesse ohne Ende haben gegen Sicherheitskräfte dann. Das sind keine, die sind nicht vereidigt, das können Hilfsarbeiter sein, die könnten dann die Leute mal tratieren. Du musst ja auch die Nachteile sehen. Also du kennst doch diese schönen, du siehst ja immer gerne NTV. NTV schaue ich gar nicht. Nee, da musst du mal, oder Welt, was auch immer. Da werden doch die amerikanischen Knasten immer gezeigt. Und das ist wirklich, wenn da private Sicherheitskräfte sind, wie die mit den Leuten umgehen, das ist schädlich. Man kann den amerikanischen Knast jetzt nicht mit den deutschen vergleichen. Dort herrscht ganz andere Kriminalität auch im Knast und ein ganz anderer Umgang und eine ganz andere Gewaltbereitschaft als bei uns in Deutschland. Es geht um die Sicherheitskräfte. Genau, da habe ich aber auch ein gutes Gegenargument. Jetzt haben wir da Beamte, die wir dann auch in der Rente durchfüttern müssen. Und wenn man dann günstigere andere Fachkräfte einsetzen kann, dann kann man die Kosten senken. Da muss ich wieder an die Steuerzahler denken. Und wenn jemand, pass auf, da ist ja eh alles wieder überwacht und wenn sich da ein Mitarbeiter aus dem Sicherheitspersonal daneben benimmt, dann wird er halt eventuell selber zum Straftäter und kann in die Zelle nebenan einziehen. Richtig. Und jetzt habe ich mal an alle eine Frage, die jeder Einzelne mal beantworten soll. Und zwar, was denkt ihr, was kostet ein normaler Häftling und was kostet ein Schwerverbrecher-Häftling am Tag im Gefängnis? Was schätzt du? Alex, fang mal an. Ein normaler Häftling und ein Schwerverbrecher-Häftling ist, der sitzt in der Einzelzelle oder wie? Ein Schwerverbrecher, der besondere Zuwendung braucht. Also Einzelzelle und weil er halt so kriminell ist und auch im Gefängnis eine hohe Kriminalität. Also Einzelzelle haben ja so die meisten, glaube ich, in Deutschland. Aber jetzt ist die Frage, was meinst du mit spezieller Zuwendung? Also sprich, alle drei Stunden mal ein bisschen Reizgas oder was ist da die... Nee, spezielle Zuwendung, dass da alle zwei Stunden wahrscheinlich dann Werter vorbeigucken muss. Oder irgendwo am Betonpickern ist. Es spielt ja keine Rolle. Die Justiz macht einen Unterschied bei Schwerverbrechern und bei normalen Häftlingen. Was meinst du, was kostet ein normaler Häftling am Tag im Feuerzahler und was kostet ein Schwerverbrecher am Tag dem Schwerverbrecher? Also am Tag sozusagen. Was kostet die Unterbringung im Hotel, Knast sozusagen am Tag? Ja. Da sind ja wahrscheinlich jetzt dann also Strom, Wasser, Gas, alles dabei wahrscheinlich, inklusive Verpflegung? Alles dabei, die Komplettversorgung. Und natürlich auch die Miete für die Zelle und die ganze Sicherheit. Und der Werter, der da rumläuft und der Bau, alles mit eingerechnet. Also ein normaler Häftling, schätze ich mal, wird am Tag auf alle Fälle mehr als 100 Euro kosten. Dann, ich schätze mal, 180 Euro. Und so ein Hochsicherheits-Heini, sag ich jetzt mal, der wird vielleicht dann 350 Euro kosten. Okay. Eine Schätzung? Also was habe ich gesagt? 180, 350. Ja. Was gibt es zu gewinnen? Kurzfrage, Moritz, was bittest du an für den, der am nächsten dran liegt? Das ist wahrscheinlich ein... Gar nichts. Dann habe ich einen Händedruck. Okay. Oder eine Woche lang gratis Urlaub im schlimmsten Knast Deutschland. Ja. Okay. Fragen wir mal die anderen in der Runde, Sven. Was ist dein Tipp? Der hat wahrscheinlich schon gegoogelt, der Sven. Der cheatet immer bei solchen Sachen. Okay. Nein, nein, nein. Also ich gehe mal von aus, 6.000 Euro im Monat kostet der teure und 3.000 Euro. Pro Tag? Ja, dann sag doch, rechne mal aus im Kopf. Also das wären dann 200 Euro und der andere kostet 100 Euro. Was? Der Schwerverbrecher kostet nur 100 Euro? Nein, der andersrum. 100 Euro. Also 100 Euro und der Schwerverbrecher kostet 200 Euro. Ja. Ja, Tim, bitte. Also ich meine, ich hätte damals gelesen, von wegen Weiterstadt in Darmstadt, beziehungsweise Frankfurt, so ein Mittel zwischen 300 und 400 Euro pro Tag, der normale. Und dann würde ich einfach von dem Spezialverbrecher, habe ich nichts gelesen, würde ich einfach mal die Hälfte bis das Doppelte draufschlagen. Also das heißt 300 Euro und 500 Euro. Ich habe mal 350 und der andere kostet 800. 800? 800 Euro. Alles klar? Ja, wenn der normal zwischen 300 und 400 ist, wahrscheinlich mit beheizter Gummi. Ja, er hat ja auch erzählt, der Tim bei ihm, das ist luxuriös, da hat jeder seinen eigenen Pool. Cool. Guido, was ist deine Einschätzung für den normalen Häftlingen, als auch für den Pflegebedürftigen in Anführungszeichen? Ja, aber ich habe meine Einschätzung liegt bedeutend höher. Ich sage, der normale Häftling zwischen 400 und 500 pro Tag. Also 400 dann quasi? Ja, 400 bis 500 pro Tag. Also 450. Ja. Und der mit besonderer Zuwendung gehe ich soweit 1500 bis 2000 Euro pro Tag. Also 1.700 haben wir mal. Also gut. Ja, jetzt haben wir ja alles dabei gehabt, Moritz. Also ich habe leider die jüngsten Zahlen, die ich gefunden habe, die jetzt stichhaltig sind, das wären für den normalen Häftling. Das sind Zahlen von 2015. 133 Euro, 55 Cent, der normale Häftling. Am Tag, wohlgemerkt, Kostenpunkt für den Steuerzahler und der Schwerverbrecher 450 Euro. Das macht im Jahr 164.000 Euro und 250. So. Was der Schwerverbrecher dem Steuerzahler kostet. Das ist jeweils nur eine Person. Ja. Und jetzt gucken wir uns mal, jetzt können wir ja mal überschlagen. Lass uns erst mal kurz zur Siegerehrung kommen. Ja. Also 133 Euro zu 450 Euro. Ich habe die Zahlen gerade mitgeschrieben, weil der Hörer wird es jetzt natürlich nicht aufnotiert haben. Ich sehe auch hier im Chat, da wurde es sogar noch günstiger geschätzt hier. 80 Euro, 120 Euro. Na gut, also ich hatte ja gesagt, 180, 350. Also die richtigen Werte waren 133 und 450. Für den Schwerverbrecher am nächsten dran liegen tut in gewisser Weise der Sven, was den normalen Straftäter betrifft. Der hatte ja 100 Euro gesagt. Das sind 133 Euro, damit ist er am nächsten dran. Was den Intensivstraftäter oder was auch immer da, also den, der auch wenigstens, keine Ahnung, der halt auch ausbrechen möchte oder wie auch immer. Da hatte ich 350 gesagt, 450 sind es. Da hat der Sven aber zu tief gestapelt mit 200. Also ich würde mal sagen, Sven, wir teilen uns den ersten Platz. Wir machen den Urlaub gemeinsam, diese eine Woche lang in der Strafzelle. Da kuscheln wir dann uns aneinander. Ja, du kriegst auch die Bevorzugung der schweren Häftlinge. Ja, du kriegst die männlichen Knast-Touren und nicht die weiblichen. Ja, ist ja okay. Aber wie gesagt, man muss immer noch bemerken, das sind veraltete Zahlen. Aktuelle Zahlen habe ich leider überhaupt nicht gefunden, von letztem Jahr oder von diesem Jahr. Aber man kann das ja überschlagen, das hat sich wahrscheinlich schon ein bisschen verteuert, um 20, 30 Euro. Und ja, dann liegen wir ja eigentlich schon, wenn man das jetzt auf die Privatwirtschaft umlegen würde, dann also für 130 Euro, so ein Gästezimmer, für einen normalen und 450 Euro, was der Staat aufwenden muss vom Steuerzahler, würde ich sagen, könnten wir eigentlich auch die Gefängnisse privatisieren. Und da können wir wahrscheinlich 40, 50 oder 100 Euro sparen. Jetzt warte auf, ich habe es mal ganz kurz für die Hörer ausgerechnet. Also für den normalen Häftling sind es dann 4.056 Euro im Monat. Richtig. Und für den intensiv speziell betreuten Häftling sind es dann 13.725 Euro im Monat Kosten. Das ist eine sehr günstige Sache für den deutschen Staat und für den deutschen Steuerzahler. Das erklärt natürlich auch, warum die Justiz vielleicht sagt, wir lassen sie lieber eher raus. Auf der anderen Seite kann man auch verstehen, warum wir jetzt dann das ein oder andere Goldstück und Fachkraft, die schon fachkrafttätig tätig geworden ist, nicht gerne in den Knast sitzen, sondern die Richter sagen, wir geben da nochmal eine Bewährungsstrafe zum zweiten, dritten, vierten Mal, weil es halt einfach teuer ist, die einzusperren. Und es ist dann im Flüchtlingsheim anscheinend die Unterbringung noch günstiger. Oder halt in der Privatwohnung, es gibt ja viele Flüchtlinge, die auch in der Privatwohnung sind, das will ich jetzt gar nicht auf Flüchtlinge oder auf Kriminelle generell, die haben ja dann, man kriegt ja auch vielleicht Sozialhilfe noch dazu. Also jedenfalls Fakt ist, die Unterbringung, 4.000 oder 13.500 Euro so grob gerundet, das ist schon wirklich viel. In der Summe, muss ich sagen, werde ich eher ein wenig tiefer gestapelt, aber na gut. Du musst noch eins sehen. Ich meine, das hört sich echt wild an, aber der Durchschnitt ist doch nur interessant. Wie viele Deutsche sind komplett im Knast, oder wie viele sind in Deutschland im Knast, wie viele extremen Schwerverbrecher sind es, das wird sich nachher alles auf 150 Euro runterrechnen. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass genauso viele Schwerverbrecher im Knast sind wie auch leichte. Also das wird schon proportional wesentlich weniger sein und dann kommen wir bei 200 Euro raus am Ende. Da müssen wir mal ehrlich sein. Ich würde sagen, die Neuzugewanderten gehen eher wohl in die Schwerverbrecher-Richtung, weil die mit den legeren Knastbedingungen, die wir in Deutschland haben, das nutzen die natürlich voll aus, zünden ihre Zelle an, vandalieren da rum, schreien da rum und brauchen dann halt intensivere Pflege im Gefängnis. Weil mit den Gefängnisbedingungen, die wir in Deutschland haben, das kennen die nicht in ihrer Heimat. Die brauchen ja eine Sonderbehandlung, sagt man so. Ja, aber so viele Plätze haben wir doch gar nicht. Das ist doch jetzt, so viele Plätze haben wir doch gar nicht. Ja, das ist ja auch unser Problem, denke ich mal, in Deutschland. Deswegen mangelt es ja überall. Hast du denn, bei D-Live fragt einer im Chat, das ist eine gute Frage, wie viele Leute sind denn überhaupt in Deutschland aktuell im Gefängnis? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe leider keine Zahlen dazu gefunden. Also, pardon nicht. Wollte ich ganz gern wissen, aber eine richtige Durchschnittszahl habe ich echt nicht gefunden, was aktuell ist. Es ist halt nur die normale Tendenz, dass sich das mit den Jahren immer weiter verstärkt hat. Also, die Auslastung von den Gefängnissen. Aber wahrscheinlich sind es viele Gefängnisse, also was ich gefunden habe, dass viele Gefängnisse mittlerweile überbelegt sind. Das ist deswegen, wozu Spannungen kommt unter den Häftlingen. Aber, was da genau ist, da sind die Daten nicht unbedingt so einfach zugänglich. Werden sie auch sicher nicht ganz gerne rauslassen, so. Ja. Ich auch. Wenn dann eine vernünftige Statistik, die wäre, ich weiß nicht, da muss wahrscheinlich dann erst mal wieder unseren Justizminister da ein bisschen dran rumschrauben, sodass man wieder ein bisschen klar schimpft. So, vielleicht kommen wir zum nächsten Thema. Ich würde noch mal sagen, ihr könnt natürlich zur Runde dazustoßen. Ich muss sagen, bis jetzt läuft es, wir fallen uns recht wenig ins Wort. Wir könnten eigentlich noch ein paar mehr reinholen. Wenn ihr anrufen wollt und mitreden möchtet, dann wählt die 065146863 mal die 3. Ihr könnt die Rufnummer auch aus eurer Gefängniszelle erreichen, falls ihr uns dort hören solltet. Das ist also auch möglich. Wir sind also wirklich für jeden da erreichbar. Ja, Moritz, wollen wir das Thema verlassen? Oder ist da noch was bei dir auf den Zettel als Frage? Nee, wenn die anderen noch eine Sache auswählen wollen. Ich würde noch eine Sache. Also wir sollten uns jetzt mal grundsätzlich darüber kurz unterhalten. Sind wir der Meinung, dass in Deutschland die Leute zu wenig bestraft werden und in den Knast gehören? Oder ob wir das richtig machen? Weil das ist, wir sehen amerikanische Verhältnisse, das sind am meisten Einwohner pro Million im Knast. Und bei uns, glaube ich, ist es mit am wenigsten. Die Frage haben wir ja gar nicht beantwortet eigentlich, weil das ist ja wichtig. Ist unser Justizsystem, macht das das richtig, dass wir viele nicht in den Knast strecken? Oder sollten wir mehr in den Knast stecken? Punkt. Also ich glaube, man sollte uns nicht mit Amerika vergleichen. Das kann man, weil die Frage, meine ich, kann man auch ohne den Vergleich beantworten. Und wenn ich, wie gesagt, höre, dass in Berlin Leute nicht verknastet werden, die eigentlich eine Knaststrafe kriegen, aber der Knast zu voll ist und deswegen draußen rumlaufen können, würde ich sagen, es könnten mehr im Knast sein. Guido, wie siehst du das? Ich möchte mich der Meinung da anschließen, weil das amerikanische Rechtssystem ist mit dem Deutschen wenig vergleichbar. Es gibt in Deutschland auch keine Regel, dreimal bei einer leichten Straftat erwischt, ab in den Knast. Das gibt es in Deutschland eben nicht. Das gibt es aber sehr wohl in den Staaten. Und deswegen sind Vergleiche anzustellen zwischen den beiden Systemen, glaube ich, kontraproduktiv. Aber ich denke, es sollten mehr Kandidaten ihrer gerechten Strafe schon zufrieden werden. Dieser Vergleich hier, den der Sven natürlich immer mit den USA zieht bei allen Themen jetzt, ist mir aufgefallen, ist ja auch blöd, weil wir vergleichen ja jetzt auch nicht das deutsche Justizsystem mit Russland oder die Knäste von Deutschland mit Russland oder mit Venezuela oder China oder sonst irgendwas. Also warum ist da jetzt immer die Amerikaner die Referenz? Vielleicht ist der Knast in China einfach auch viel schöner oder viel effizienter, ne? Du, das hat nur deswegen gepasst, weil die ja ein rigoroses System fahren. Ja, aber die Chinesen auch, da kommst du ins Arbeitslager oder noch? Das wissen wir ja nicht. Du, die Zahlen wissen wir nicht. Deswegen kann ich da nicht drüber sprechen. In Russland möchte ich auch nicht in Gulag kommen. Ist klar. Aber, ähm, oder wo auch immer, wie sie das dann nachher nennt. Die sind ja noch schlimmer, die Knäste. Nee, es geht ja grundsätzlich darum. Und jetzt nehme ich Amerika immer der Finger als Beispiel, weil die ja alles liberalisiert haben. Die haben das privatisiert. Die haben alles das, von wem wir eben vorher geredet haben. Und das Ergebnis ist, dass da sehr viele im Knast sind. Auch viele, ich sag ich jetzt, viele Schwarze sind im Knast. Und alles das, was die gemacht haben, hat nichts geholfen. Ich versuche das zusammenzukriegen. Also ich persönlich bin ja der Meinung, dass unsere... Entschuldigung, wenn ich hier einspringe kurz. Natürlich haben sie viel im Knast, aber was geholfen hat, sehr zum Beispiel, war die Null-Toleranz-Politik von Giuliani in New York in den anfänglichen 80er Jahren. Als sie ganz hart durchgegriffen haben, damit haben sie Kriminalität ohne W.O. Also immens heruntergeschraubt. Deswegen bin ich ein großer Freund von Null-Toleranz-Politik. Das hat sehr gut gewirkt. Das hat natürlich auch die Knäste voll gemacht. Keine Frage. Aber es hat New York gerettet als Stadt, dass man da wieder als Tourist hingehen kann. Ja, und wir haben Voll-Toleranz-Politik bei uns in Deutschland. Ich bin der Meinung, die Knäste in Deutschland könnten spartanischer werden. Da kann man sich sicherlich aus südafrikanischen Ländern ein bisschen was abschauen, wo man dann noch an Kosten sparen kann. Das ist eher zu viel Hotel in Anführungszeichen als wirklich Strafe. Das Zweite ist, was die Frage war ja, eigentlich sollten mehr Leute schneller ins Gefängnis kommen. Und wenn man dann hört, wie viele Vorstrafen, wie viele Gewalttaten der ein oder andere schon auf dem Kerbholz hat. Und egal jetzt, ob Migrant, Flüchtling oder Deutscher. Also da gibt es ja in allen Bereichen welche. Ich glaube, in Berlin sagt man, er ist ein Intensivtäter, wenn er mehr als zehn Straftaten im Jahr begeht. Also das muss ja einer sein, der das wirklich hauptberuflich macht. Und wenn man dann hört, es wird zum ersten Mal einer verurteilt, weil er vorher schon fünf, sechs Mal beim Richter stand, wegen irgendwelchen Diebstahl oder sonst irgendwelchen Sachen. Und dann kommt man zu irgendeiner Jugendstrafe oder zu irgendwelchen anderen Kleinigkeiten. Also ich denke, es ist schon besser, die Leute schneller ins Gefängnis zu schicken, vielleicht auch nur mal kürzer, um schneller einen Lerneffekt zu erzeugen. Ja, da gibt es bestimmt psychologische Untersuchungen dazu. Aber ich glaube, in Deutschland wird generell zu wenig verurteilt, zu wenig Strafen ausgesprochen und auch zu wenig Gefängnisstrafen. Darf ich da auch noch meine Meinung zu sagen? Das ist selbstverständlich, Moritz. Also ich bin generell für mehr Knastplätze, aber in Verbindung auch mit Sozialarbeit oder Ausbildung im Gefängnis. Die Jungs, die im Gefängnis sitzen, die sollen arbeiten. Besonders im Jugendknast, sollen da ihre Ausbildung machen können und sollen sozialtherapeutisch darauf vorbereitet und nachbearbeitet werden. Nicht in der Form, wie es in den USA ist, dass sie dann auf irgendeine christliche Dogma da eintrainiert werden und dann ihre Haft verkürzen können. So nicht. Die sollen ihre Strafen absitzen, sollen auch keinen Haftnachlass erreichen können, aber sollen ausgebildet werden, wenn sie da schon drin sind. Und da eignen sich ja auch grüne Politiker. Das ist dann sozusagen der Inquisitor, der da durchgeht und die da halbwegs wieder zu Recht scharfelt im Kopf. Das ist meine Meinung. Also man sollte da mit zwei Spertern arbeiten. Also wir haben immer noch genügend Leitungen frei. Man kann anrufen und noch zur Runde dazustoßen. Ja, Moritz, was wollen wir als nächstes? Weil da würde ich auch mal die anderen Herrschaften dann auch langsam wieder aus der Trockrunde entlassen, wenn andere dazustoßen. Aber anscheinend möchte sich da jetzt keiner äußern. Ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Vielleicht auch absteckend gerade. Ja. Thema Bundeswehr. Wollen wir da rüber gehen? Ja, bitte. Gerne. Also ich habe da eine Meinung zu. Und meine Meinung ist eigentlich, wofür brauchen wir noch eine Bundeswehr in Deutschland? Ich sehe da keinen Sinn drin. Könnte eigentlich abgeschafft werden. Offens ist es sowieso momentan überhaupt nicht schlagkräftig in irgendeiner Form. Und zweitens, wofür brauchen wir die? Ich sehe keine Feinde ringsherum um Deutschland. Der Pole, der Tscheche, der Franzose, der Schweizer oder Österreicher. Wer soll uns angreifen? Der Engländer, soll der uns wieder bombardieren? Wofür müssen wir so ein Heer unterhalten, was uns ein Jahr abgerundet 50 Milliarden kostet? Offizielle Zahlen steigend. Und dafür könnte man eine ganze Menge in Deutschland machen, was dieses Nationalgefühl wieder stärken würde. Denkmäler restaurieren, neue Sachen einweihen, und für dieses Geld könnte man massiv in Deutschland investieren und da Geld ausgeben. Wofür brauchen wir noch so ein Heer, was in Deutschland ist? Ja. Und zum Thema Auslandseinsätze gehört, kommt der da auch mit dazu? Warum? Brauchen wir nicht. Wir haben eine NATO, die kann sich drum kümmern, auch wenn wir NATO-Mitglied sind, aber dann kann man ja irgendwas anderes machen. Man könnte da eine NATO-Armee gründen, die sich da durch Freiwillige zusammensetzt. Man könnte die ganze Sache privatisieren über Blackwater, dass die für Geld für die Regierung offiziell ins Gefecht ziehen, was da irgendwo gemacht werden muss. Wofür müssen wir das haben? Das ist ja eigentlich nur noch ein Statussymbol. Ich habe das dickste Schiff, ich habe die dickste Kanone, ich habe den besten Panzer, aber am Ende fehlt es Geld für einen Diesel beziehungsweise für Munition, und die Rekruten wachsen auch nicht auf Bord. Also du sagst aus deiner Sicht Bundeswehr weg und keine Auslandseinsätze mehr, ne? Alles weg, ja genau. Alles weg. Jetzt drängt es mich da gleich darauf zu antworten, wenn ich vielleicht da vorpreschen darf. Ich bin der Meinung, du hast gerade 50 Milliarden gesagt, Moritz. Abgerundet. Abgerundet. Das ist die Summe, die uns die Flüchtlinge kosten. Solange wir uns diese Flüchtlinge noch leisten können, können wir uns auch die Bundeswehr leisten. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, weg mit den Flüchtlingen und dafür lieber der Bundeswehr die 50 Milliarden geben oder vielleicht sogar den Etat noch aufstocken. Weil du jetzt gesagt hast, Moritz, ja, um uns herum sind keine Länder, die uns angreifen. Ja, wir haben Beispiele gesehen, dass das ganz, ganz schnell geht. Ja, die Türkei hat sich eingemischt in irgendwelche Sachen. In Bergkarabach gab es plötzlich Krieg. In der Ukraine gab es plötzlich Krieg. Ja, das kann ganz, ganz schnell gehen. Das ist eine Sache, die kann in zwei Jahren sein, dass der Pole uns überfällt, weil er sagt, die Deutschen machen die Grenze nicht dicht oder die Merkel ist weg. Und die können nicht zurückschießen, meinst du? Oder als Beispiel, die wirtschaftliche Situation aufgrund von Corona wird in Deutschland immer schlechter. Die Länder zerstreiten sich. Die anderen sagen, Deutschland muss mehr zahlen. Und dann kommt der Niederländer über die Grenze, weil er sagt, ich muss mir jetzt einfach das holen, was mir zusteht. Wir können also gut eine Nationalgarde machen und die Leute sind unter Waffen und kümmern sich hauptsächlich. Ja, aber wenn was ist, dann können sie auch noch... Die Bundeswehr, ob die richtig kampffähig ist und die werden trainiert. Und wenn das alles dann noch Privatleute sind, wird es natürlich noch schwieriger werden, ob die Schweizer Armee, die jetzt zu Hause ihre Waffen hat, wie wir vorhin gehört haben, ob die wirklich richtig kampffähig sind, wissen wir jetzt nicht. Die Schweiz war ja schon lange in keinen Krieg mehr verwickelt. Aber ich will nur sagen, klar heißt es jetzt ja, Europa, wegen Europa haben wir keinen Krieg mehr und wir sind alle ganz lieb und so weiter und so fort. Die Polen und die Deutschen haben sich auch gut verstanden. Plötzlich war der Adolf drüben gestanden mit seinen Panzern über Nacht. Also das kann immer passieren und Krieg kann kommen. Vielleicht können wir sogar fast behaupten, der ist schon überfällig. Aber, ja, also statistisch gesehen wahrscheinlich, wenn man die letzten Jahrhunderte anschaut, ich will damit sagen, klar könnte man sagen, jetzt brauchen wir es nicht. Vielleicht brauchen wir es in drei Jahren, vielleicht brauchen wir es in zehn Jahren und dann können wir natürlich nicht eine Armee aus dem Ärmel schütteln, finanziell mit Herstellen von Waffen und Ausbildung und so weiter und so fort. So eine Armee, eine Verteidigungsarmee jetzt, haben die Länder natürlich, halten die einfach vor zum Schutz der Bevölkerung, falls etwas passieren würde. Ich gehe natürlich davon aus, dass die Bundeswehr, so wie sie jetzt ist, nicht verteidigungsfähig ist. Ja, also wir sind bestimmt eines der wenigen schlecht verteidigungsfähigsten Länder in Europa. Aber trotzdem möchte ich nicht, dass irgendwann mal einer, vor allem wenn wir gar keine Armee mehr haben, denkt, naja, jetzt, also die Deutschen haben jetzt gar keine Armee mehr, da können wir jetzt auch rübergehen und uns das Land zurückholen oder was auch immer, befrieden oder es gibt ja viele Patrioten, die schreien ja förmlich in andere europäischen Länder nach dem Motto, marschiert bei uns ein, befreit uns von der Merkel. Was das ist ja eigentlich auch nicht patriotisch. Ich würde sagen, also deshalb, wir brauchen die Bundeswehr. Man könnte sie natürlich auch im Inneren für irgendwelche Kleinigkeiten einsetzen, wo man jetzt die Bundespolizei einsetzt, einfach um die Kosten und dass sie nicht nur rumsitzen. Und was war die zweite Frage eigentlich in dem Zusammenhang? Ob die, ach ja, die Auslandseinsätze, von denen halte ich natürlich überhaupt gar nichts, weil die Bundeswehr in keinen Kampfhandlungen im Ausland ist. Das heißt, sie können dort weder Schießen üben noch militärische Sachen üben. Sie gehen nur runter zum Brunnenbohren, zum Versorgen, zum Bauen von Schulen etc. Das ist humanitäre Aufgabe. Dafür ist die Bundeswehr nicht geschaffen. Dafür werden die Leute bei der Bundeswehr nicht ausgebildet. Wenn, dann runter zu Kampf einsetzen, damit sie sich schulen und erproben können im Nahkampf und im richtigen Kampf. Oder eben gar nicht. Ich persönlich bin für gar nicht. Aus dem einfachen Grund, warum sollten wir das machen? Ich denke, jetzt wollen ja, die Amerikaner wollen jetzt Afghanistan schnell abziehen. ist eine tolle Geschichte. Warum? Die waren jetzt lang genug unten. Der Afghane muss das jetzt mittlerweile mal selber in die Hand nehmen können, sein Problem da unten. Und das ist also meine Meinung. Bundeswehr behalten, stark machen, besser ausstatten, kampffähig machen, weg aus dem Ausland. Aber wir brauchen sie, falls der Österreicher irgendwann sagt, jetzt kommen wir rüber und befreien die deutschen Patrioten. So. Ja, lassen wir mal die anderen zu Wort kommen. Die anderen zu Wort kommen. Jawohl, bitte. In, bitte. Ja. Bundeswehr brauchen wir. Gleichzeitig müssen wir aber, also wieder wie früher, wie vor 20 Jahren, es muss wieder eine Wehrpflicht geben. Weil was jetzt passiert... Ja, lass mich mal kurz. Ich wollte nur kurz Unterstützung geben. Okay, danke. Das Problem ist nämlich, wenn wir eine Berufsarmee haben, passieren genau diese Auswüchse, die gerade passieren. Es, ähm, das, äh, die sich entfernt von der Landesverteidigung, weil das alles Fachkräfte sind, gesellschaftliche Fachkräfte, und die eigentlich nicht für die Verteidigung des Landes da sind. Ich würde aber gleichzeitig auch noch raus aus der NATO gehen müssen, weil wir uns nicht einspannen dürfen. Wir müssen ein rein defensives, weil wenn der, wenn auch, warum auch immer der Österreicher auf die Idee kommt, uns anzugreifen, ja, verteidigen, ja, aber alles andere sollten wir uns raushalten. Das hat keinen Sinn, diese ganzen, wir haben es jetzt erlebt, seitdem es die NATO gibt, es wird immer missbraucht, es wird immer versucht, uns mit reinzuziehen, dass wir finanziell unterstützen müssen, dass wir logistisch, was wir auch immer sich da ausdenken, ja, wir, wir, eigentlich ist es keine Landesverteidigung mehr. Und das muss abgestellt werden. Eine reine defensive Verteidigungsarmee mit Bürgern in Uniform, so würde ich sie sehen wollen. So, Nächste. Und der Nächste? Ja, du, dass ich bist. Ja, bin ich. Ja, Tim zum Beispiel, du wärst der Nächste. Entschuldigung, bitte was? Ja, dann gehen wir mal erst mal zum Guido. Guido, was sagst du dazu? Ja, ich denke, die Bundeswehr hat nach wie vor gebraucht. Die Welt ist in stetigem, schnellem Wandel. Niemand kann also sagen, was in 10, 15 Jahren mal passiert. Gerade auch mit Hinblick auf Länder wie die Türkei und andere arabische Staaten. Auslandseinsätze lehne ich grundsätzlich ab. Weil die Länder müssen ihre Probleme auch irgendwie selbst regeln können. Und wenn sie sich die Köpfe einschlagen, bis keiner mehr da ist, ist das Problem auch gelöst. Das ist also eine Aufgabe der deutschen Bundeswehr. Zumal die Bundeswehr wird ja auch im Inneren als Hilfsgruppe eingesetzt. Schaue jetzt bei den Corona, wo sie die Gesundheitsämter unterstützen oder bei irgendwelchen Flutkatastrophen, Dampbrüchen, wo sie also die Sandsäcke schaufeln. Also Bundeswehr wird nach wie vor gebraucht. Und auch im Einsatz im innerländischen Bereich. Okay. Tim, bitte. Ja, also ich bin auch der Meinung, dass man die Bundeswehr nicht abschaffen sollte. Ganz im Gegenteil, ich wäre auch wieder für den Pflichtdienst. Und im Besonderen, weil da noch eine zweite Sache mitschwingt, die irgendwie meines Erachtens nach in der Diskussion vergessen wird. Durch den Pflichtdienst bei der Bundeswehr gab es auch immer sehr viele Verweigerer, wozu ich damals auch gezählt habe, die dann in den Zivildienst gegangen sind und somit sich um Alte gekümmert haben, beziehungsweise in Kliniken gearbeitet, all diese ganzen Bereiche, könnten wir jetzt sehr gut gebrauchen als Beispiel. Das heißt, das war so eine Komponente, die immer im Hintergrund mitlief, die aber doch auch mit eingerechnet worden ist, so stillschweigend. Zum Nächsten glaube ich, dass es sehr gut ist für die Leute. Es gibt, weil es stellt sich vor die Frage, was du für ein Nationalgefühl hast. In dem Rahmen würde ich auch gleich den Doppelpass abschaffen. Seid ihr noch dran? Ja, ja. Okay, ich muss kurz fragen, wegen meinem schlechten Akku. Gut. Man wird auf seine Gewissensfrage geprüft, wenn man da hingeht oder nicht hingeht oder was man macht. Und die meisten, die da waren, bilden dann eine ganz andere Meinung aus gegenüber ihrem Land, als wenn man es eben nicht tut. Natürlich abgesehen dann von den Notfalleinsätzen, wo sie hilfreich sind. Auslandseinsätze sehe ich auch eher kritisch. Wobei es natürlich richtig ist, dass man in gewissen Bündnissen dann auch gewisse Sachen leisten sollte. Also ich bin auf jeden Fall für die Bundeswehr und sogar für die Wiedereinführung des Pflichtdienstes. Okay. Also Moritz, du siehst, da hast du schon eine ganz andere Meinung vor. Ich hoffe, dass ich das noch ein bisschen umbiegen kann. Ja, das probieren wir gleich. Ich möchte noch mal kurz daran erinnern, zum Beispiel die Bundeswehr war ja auch im Einsatz bei Überschwemmungen im Inland und so weiter und so fort. Und gerade bei, also jetzt bei Demonstrationen, also wenn ich sage, die Bundeswehr soll eingesetzt werden, im Inneren, dann heißt das für mich für polizeiliche Aufgaben natürlich nicht mit dem G36 vor der Corona-Demo oder sowas in der Richtung. Aber das Personal ist da und es sind Beamte teilweise, glaube ich, oder ist man Beamte bei der Bundeswehr generell? Das weiß ich jetzt gar nicht als Kriegsdienstverweigerer. Weiß ich nicht. Aber gut, also jedenfalls Fakt ist, dass... Die Börsenringe sind doch verbeamtet, denke ich. Ja, ja, ja. Also gut, so, wir haben noch einen Anrufer und zwar ist der Fabian dran. Hallo Fabian, ich grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Und grüße in die Runde. Ja. Hallo Fabian. Hallo. Fabian, die Frage geht jetzt auch mal gleich an dich. Bundeswehr abschaffen, behalten, Auslandseinsätze. Ja oder nein? Also das würde ich natürlich ganz klar nur mit einem Ja beantworten, weil Ultima Ratio der eigenen Interessendurchsetzung ist immer ein starkes Schwert an der Seite zu haben. Sonst machst du dich nämlich nicht nur lächerlich, sondern sonst wirst du einfach nicht ernst genommen. Also von daher stellt sich die Frage schon gar nicht. Ich bin jetzt nicht ganz auf dem Laufenden. Ich weiß nicht, wie groß der Delay ist. Ich hatte aufgrund der technischer Wurschelleien zwei Minuten jetzt nicht mithören können. aber ich wollte gleich mal auf den Anfang mit Diskutanten eingehen, der meinte, das bräuchte man gar nicht. Und da stelle ich ihm doch einfach mal, ich weiß nicht, ob er es in der Zwischenzeit schon geklärt hat, aber ich stelle ganz einfach mal die Frage, wie setzt du denn deine Forderungen gegenüber deinen nicht befreundeten Mitmenschen um? Mal ganz einfach. Du meinst Staaten, nicht befreundete Staaten? Nö, also wenn du jetzt den ganz normal runtergebrochen aufs zwischenmenschliche Leben gehst jetzt durch die Gegend und hast ein Anliegen und du kommst mit jemandem zusammen, der hat einfach konträre Ansichten oder konträre Interessen, wie würdest du denn gegen ihn vorgehen? Ja, nicht mit Gewalt. Nee, aber deswegen, ich frage ja, wie würdest du gegen ihn vorgehen? Nicht mit Gewalt. Wenn ich eine Aschein würde, würde ich mich komplett verteidigen, bis einer am Boden liegt. Das ist völlig natürlich. Das gehört zum Menschsein dazu. Wir sind in irgendeiner Form auch Raubtiere. Das ist in Ordnung in meinen Augen. Ja, das fällt aber jetzt schon weg. Ich bin ja auch für Bürger unter Waffen, also Waffen frei für alle. Aber ich sehe keinen Sinn in der Bundeswehr. Aber nochmal kurz zurück, Fabian. Der Punkt ist ja ein anderer. Also ich wollte auf den Punkt hinaus, das hast du nämlich auch damit eigentlich schon selbst überlegt, du würdest dich selbst verteidigen. Also damit hast du eigentlich schon als überreden... Ich komme nochmal gleich zurück, Fabian. Ganz kurz, also du bist für eine Bundeswehr, die das Land verteidigt, bist du auch für Auslandseinsätze. Also man sieht es ja in Amerika, dass man, wenn man den Anspruch hat, Imperium zu sein oder sogar das Imperium schlechthin, also Nummer eins, dann muss man immer außerhalb seiner eigenen Grenzen auch aktiv sein. Sonst kommen die zu einem nach Hause. Und die machen das nicht aus Spaß. Und Merkel möchte ja Imperium sein. Deutschland soll Vorbild für die Welt sein. Im Klimaschutz, in vielen anderen Dingen auch. Bei Menschenrechten etc. Da hilft natürlich nur Gewalt, um das dann irgendwo in Ländern auch durchzusetzen. Ja, in Anführungszeichen. Ja, also ich glaube, unsere Merkel macht etwas ganz anderes. Also da ist eher so die Problematik, dass du da diese Internationalität hast, dass eher das auf eine europäische Ebene verlagert werden soll, unter einer Führung von stärkeren Nationen. Da kommen wir dann auch wieder dazu, ob eine Bundeswehr sinnvoll ist oder nicht. Wenn wir nämlich noch eine schwächere Bundeswehr hätten, könnten wir uns dann irgendwann wirklich hinter Polen einreihen oder hinter Italien. Momentan stehen wir wahrscheinlich nur an Platz zwei hinter Frankreich. Also wenn wir eine EU-Armee hätten, dann wären wir schon bei Weitem nicht die Nummer eins. Wir würden wahrscheinlich das meiste zahlen, aber wir würden garantiert nicht die Führungsposten und auch nicht die entscheidenden Entscheidungen treffen. Und der Verlust Britanniens war schon stark genug. Und dafür ist für mich auch eigentlich die Idee von so einer EU-Armee, die wirklich als Player irgendwo mitspielen könnte oder mitbestimmen könnte, was auch Ressourcenabsichtung angeht, ist eigentlich schon Geschichte. Okay, lass mich mal ganz kurz, also der Moritz steht jetzt 5 zu 1, Moritz, ja, wenn ich es mal kurz richtig mitgezählt habe. Mach dir nichts aus. Jetzt ist herausgefallen der Moritz, warum ist er herausgefallen? Weil, glaube ich, die zwei Stunden... Weil er verloren hat. Nee, weil bei ihm jetzt tatsächlich die Zwei-Stunden-Regelung noch zugeschlagen hat. Er hat keine Armee, das ist alles. Also falls du auch gleich rausfällst, Sven, musst du nochmal anrufen. Aber ich dachte eigentlich, dass diese zwei Stunden... Das war durch eigentlich. Das war eigentlich durch. War eigentlich durch das Thema, aber bei ihm der Moritz wird vom Verfassungsschutz wahrscheinlich überwacht. Nee, ich denke, der hat einfach eine unzulängliche Fernmeldeabteilung. Ja, der Moritz ist aber jetzt wieder da. Moritz, pass auf. War doch auch eine gute Zwangstrennung. War doch die Zwangstrennung. Ja, Zwang ist eben trotzdem gut, wie du siehst ab und zu mal, Moritz. Jetzt würde ich dich gerne mal auf... Das hat ja der Fabian schon richtig gesagt. Was machst du denn, wenn jetzt jemand zu dir kommt? Das ist jetzt so eine provisorische Frage. Die richtig kommt noch hinterher. Also kommt bei einer wieder zu Hause, der bricht die Haustür auf und du sagst, nee, ich will mich eigentlich nicht verteidigen, nimm alles mit. Jetzt Beispiel, Klimawandel. Nehmen wir mal an, der Holländer säuft in 20 Jahren ab. Also das Meer steigt an und der Holländer hat keinen Platz mehr. Dann muss der Holländer natürlich überlegen, ja, wo breiten wir uns jetzt aus? Wo ist unser neues Siedlungsgebiet für Holland? Und da liegt Deutschland natürlich naht, dass die mit Panzer und Campingwagen über die Grenze rollen und einfach Nordrhein-Islamien zum Beispiel wieder an sich nehmen oder an sich reißen. Oder wenn es um Bodenschätze geht, wir hatten den Fall gehabt, die Türkei jetzt in Griechenland, die sucht ja da im Mittelmeer auf griechischem Gebiet zum Beispiel irgendwas. So, du hast jetzt gesagt, ja, du bist so ein friedlicher Mensch, Moritz. Sowas würde ich einfach mit friedlichen Mitteln lösen, zum Beispiel durchaus diskutieren. Das klingt für mich jetzt etwas linksgrün, muss ich gestehen, ja? Also das ist kein Angriff, ja? Aber jetzt die Frage ist die, wenn der Holländer kommt oder vielleicht auch der Brite, der Brite sagt, mein Gott, unser England ist am Absaufen des Empire wegen dem ansteigenden Meeresspiegel. Wir schnappen uns jetzt einfach Dänemark und den größten Teil von Norddeutschland, ja? Weil wir haben ja noch Reparationszahlungen aus dem Zweiten Weltkrieg offen oder was in der Richtung, wir holen uns jetzt da was. Wie willst du das denn ausdiskutieren dann? Denkst du, man könnte das ausdiskutieren und gibt es überhaupt eine, ein Kriegsszenario oder einen Konflikt, wo etwas erfolgreich wegdiskutiert worden ist? Mir fällt nämlich keiner ein, Moritz. Das ist ja das Problem dabei, dass dir keins einfällt, weil die Erfolgreichen sind ja nie dann zu Kriegen gekommen. Welche Erfolgreichen kennst du denn? Nenne bitte drei. Drei auch noch? Ja. Das ist echt schwer, das hätte ich mir vorbereiten können, aber da gibt es mit Sicherheit eine Geschichte, aber jetzt aktuell kann ich da drauf natürlich ein anderes geben. Da muss ich mal... Nee, das ist gar keine Fangfrage, das kann ich vielleicht auch ganz einfach mal ergänzen. Selbst wenn du jetzt drei Beispiele gehabt hättest, hätte ich die super widerlegen können, weil nämlich im Hintergrund wahrscheinlich die entsprechende militärische Power auch gestanden hat oder Verbündete mit einer militärischen Power, weil wenn du die nämlich nicht hast, dann diskutiert auch keiner mit dir. So einfach ist das. Ja, man kann natürlich sagen, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, auch machentechnisch, dann nehmen wir einfach den Kalten Krieg als Beispiel. Der Kalte Krieg, beide Mächte waren waffentechnisch ungefähr gleich aufgewogen und es hat einfach kein heißer Krieg stattgefunden. Punkt. Das stimmt doch gar nicht. Da waren zig heiße Kriege die ganze Zeit. Es waren heiße Kriege in Mittel- und Südamerika, es waren heiße Kriege in Asien. Manchmal oder diese Konflikte, aber es hat ja zwischen den Großmächten kein Krieg stattgefunden. Natürlich waren es Stellvertretende Krieger. Stellvertretender Krieger. Ja, natürlich. Die haben ständig, ob das in Nord- oder Südkorea war, ob es Vietnam war, ob es in Mittelamerika war. Überall haben die sich an die Grenzen rangewagt. Das mag ja alles sein, aber die Russen haben im Prinzip nur Waffen geliefert, keine Soldaten. In Afghanistan waren sie mit Soldaten, das ist richtig, da gebe ich dir recht, aber in Vietnam zum Beispiel gab es nur Waffen. In Kuba waren keine Soldaten von den Russen, das halte ich ja für ein Gerücht. Ja, militärische Berater vielleicht. Ja, genau. Militärische Berater und ein paar Atomraketen hatten sie noch im Gepäck. Ja, aber wie gesagt, das waren dann wieder Waffen gewesen. Aber da sind keine 10.000 Russen da mit Transportschiffen rübergeschwommen und haben da irgendwie das Militär, die Soldaten da gestärkt. Also Moritz, ich will dir nicht zu nahe treten, aber vielleicht liest du mal so grundlegende Sachen wie Klausowitz vom Kriege oder so ein Zu 2000 Jahre alt oder von Musashi die Fünf Ringe oder generell, denke ich mal, Machiavelli, der Fürst, reicht auch schon. Es ist einfach eine grundlegende, menschliche, nicht sogar eine ganz natürliche Vorgehensweise, dass wenn du nicht ein vernünftiges Argument hast, ein schlagkräftiges Argument, du einfach nichts erreicht. Und ob du nur mit dem Hammer einen Nagel in die Wand schlägst, was du mit einem Daumen nicht kannst oder ob du, wie gesagt, jetzt wie du selber sagtest, auf Augenhöhe diskutierst, du musst erst mal eine Wehrhaftigkeit herstellen und auf zwischenstaatlicher Ebene funktioniert eine Wehrhaftigkeit nur über ein Militär. Es sei denn, du hast ein paar Killersatelliten, die irgendeinem privaten Investor gehören, mit dem du dich halt verbündest, dann brauchst du auch kein Militär. Aber ansonsten ist das einfach Fressen und Gefressen werden wie vor zwei Millionen Jahren und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Es sei denn, wir schließen da halt die Menschen vom Combat aus und alles wird halt auf Roboter hin. Aber diese Situation, und da gibt es einen sehr schönen Spruch, den kennst du wahrscheinlich auch, Schwerter zu Flugscharen. Die Leute, die dann ihre Flugscharen geschmiedet haben, die arbeiten dann für die Leute, die eben ihre Schwerter behalten haben. Und der zweite Spruch, den auch immer gern von Pazifisten, den ich inzwischen nur noch belächelnd zur Kenntnis nehme, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Weißt du, wie der Spruch weitergeht? Ja, dann gibt es keinen Krieg, weil dann ist der Krieg schon gewonnen. Nee, falsch. Falsch. Nicht? Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, dann kommt der Krieg zu dir. Genau. Und das ist der Knackpunkt an der Sache. Aber ich würde mal was... Ja gut, aber gehen wir mal zu der realistischen Lage über die Wirklichkeit. Ich würde mal was anderes entdecken. Nicht von irgendwelchen Fickern. Ich würde gleich mal, ich kann euch beide noch mal kurz unterbrechen. Ein Beispiel jetzt, diese Ukraine-Geschichte. Russland hat sich die Ukraine geschnappt. Oder es in der Ukraine hat, na, wie heißt nochmal diese Halbinsel? Die Krim. Die Krim sich geholt. Es gab den Krieg auch mit der Ukraine. Was ist passiert? Die Russen, die Amerikaner haben gesagt, das interessiert uns nicht. Die Chinesen haben gesagt, haben wir keinen Bock drauf. Und die Europäer haben auch nicht eingegriffen, sondern hat dort natürlich nur gesagt, wir machen Sanktionen und wir versuchen mit dem Putin ein bisschen zu reden. Und Putin hat dann gesagt, nee, ich könnte gerne reden, rede bitte mit meiner Faust, mit meiner Sekretärin oder mit der Chlorolle. Völlig egal. Hat ihn nicht interessiert. Angegriffen hat aber dann auch keiner der tollen Menschenrechtsverteidiger aus Europa. Ist keiner mit seinem Düsenjet rüber geflogen, weil sie natürlich auch alle Angst vor Russen haben. Anderes Beispiel jetzt, diese Nord Stream 2 Pipeline. Die Amerikaner könnten ja auch hergehen und sagen, na ja gut, dann baut sie fertig Deutsche. Und sobald sie fertig ist, gehen wir mit einem U-Boot hin und sprengen sie einfach in der Ostsee einfach weg. Und dann ist die Verbindung wieder unterbrochen. Was soll dann passieren? Was wird die Mutti Merkel machen? Die Mutti wird sagen, ja, das macht man der Freund nicht. Du wirst lachen, Alex. Genauso wird es wahrscheinlich laufen. Ja gut, die Mutti kann auch nichts anderes sagen, weil wir können ja keine Atomwaffe auf Amerika werfen. Nee, ich meine das mit dem U-Boot. Also ich bin fest der Meinung, es gibt ein schönes Buch, das nennt sich Confessions of Economic Hitman. Da geht es eben um eine Persönlichkeit, die schildert, wie man eben Staaten beeinflusst. Das macht man erst über Korruption der staatlichen Stellen. Wenn das nicht hilft, dann werden die Personen oder die Familie eben bedroht. Und wenn das auch nicht hilft, dann wird eben die Regierung gestürzt. Und das ist, wie gesagt, ein ganz normaler Vorgang. Der findet schon, ja, also seit immer... Aber wenn die Amerikaner was gegen Nord Stream haben, warum tun sie die Merkel nicht endlich stürzen? Nee, wir sind doch gerade in der Phase, wo Druck ausgeübt wird. Aber haben wir jetzt eigentlich einen Dissens? Wir haben doch gar keinen Dissens, dass wir wehrhaft sein müssen. Doch, der Moritz sagt ja noch Nein. Ja, Moritz, ja, aber von denen haben sie leider nicht, aber eigentlich nicht. Also das hast du ihm auch eben gut erklärt, dass es eigentlich, wenn man kein Faustspand hat, auf Deutsch gesagt, so kann man es ja ausdrücken, dann kann man nicht am Tisch sitzen. So, das ist doch das Ganze aufs Kurzeste gebracht. Mich würde jetzt mal eine andere kurze Sache interessieren, weil wir alle gegen Auslandseinsätze waren. Ich hatte kurz mit eingebracht, NATO. Wie steht ihr da eigentlich zu? Findet ihr das gut, dass wir noch in der NATO sind? Das ist so ein Ding, was wirklich auch so schwer zu beurteilen ist. Es hat Vor- und Nachteile. Das halten die ja nicht davon. Okay. Die NATO ist vereitet. Es gibt den Kalten Krieg in der Form nicht mehr. Nee, aber so wie sie jetzt existiert, meine ich. Also weg. Wie sie jetzt existiert. Das ist klar. Können ein neues Verteidigungsbindnis geschmiedet werden, aber es müssen die NATO-Regeln laufen. Weil eben der Vorreder hatte ja gesagt, dass er eher ins Europäische gehen würde. Da hätte ich jetzt eigentlich auch schon wieder ein Problem mit, weil wie ich unsere Europäische Union kenne... Aber aber bei deiner Ursprungsfrage, SPD... Nein, das ist die Frage. Nein, nein, Alex. Das ist auch mal die Frage. Also was hältst du von der NATO, Moritz? Brauchen wir die, brauchen wir die nicht? Meiner Meinung nach nein. Weg damit. Und ein neues Verteidigungsbündnis. Okay, Fabian, du bitte. Ja, also da stellst du schon wieder eigentlich so eine Ursprungsfrage, die am Anfang ja auch schon da war, an Moritz. Ja, nee, nee, nee. Ich wollte, dass du die Frage jetzt auch beantwortest. Ja, nee, das mache ich ja. Aber ob die Systematik überhaupt verstanden hat. Also weil die NATO ist ein Konstrukt der USA. Da können wir gar nicht entscheiden, ob wir da jetzt austreten oder nicht oder ob wir die neu gestalten. Die USA braucht die NATO, um wie gesagt in Europa schlagkräftig auch zu sein und eben andere Proxikriege zu führen. Und was auch ganz wichtig ist, ist durch die NATO eine Schein-Legitimation zu sichern. Okay, aber Moment mal. Aber die Frage war, brauchen wir die NATO ja oder nein? Also sollte man austreten oder nicht austreten? Also wir Deutschen können, und da fließe ich mich ganz und gar nicht dieser, würde ich auch sagen, leichten Überheblichkeit von Moritz an. Wir können froh sein, dass wir noch nicht aus der NATO rausgeworfen worden sind. Ja, okay, das ist gut. Ja, also so rum wird nämlich mal ein Schuh draus. Okay, also du willst drinbleiben. Guido, wie siehst du es? Ob es die NATO sein muss, weiß ich nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall ein Bündnis und ein Bündnis zum Schutz kann nur funktionieren, wenn sich jeder einbringt und seinen Teil dazu beiträgt. Okay. Letztendlich, wir können ja nichts. Wir können froh sein, dass wir noch nicht rausgeworfen sind, weil das, was wir leisten mit unseren Tankern und mit unseren Alex-Besatzungen... Genau, wir haben das kranke Krebsgeschwür, was man eigentlich aus der NATO rausschneiden müsste. Aber Tim, du hast noch nicht geantwortet auf die Frage. Ja, ich bin kriegs- und außenpolitisch nicht so sehr bewandert, aber ich halte Bündnisse nicht für falsch und ich glaube auch, dass das Erreichen des NATO-Bündnisses gar nicht so einfach war und sicher immer noch seine guten Seiten hat. Meine Antwort darauf ist, ja, wir müssen in der NATO bleiben. Ich sehe es ähnlich wie der Fabian. Ohne die NATO, ja, können wir eigentlich gleich die Grenzen offen lassen und sagen, wer zuerst nach Deutschland rüberfährt mit dem Panzer, der kann es haben. Oder sprich, also wir brauchen die NATO, weil wir sind so schwach verteidigungstechnisch, dass wir im Prinzip, wir sind ja wehrunfähig und ohne die NATO sind wir quasi nur noch reines Opfer. Moment, wir sind reines Opfer und deshalb brauchen wir die NATO. Wir müssen natürlich mehr zahlen. Es ist völlig richtig, dass wir die Amerikaner da ausnutzen und die Merkel hat ja daran ja auch nichts geändert, was der Trump gesagt hat und der Biden wird, denke ich, genau das Gleiche dazu sagen. Also wir brauchen die NATO, weil ohne die NATO sind wir hilflos und es gibt jetzt nur ein Problem bei der NATO. Das sind zum Beispiel jetzt solche Länder wie die Türkei, die auch in der NATO sind, die ist aber jetzt offensichtlich ja mit vielen sich verscherzten, Griechenland, mit Deutschland und so weiter und so fort. Und eigentlich ist die NATO schon viel zu groß geworden. Beispiel ist, wie gesagt, die Türkei, weil das sind Länder, die wollen eigentlich, die gehören gar nicht so zu Europa und USA, zu dieser Ursprungs-NATO und die ecken jetzt an und die tun selber eventuell einen militärischen Konflikt innerhalb der NATO auslösen. Und dann frage ich, wenn es jetzt zum Krieg zwischen Griechenland und der Türkei käme, was passiert denn dann? Dann würde man Griechenland und die Türkei alleine lassen, weil natürlich kein anderes NATO-Mitglied sagt, wir können weder gegen die Türkei was machen, wir können weder was gegen Griechenland machen, weil das sind beides auch NATO-Mitglieder. Keiner würde sich einmischen. Die USA haben eh gute Geschäfte mit der Türkei. Die Mutti würde wieder sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen Sanktionen machen. Also es würde nichts passieren. Und wenn ein Angriff passieren würde auf ein NATO-Land, wie die Türkei zum Beispiel, was jetzt nicht so direkt in Mitteleuropa liegt, dann weiß ich auch nicht genau, ob der Franzose oder der Amerikaner sagt, ey, jetzt schreiten wir ein, um die Türkei zu verteidigen. Ich weiß nicht, ob dieses ganze Bündnis überhaupt im Verteidigungsfall überhaupt noch funktionieren würde oder ob dann plötzlich der eine oder andere, wie die Mutti zum Beispiel sagt, wir sind ja in der NATO, aber wir haben ja keine Panzer, also können wir gar nicht. Genau, das ist nämlich das Problem. Sven, jetzt hast du das Wort. Ja, genau das ist nämlich das Problem. Ich sehe ja auch die NATO. Eigentlich, da hat er auch der Vorredner auch erzählt, wir sind eigentlich, ja, es ist ein veraltetes System, was wir hatten. Es war, wir hatten einen Gegner damals, das sind die Russen, was uns jetzt zum Beispiel teilen würde. Solange wir in der NATO sind, können wir eigentlich keine vernünftigen Beziehungen zu Russland aufbauen, solange die politischen Verhältnisse so sind. Das ist ein Riesenproblem. Ich finde, Deutschland ist eigentlich groß genug und auch sollte so stark werden, dass sie neutral werden, also eine reine Verteidigungs-Ami, was ich auch vorher gesagt hatte und wir uns an diesem ganzen imperialen Scheiß, auf Deutsch gesagt, nicht beteiligen. Auch wenn das, ihr hört sich ein bisschen komisch an, hört sich links an, ich weiß, ist klar, aber das bringt uns alles nichts. Wir haben nichts zu entscheiden und wir müssen dann, wenn die Amis auf die Idee kommen oder die Engländer, die beiden oder die Franzosen, sich mit jemandem anzulegen, müssen wir da teilhaben dran. Und ich glaube, da sollten wir uns jetzt nach der ganzen Geschichte, nach den ganzen letzten 100 Jahren, da mal ein bisschen verabschieden und sagen, nee, wir ziehen unser eigenes Ding und bleiben neutral. Das wäre meine Idee. Jetzt hast du mal ganz kurz nochmal eine andere schöne, da haben wir mal ein bisschen Konflikt mit der Türkei und Griechenland, der ja noch nicht gelöst ist. Ja, da wollte ich eigentlich auch, ich wollte jetzt nicht wieder den Bogen, finde ich übrigens auch lustig, dass du den Bogen mit 100 Jahren spannst, in Bezug auf die NATO. Ja, ja, genau. Aber lassen wir mal ganz kurz, wenn der Türke jetzt uneinsichtig ist und weiter da nach Erdgas, glaube ich, auf griechischen Meeresgrund suchen möchte und die Griechen sagen zum Beispiel, der Türke oder die Grieche, der Grieche vielleicht, weil er sich wehren will, sagt, okay, jetzt greifen wir die Türkei an. Oder wir versenken zum Beispiel dieses Bohrschiff, es kommt zu einem militärischen Konflikt, es kommt zu Kampfhandlungen zwischen der Türkei, Griechenland greift die Türkei zuerst an oder die Türken greifen die Griechen an, wie auch immer. Dann ist die Frage, was ist denn dann der NATO? Was ist denn, wenn dann Großbritannien, Frankreich sagt, ja, jetzt greifen wir die Türkei an, als NATO-Partner und dann der Macron bei der Merkel anruft und sagt, Mutti, wie schaut's aus, bist du dabei? Wir machen einen Angriffskrieg gegen die Türkei. Das geht doch gar nicht, das ist doch schon ein Schwarzsein. Solange die in der NATO sind, geht es nicht. Deswegen ist das Ganze nur eine Schein-NATO, meiner Meinung nach. Da gibt es ein überholtes Bündnis. Ja, ja, ich sage es. Wie ich schon ausgeführt habe, also die NATO hat sich überholt, der Warschauer-Pakt ist weg. Ich weiß nicht, wer sich zu Ost gegründet hat, ob es der Warschauer-Pakt war oder die NATO. Ich denke mal, das war eher die NATO gewesen. Und dieses Mächte-Verhältnis, unter der Fahne, die die NATO irgendwann mal gegründet wurde, existiert nicht mehr. Richtig. Jetzt haben wir eigentlich nur noch einen Ost und einen West. Also das sehe ich nicht komplett anders. Wir haben noch einen Südraum, also wir haben drei große Blockparteien auf der Erde. Also dieser Kaffee ist nicht komplett anders. Das ist der Chinese. Zum Teil würde ich da Russland vielleicht auch noch mit zurechnen, aber die Chinesen und die Russen sind in sich nicht allzu grün. Und wir haben halt den Westen. Der Westen ist in den USA, England, Frankreich, Deutschland, solange es Deutschland noch in der Form gibt, weil sich die Bevölkerungszusammensetzung ja auch ändert. Aber das sind die drei Blöcke, die auf der Welt sind. Und da kann man auch ein neues Verteidigungsbündnis schließen. Oder man kann die NATO komplett über Bord werfen und sagen, es gibt einfach mehr Macht in Weltsicherheitsrat. Nee, da muss ich mal komplett... Also das ist ja so viel Vermengung hier gerade. Das geht mir gar nicht. Also Nummer eins zu dem Griechenland-Türkei-Thema. Da wird sich schon mal gar nichts entfachen, weil da zu viele Interessen sich überschneiden. Also wenn man sich mal daran erinnert, dass die Kuba-Krise nur ausgelöst wurde, weil die Amerikaner angefangen haben, da unten Mittelstreckenraketen zu stationieren. Also in der Türkei. Das war eine Reaktion, wie gesagt, die Kuba-Krise. Aber es wurde natürlich so verpackt, als wäre das eine unglaubliche, unverschämte Provokation für Russen. Dabei war es, wie gesagt, eigentlich nur eine Reaktion. Und die Türkei ist nicht ohne Grund aufgenommen worden wie NATO und auch gegen massive Widerstände, damals auch aus Frankreich, die gesagt haben, was sollen wir mit diesen Leuten. Und das hat einen strategischen, hohen Wert. Gerade diese, nicht nur die geopolitische Lage, sondern eben auch diese Vielvölkerproblematik und der direkte Zugriff zum Nahen Osten. Das werden also die Amerikaner nie zulassen, dass sich da irgendwas entwickelt zwischen Griechenland und der Türkei. Und da die immer noch den größten Hammer haben, ist das damit auch erledigt. Punkt. Und die Amis sind natürlich immer mal wieder dabei, den Türken auch in die Schranken zu weisen. Wie zum Beispiel letztens, dass er sagt, wir ziehen jetzt einfach mal unsere Leute bei euch ab, nehmen damit natürlich auch Schutz weg. Wohlwissend, dass der Russe mit den Aktionen der Türken in Syrien und im Nordirak nicht einverstanden sind, also nicht immer, und dass er da schon auf den Schutz auch der NATO und des großen Hammers der USA angewiesen ist. Also die werden sich ganz gut überlegen, bei allem Getöse mit Ö und Ü, wie er da gerne rumerde warnt, wird er nicht Ultima Ratio in Betracht ziehen, wirklich militärisch gegen Griechenland vorzugehen. Das wäre wirklich das Dümmste, weil dann wäre wirklich ein Bruch provoziert und dann müsste er sich wirklich auseinandersetzen mit auf der einen Seite der Russen, die wahrscheinlich die Türkei auch schlucken würden, und dann wäre es das nämlich gewesen. Und das wird sich so ein osmanischer Großreich-Anspruchs-Erdogan nicht wirklich ernsthaft überlegen. Damit ist das Thema schon durch. Das wird niemals militärisch eskalieren. Die werden sich das irgendwie wahrscheinlich über Gesichtswahrende Aktionen mit Zypern-Neuverteilung oder so dann aushandeln, und dann wird das irgendwie auch aufgeteilt, und dann wird alles durch. Aber was man nochmal dazu sagen müsste, mit dem, wir haben da einen Ostblock und einen Westblock, das ist totaler Quatsch. Wenn man sich das mal anschaut, ja, ja, meine ich ja, das ist überhaupt nicht, dass das mal so war. Wenn man sich anguckt, dass jedes EU-Mitgliedsland oder jeder Beitragskandidat auch gleichzeitig in die NATO wandert, und die Russen damals schon gesagt haben, ihr könnt das gerne machen, ihr könnt gerne alle ursprünglichen Staaten, könnt ihr alle schlucken, wenn ihr das wollt, also unter der Hand. Offiziell war es natürlich eine Sauerei, haben sie gesagt, sowas geht eigentlich nicht. Aber damals war schon ganz klar, ihr könnt die alle schlucken. Bloß, wenn ihr an die Ukraine geht, dann reiße ich euch das Land auseinander. Dann mache ich da wirklich Tabula Rasa. Und das hat er ja auch gemacht. Er hat gesagt, ich lasse mir nicht den Zugang zum Schwarzen Meer nehmen, ich lasse mir nicht meinen Stützpunkt nehmen. Wenn ihr an die Ukraine geht, dann gibt es Krieg. Und genau das ist auch so passiert. Die NATO hat soweit provoziert, wie sie konnte, und hat eben gedacht, na komm, wir probieren es mal. Ist der Russe noch stark genug, kann er es noch machen? Und er hat es gemacht. Punkt. Und von daher, natürlich brauchen wir sehr wohl einen starken Gegenpart gegen Russland, obwohl ich die Aktion der NATO in keinster Weise billige, was da gelaufen ist. Wieso brauchen wir einen starken Gegenpart gegen Russland? Das ist jetzt auch so ein Muss sein. Weil Russland sich schon längst und hat sich schon längst mit China in eine Allianz begeben und mit der neuen Seidenstraße, die durch die ehemalige Russland-Provinz Das ist schon klar, wofür sie da ist. Ja, das ist schon ein großer Problem. Ja, aber das ist doch kein Gegenpart. Wir reden über militärischen Sachen und nicht über Wirtschaftspolitik. Ja, natürlich. Was ist denn das? Was ist denn das eine als das andere? Also ich meine, Militär ist nur der Hammer hinter dem Verhandlungstisch. Du kannst doch nicht an einem Pokertisch mitspielen und du hast die großen Chips nicht. Und die großen Chips sind eben das Militär. Aber gut, dass du sehr veraltetes bist. Das sind sehr veraltete Ansichten, die du da jetzt gerade weißt hast. Wir haben zwei Blöcke. Wir haben nur zwei Blöcke. Es gibt keine... Ah, die haben mehrere, die sind multipolar. Da sind schon noch ein paar mehr. Also du kannst jetzt die Russen und die Chinesen nicht in einen nehmen. Die Russen sind ganz klar, wenn es hart auf hart kommt. Und da haben wir ja auch selber, wir Deutschen, überhaupt gar keine. Da braucht man sich auch gar keine Illusionen hingeben, wie das wie manche Reichsbürger oder irgendwelche Befreiungsfantasten so gerne machen. Nicht beschimpfen die Leute. Das ist ungernig gesehen. Nee, also wie gesagt, ich beschimpfe doch keinen. Ich sage, ich bin... Naja, Reichsbürger und so, das hört sich wieder nach rechts außen an. Das hast du jetzt assoziiert. Also Entschuldigung, ich kann jetzt zu deiner Assoziation. Also die Reichsbürger sind ja nun ganz wirklich, also ehrlich der Meinung, dass nur in Russland das Heil liegt und dass die Partnerschaft mit Russland das heilbringendste für Europa ist. Ja, aber das ist übertrieben. Ja, das mag theoretisch sogar richtig sein, wenn man sagt, die einen haben das Know-how, die anderen haben die Bodenschätze und die Rohstoffe, also Humankapital und Rohstoffe. Das mag, wie gesagt, theoretisch sogar richtig sein, aber ist in der aktuellen politischen Situation, in der wir uns befinden. Ja, aber der müsste uns doch befreien eigentlich. Das ist das Thema. Ja, ja, wie denn? Wie denn? Willst du den Amerikanern die Zunge zeigen? Nein, nicht entweder oder. Du kriegst ja noch nicht mal Rammstein zugemacht. Du kriegst ja hier auch nicht gerissen. Von daher kannst du das völlig abhaken. Du hast zwei Blöcke. Ja, aber der eine Block ist auf jeden Fall Washington geleitet, der andere Block ist Peking geleitet. Und da brauchen wir uns auch gar nicht irgendwie zu überlegen, dass die Russen da irgendeine Rolle spielen. Nein, ich verstehe das schon, was du sagst. Aber wir müssen uns ja deswegen nicht entscheiden. Wir müssen uns deswegen ja nicht entscheiden. Wir reden doch jetzt darüber, wie wir uns verhalten. dass die Realität so ist, dass die, ja klar, denen können wir einen Kopf in den Sand stecken. Nein, nein, das meine ich nicht. Also wir können, wir können tun, es wird ja immer so der Eindruck vermittelt. Europa ist schon eine Macht. Doch, Europa ist schon eine Macht. Europa ist in sich zerstritten und mehrfach geteilt. Es ist mehrfach geteilt in wirtschaftlicher Hinsicht und in ideologischer Hinsicht sowieso. Also Europa als komplette Einheit zu sehen, ist völlig utopisch. Deswegen ist es auch, mit dieser Europa-Armee, was hier angestrebt wird, wie gesagt, von diesen ganzen Grüssel-Zentralisten, die wir heute gerne sehen würden. Wenn ich mich mal einmischen darf. Ich finde, die EU-Armee perfekt. Ja, viel Spaß. Fabian, lass mal die anderen bitte auch aussehen. Also Moritz, bitte. Ja gut, ich wollte nur einen Satz vielleicht noch zum Abschluss sagen, dass man sich hier keine Illusionen hingeben sollte, dass wir Deutschen, das wollte ich eigentlich damit auch verdeutlichen, dass wir Deutschen in irgendeiner Weise was zu entscheiden haben. Was wir zu tun haben, ist uns vernünftig einzubringen in das Gründnis, in dem wir sind und die Realitäten anzuerkennen. Sehe ich nicht so. Okay, gut. Also Moritz, bitte. Ja, ich finde die DNA-Europa-Armee große Spitze, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann da alles bündeln und die Länder können ihre einzelnen Armeen aufgeben, schieben das mit in eine Europa-Armee ein. Wir haben Europa. Es ist nun mal ein Fakt und man kann das Militär komplett da drauf bringen. Und dann haben wir unsere große Ländergrenzen, Schutze, die wir haben wollen. Ich sehe die Türkei nicht irgendwo an der deutschen Grenze. Ich sehe eher einen inneren Konflikt in Deutschland und da können uns die Bundeswehr auch nicht helfen. Wenn Erdogan zum Krieg aufruft in Deutschland, dann hätten wir einen eigenen Krieg im Land, also einen Bürgerkrieg im Land und da kann auch keine Armee agieren. Wie sollen da Panzer, Flugzeuge, sollen die da Städte bombardieren? Sollen sie da Städte und Stadtviertel zusammenschießen? Das funktioniert nicht. Das wäre wie ein eigenes Vietnam in einem eigenen Land. Das würde da nicht hinhauen. Dann nutzt uns auch keine Bundeswehr was. Das ist meine Meinung. Also ihr könnt mich da gerne widerlegen, aber ich sehe das so. Wenn ich die Grenzländer ringsherum ansehe, sehe ich keine Ambitionen von irgendwelchen Ländern. Ich sehe kein Frankreich, das uns irgendwie unser Land neidet. Oder ich sehe auch keine Holländer, die, wenn sie am Absaufen sind, hier nach Deutschland kommen und hier leben und gerne Steuern zahlen oder Engländer. Ich glaube, das widerstrebt den. Also das Land selbst sind ja die Leute, die da drinnen wohnen und die versuchen, ihr Land zu halten. Aber eine kleine Armee wie Belgien oder nehmen wir Holland, die Deutschen könnten das überfallen. Wir tun es nicht. Es gibt so viele, das ist alles überarbeitet, überwohlt. Es geht doch nicht darum, dass du Leute überfällst. Es geht darum, und übrigens zu deiner EU-Armee, ein kleiner Satz nur dazu, die Franzosen sind ja noch nicht mal bereit, die Zugriffskompetenz über ihr Atomwaffenarsenal zu teilen. Also so viel Dank. Ja, doch, wollten Sie. Ja, ja, genau. Ich möchte, wenn schon eine Europa-Armee, dann sollen vielleicht auch nicht ein Land aufgrund, weil sie den größten Hammer haben, dann die endgültigen Entscheidungen treffen und darauf wird es ja hinauslaufen. Und ich meine, ich erinnere nur mal an dieses wunderbare Projekt Airbus, was ja auch klasse funktioniert, dass man irgendwelche Flugzeugteile quer durch Europa fliegt, was nur mit massiver Subvention funktioniert und eigentlich überhaupt nicht in keinster Weise konkurrenzfähig wäre zu einem normalen Unternehmen, was ja auch völlig schwach finde ich es von der Unternehmensstruktur. Aber genauso wäre dann ja auch eine Europa-Armee, dass du eine Panzer-Division zum Beispiel in Belgien stehen hast, um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen, du hast dann die Air Force in Italien stehen und dann hast du die Infanterie in Südspanien. Also was für ein Quatsch, wie soll das funktionieren? Also Dezentralismus ist wunderbar und sollte auch bitte auch so beibehalten werden, Subsidiaritätsprinzip auch beim Militär, dass jeder seine Einheiten hat, dass die auch im Konkurrenzkampf stehen und sich dadurch natürlich ständig verbessern und nicht irgendein Gesamtmoloch wie damals die russische Armee oder ähnliche große Kongommerate, die einfach in sich ersticken, sich selbst ersticken und wo auch keine, wo kein Wettbewerb und auch kein Fortschritt mehr stattfindet. Also die europäischen Armeen sind teilweise auch nur so gut, weil sie sich ständig aneinander messen. Das sehe ich jetzt eigentlich nicht. Das sehe ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wo die europäischen Armeen irgendwo großartig agieren auf der Welt. Also und sich da vertreten in irgendeiner Form. Es sind ständig Army Games, wo eure befreundete Einheiten gegeneinander antreten. Es sind ständig Manöver, wo jetzt, da war auch mit der EU-Armeen gemacht. Also innerhalb. Guido, du wolltest gerade was sagen. Ja, für mich stellt sich doch die Frage, braucht Europa nicht noch einen starken Partner an seiner Seite? Denn im globalen Vergleich mit Ländern wie China, Russland oder auch Ländern wie Indien, Pakistan und so weiter, ist doch Europa eigentlich nur ein kleiner Klecks. Nö. Ja, welcher starke Partner sollte es denn sein? Also im Moment sehe ich da nur die USA. In der NATO, wie es ist? Wir könnten genauso gut China wählen. Die haben eine starke Armee, da kommt die ganze Technik ja momentan. Worum soll Russland überhaupt noch sein? Na gut, aber die Chinesen, die sind ja schon so stark, auch militärisch, die würden auch nicht sagen, warum sollen wir jetzt Europa mit beschützen. Die Amerikaner und der Trump würden das genauso sehen. Die würden auch sagen, komm, ihr Spinner, ihr beleidigt mich permanent. macht doch, was ihr wollt. Ich kümmere mich America first, ja, wie das der Biden machen wird, das bleibt nochmal völlig dahingestellt und wie lange er vor allem auch regieren wird und das so durchziehen wird. Und weil diese Europa-Armee, jetzt schaut euch doch mal an, wie zerstritten Europa seit 2015 durch die Flüchtlingskrise ist. Wenn man auf 2015 zurückgeht, da hätte man gesagt, ja, Europa, gemeinschaftliches Europa, wir ziehen alle einem Strang. da hat man sich das noch vorstellen können mit der Europa-Armee. Ich kann es mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, weil die Polen, der Orban etc., die ja jetzt auch dieses Verfahren hatten mit dieser Unrechtsstaatlichkeit, was ja nur letztendlich heißt, ihr macht was, was uns nicht gefällt und deshalb sollt ihr jetzt Strafen zahlen, da machen die jetzt ihr schönes Veto, Ende Bums. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Polen, Ungarn und noch andere Länder sagen, wir haben jetzt noch wirklich gesteigert, also die reden sicherlich noch darüber, wir machen jetzt eine Europa-Armee, die wir einfach jetzt festgestellt haben, es ist schon ganz gut, wenn wir eigene Herren im Lande bleiben. Aber bei einer reinen Verteidigungsarmee wäre ich mir nicht sicher mehr. Das ist doch das Thema. Aber dann lieber ein Verteidigungs, ein reines europäisches Verteidigungsbündnis als Armee, weil das Armee heißt schon wieder, es muss Geld hin und her geschoben werden und, und, und. Nur ein reines Verteidigungsbündnis und dass wir uns als Europa mal raushalten aus den ganzen Spielereien der Amis und den ganzen Großmächten, weil wir brauchen es nicht. Die wollen doch eigentlich alles nur von uns. Wir sind der größte wirtschaftliche Raum. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Nee, da vermischt du was. Kann man zum Beispiel allein werden kann das Problem mit den Franzosen. Doch, mit den Franzosen. Haben wir schon das erste Problem. Die Franzosen... Das müssen wir lösen. Ich weiß, dass die Probleme da sind. Nee, 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 nee. Ich will auf was ganz anderes hinaus. Du hast eigentlich, wenn du es runterbrichst, das ist völlig schlecht. Man hat bilaterale, wie das der Trump auch gemacht hat, man hat eigentlich bilaterale, das ist viel umständlicher, man hat dann keine World-Regierung, aber man muss eigentlich immer bilaterale Verträge aushandeln. Und wenn du allein schon siehst, dass wir mit Frankreich so konträr laufen, was die Interessen angeht, also Frankreich ist viel näher an den USA, weil die sagen, was ihren Afrika macht, finden wir teilweise sogar sehr gut, weil wir haben eine Atomstrompolitik, wir brauchen das Uran und wir sind die Ersten, die da unten anfangen würden, sich Basen reinzusetzen. Was denkst du, warum wir da unten in Laut und Warn umkriegen? Aber da hast du halt schon das erste Problem. Was würdest du denn machen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir sind uns mal in der Masse? Es geht um unsere Sicherheit. Entschuldigung, ich weiß, was du da jetzt alles in einen Taub bringst, aber es geht um unsere Sicherheit. Nein, das ist nicht alles Sicherheit. Du kannst nicht jedes Thema dieser Welt damit... Nein. Also auch mein Uran für meinen Strom, für meine Bevölkerung zu Hause gesichert ist, natürlich ist das nationale Sicherheit. Wir haben unendlich viele Probleme. Wir haben unendlich viele Probleme in Europa, das wissen wir. Wir wissen, dass wir alle in verschiedene Rechnungen laufen. Aber das Einzige, was wir uns jetzt unterhalten, ist eine Verteidigungsarmee, dass andere uns angreifen. Mehr wollen wir nicht. Ich verteidige doch, ich verteidige doch meine wirtschaftlichen Interessen, indem ich sicherstelle, dass da unten mein Uran schiebt. Davon sollten wir uns lösen. Erzähl das mal den Franzosen. Erzähl das mal den Franzosen. Die sind nicht bereit dazu noch nicht. Das wissen wir. Deswegen klappt das ja auch nicht. Und deswegen laufen wir alle wie aufgeschaut die Hühner in die verkehrte Richtung. Ja, warum sollten wir das machen? Ja, warum sollten wir uns immer einspannen lassen? Warum sollten die Franzosen das machen? Warum sollten die Franzosen ihre Wünsche... Warum sollten die sagen, oh, très bien, le monde will ein bisschen tief. Die wollen ganz klar wirtschaftliche Sicherheit, was bedeutet, Versorgungssicherheit für ihre Bevölkerung durch, wie gesagt, die... Ja, wir wollen Absatzmärkte. Ja, wir wollen Absatzmärkte. Ja, die EU zum Beispiel, da sind wir bei der nächsten Problematik. Viele zum Beispiel, gerade der ärmeren Länder, sind darauf angewiesen, dass wir eben unseren Müll, unseren überschüssigen Nahrungs- und sonstigen Konsummüll da abladen. Ja, da haben wir das nächste Problem. Wir als Deutschen könnten uns zum Beispiel wieder ganz, ganz, ganz nobel raushalten und sagen, also wir haben das gar nicht nötig, also wir recyceln das lieber oder wir kaufen es selber auf, die Regierung kaufen es selber auf. Ja, natürlich, das ist alles... Ja, wir weichern es hier zu weit ab. Ja, absolut. Versicherheit und Eigenarmee, wir agieren nicht weltweit, momentan gar nicht. Die Bundeswehr hat irgendwelche Minimalbeteiligungen, wir bohren irgendwelche Brunnen, die versanden nachher, wenn die Bundeswehr weg ist. Wir bauen Schulen, die werden dann zu Koranschulen, da geht dann keiner mehr normal lernen, sondern da wird der Koran auswendig gelernt und die neuen Gruppen dann kommen wieder am Land an. Das bringt uns aber auch in der Sicherheit nicht weiter. Ich sehe immer noch bei der ganzen Diskussion keinen echten Grund für eine eigene Bundeswehr. Weil unsere Bundeswehr ist nicht das scharfe Schwert an unserer Seite, das uns Verhandlungsdruck gewährt. Das scharfe Schwert ist unsere Industrie und unser Geld. Unsere Industrie, sehr witzig. Also ich würde ja gerne, das ist ein ganz anderes Thema, unsere Industrie, wie viel da wirklich noch deutsche Industrie ist, steht mal auf einem ganz anderen Papier. Aber wie zukunftsfähig unsere Industrie ist, hängt auch davon ab, wie sehr wir eben wie Frankreich auch Rohstoffsicherheit gewährleisten können. Sonst kommt nämlich irgendeiner an und sagt, ich verkaufe meine Rohstoffe lieber nach China oder ich verkaufe meine Rohstoffe lieber nach Amerika. Obwohl ich da mehr oder weniger dafür bekomme, muss ich es an die verkaufen, weil die eben scharfe Schwert und andere Seite. Ja, Entschuldigung, dass ich weiß, dass du recht hast. Ich weiß, dass du recht hast. Ich meine, ich kann das zur Realität verleugnen. Natürlich nicht, du hast recht. Aber wenn es so weiter läuft, wir sollten uns darüber unterhalten, wie wir es sehen sollten, wie wir es haben möchten. Nicht wie die Realität ist, dass wir das momentan alles nicht durchsetzen können. Das ist doch völlig klar, das sehen wir doch. Das wissen wir doch. Also Trump war wirklich schon auf einem guten Weg, dass er gesagt hat, er macht das wirklich wie ein Geschäftsmann. Das war eigentlich ein Beispiel weltweit, dass ich sage, ich umarme meine Feinde, wenn ich sie umarme, können sie mich nicht angreifen. Und er hat ja nun wirklich auch sich bemüht, den Leuten eben nicht militärisch zu begegnen, sondern eben mit maximaler wirtschaftlicher Härte. Aber wie gesagt, nicht militärisch. Also nicht, indem er halt hingeht und sagt, ich mache euch alle platt oder nachbauen meine Firmen das wieder auf und dann schneide ich mir die Stücke raus. Sondern er hat versucht, nachhaltig auch, gerade in Afghanistan ja auch. Absolut. Aber diese Kraft sollten wir doch auch finden. Darum geht es noch. Wir sollten finden. Das war ja vorhin auch mein Schlusssatz zu meinem etwas längeren Statement über die NATO, dass ich gesagt habe, wir Deutschen haben ja eigentlich primär erstmal die Aufgabe, uns wieder als ernsthafter Partner überhaupt zu präsentieren. Und dafür gehört es ja auch, dass man sie in unser Bündnis, was wir überhaupt erstmal haben, solange wir kein neues Bündnis haben und keine Aussichten auf ein neues Bündnis, sollte man erstmal das befriedigen, was man hat. Und da sollte man auch nicht rumschmollen in der Ecke und dann läuft das so weiter wie vorher. Ja, aber du musst doch erstmal überhaupt wieder die Bundeswehr zu einer Einheit formen, die überhaupt in der Lage ist, überhaupt ernst genommen zu werden. In der jetzigen Phase in der Bundeswehr kann ich dem Moritz nur beipflichten, brauchen wir sie wirklich nicht. Da haben wir ein besseres DHT-AW und mehr auch nicht. Ja, völlig richtig. Aber die Politik will das doch gar nicht. Ich meine, wir wären doch technisch in der Lage, die Westen als Armee der Welt aufzubauen. Aber du hast doch eben gerade selber gesagt, wir brauchen darüber was. die Mannstärke heutzutage. Heutzutage gibt es so viel Technik, es gibt Drohnen, es gibt Roboter, Kriegsroboter, die zwar noch nicht direkt eingesetzt werden, es gibt Versuche auf dem Schlachtfeld, aber die in der Zukunft in 20 Jahren werden wir so eine Art Terminator-Armeen haben, die auf dem Schlachtfeld eigenständig agieren. Das ist richtig. Also wenn man in irgendwelchen Kontrollzentren... Wofür bitte dann bitte Panzerschiffe, wofür Panzer, wofür eine große Mannstärke an Armee, wenn das so finden heutige Kriege nicht? Es gibt doch keine... Die Russen machen das schon mehr von einer halben Million Leute. Die Russen machen das anders, du glaubst man. Also mit unserer Technik kommen wir leider auch nicht so weit, wie wir denken. Also so weit sind wir denn doch noch nicht. Aber es reicht doch um einen Feind abzuschrecken. Wir wollen doch gar nicht agieren. Genau. Wir wollen wir eigentlich. Alle waren sich doch vorhin einig gewesen, dass wir nicht mehr im Ausland um irgendwelche Bodenschätze kämpfen sollen, sondern das über Handelswege erledigen und Infrastruktur stärken in den Ländern, damit die Leute da auch zum vernünftigen Einkommen kommen können. Und irgendwelche Brunnen zu bauen, die Versanden und Schuhen zu bauen, wo der Koran dann später unterrichtet wird, und das bringt uns doch nicht weiter. Wofür diese Branche? Das sage ich ja, das ist wie das, was wir haben. Ich möchte mal was fragen. Ja. Wenn das so ist, wie du sagst, müsste dann nicht, Europa wird da immer vorangetrieben, müsste Europa sich dann da nicht eigentlich auf ihren Ursprung konzentrieren, für das, was eigentlich mal da waren, als reine Wirtschaftsgemeinschaft zu partieren und auf diesen Punkt nochmal zurückzukommen. Das heißt auch mehr Nationalstaaten, mehr Souveränität für die Nationalstaaten, dass jeder ein bisschen wieder sein eigenes Ding macht und nicht alles unter dem Mantel Europa zusammengefasst wird, sondern wirklich der Schritt zurückgegangen wird zu der Organisation, die die EWG eigentlich mal war. Das war eigentlich genau beim Punkt. Wenn ich das noch nicht da antworten kann, ich sehe da überhaupt kein Problem drin. Der Nationalstaat zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er so eine Riesen herstellen kann. Ich meine das ja auch nicht negativ, ich meine das eher positiv. Ja, in Europa können wir uns wieder, können wir wieder zurückgehen, überhaupt kein Problem zu einem starken Handelsbündnis untereinander zwischen den nationalen Staaten und wir könnten auch eine gemeinsame Sicherheitspolitik vertreten, wo eigene Armeen zurückgebaut werden können und Europa sich militärisch ihre Sache da forciert und auch sich verteidigen kann. Immer auf dem Verteidigungs-, nicht auf dem Angriffskrieg. Genau das sollte. Also so sollten die Leute das sehen. Und ein positives Beispiel, wie Europa gut zusammenarbeitet und was vorangebracht hat, ist in meinen Augen die ESA. Die ESA, die Weltraum, europäische Weltraumbehörde, arbeitet sehr gut zusammen. Die Fabriken und die Wissenschaftler arbeiten europaweit sehr gut zusammen und können Projekte im Weltraum realisieren, die auch wichtig sind, zum Beispiel fürs Internet oder für zukünftige Rohstoffe, für Tritium auf dem Mond, was irgendwann mal wichtig werden könnte in 30, 40 Jahren, falls mal diese neuen Reaktoren dann funktionieren sollen. Das ist ja alles möglich. Wir können was europäisch gesehen. Es fehlt halt nur an vernünftigen Gesetzen und vernünftigen Politikern, die sich da engagieren. Wir müssen nicht den Nationalstaat aufgeben, aber wir können durchaus in meinen Augen die nationale Armeen aufgeben. Das heißt ja nicht, dass wir für irgendwelche großen Projekte wie Umweltkatastrophen oder Wetterphänomene oder Erdbeben, wie auch immer auf europaweit gesehen, können ja jedes Land eine Nationalgarde unterhalten, die diese Sachen dann ausgleicht, wo sie dann helfen. oder wenn innere Unruhen ausbrechen zwischen Volksgruppen oder Clans in Deutschland mit dem Umfeld, die könnten dann auch eingreifen unter Waffen. Das ist ja kein Problem. Das muss ja keine Armee sein. Das haben wir doch alles schon. Das haben wir doch alles schon. Ja, das lässt mich kurz noch zu Ende ausführen. Und ich finde die Idee von diesem, wie heißt das nochmal, dieses Einheitsjahr, dieses Jahr, was wir für Deutschland spenden können. Freiwillige Soziale, ja. Ja, genau. Das könnte durchaus ausgeweitet werden. Man kann sagen, mit 18 müsstet ihr dieses Freiwillige Jahr machen. Ihr werdet vernünftig bezahlt und der Bund setzt euch da ein, wo es brennt, die Leute. Die werden nicht unter Waffen ausgeführt, sondern werden einfach in die Arbeit geführt. Und das würde viele Jugendliche vielleicht dazu bewegen, dann in Jobs zu gehen, die sie überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Was ja in der, in den Wehrpflicht, damals in den Ersatz, Wehrersatz auch war. Da gab es ja auch viele Leute, die dann in Pflege oder in Krankenhäuser gegangen sind, weil sie gemerkt haben, okay, der Job macht mir Spaß und es ist was. Aber so kann man einen Mangel ausgleichen und ich finde, so ein Hilfsjahr verpflichtend für alle, finde ich in Ordnung. Und wer gerne in einer Armee dienen will, kann das ja auf europäischer Ebene gerne dann tun. Das ist ja kein Abstrich. Aber da liegt genau der Fehler, finde ich. Also ich meine, wenn ich mal kurz da, sind so viele Punkte schon wieder, wo ich sage, dass eigentlich sind wir gar nicht so weit auseinander. Das Problem ist nur, glaube ich, erkannt zu haben, dass du so eine ziemlich argumentfreie Verurteilung von Armeen nationaler Qualität hast. Kann das sein? Ja, ich gehe das mittlerweile ab. Das wird da auch viel Krieg zusammenbindern. Gut, weil das nämlich gerade mit der ESA finde ich ein gutes Beispiel, aber da musste ich lachen, weil das ja irgendwie deine Aussage konterkariert, weil die ESA genau das Gleiche ist wie die NATO, halt nur im Raumfahrtsbereich und zwar privat, aber im Endeffekt ist es ein Gegengewicht gewesen, was man geschaffen hat gegen die USA und gegen Russland. Aber deswegen... Das ist ja egal. Ich meine, ich ging eher auf die Zusammenarbeit mit den Ländern. Das war also positiv. Aber im Endeffekt ist es gleich... Im Grund hat das spiele keine Rolle. Ja doch, das ist schon entscheidend, warum du was machst. So, wir haben einen neuen Anrufer, den hole ich mal dazu. Und zwar ist die Sandra dran. Hallo Sandra. Hi Alex, hörst du mich jetzt besser? Ja, ich höre dich, jawohl. Okay. Jetzt kriege ich Unterstützung. So, endlich, ich wahrlich unterstütze. Ich will das gerade noch ausführen, danach gerne. Aber wie gesagt, das war mir schon noch wichtig, dass wir es nochmal auf Moritz beantworten. Weil diese Urproblematik, dass man eben sagt, mit dem freiwilligen sozialen Jahr auch was gesagt, finde ich auch sehr wichtig. Aber gerade eben national und nicht europäisch, weil das fördert ja auch den patriotischen Gedanken und auch die Zugehörigkeit zu seiner Volksgruppe. Weil wenn du sagst, naja, du kannst überall das machen und das ist ja auch das, was momentan gemacht wird, über die Erasmus-Stiftung oder so, dass man sagt, geht mal erstmal überall helfen, bloß nicht im eigenen Land, geht überall hin. Und das macht auch, wie gesagt, die Volksgemeinschaft in Israel so stark, dass man eben alle, auch Männlein und Weiblein, erstmal verpflichtet, sich für ein Jahr auch mal dann mit dem Land auseinanderzusetzen. Weil das machst du ja auch, indem du entweder im sozialen Bereich oder im militärischen Bereich deine Arbeitskraft und auch dich selber erstmal zur Verfügung stellst. Deswegen müsste das auf jeden Fall in den Ländern auch verankert bleiben. Und die EWG zum Beispiel, die wir hatten, ist ein sehr guter Rahmen gewesen, um zu sagen, das ist ein Europa der starken Vaterländer, die miteinander immer kooperieren, wenn es Interesse des anderen Landes und des eigenen Landes ist. Und das ist es auch, weswegen wir eine eigene Armee brauchen. Wenn ich nämlich zum Beispiel Interesse habe, mit Belgien was zu machen, dann fahre ich mit dem belgischen Expeditionskorps zum Beispiel nach belgisch Kongo, fahre aber mit den Polen nach Rügen. Und das mache ich immer, unabhängig davon, wer jetzt auch anderes seinen Sänft dazu zu haben hat oder nicht, das handele ich aus. Und das entscheidet eben keiner in Brüssel oder sonst irgendwas und ich muss nur meine Truppen entchicken. Wie lange bist du noch mal gedient gehabt bei der Bundeswehr? Wie lange warst du da dabei? Lass uns dann mal sprechen jetzt. Nein, das war auch ich kann mir das sagen. Nein, nein, ich finde, also ich kann ihm nur, der Vorredner, wer war das jetzt gerade? Welcher Name war das? Fabian. Oder wer war das gerade? Ich war Fabian. Fabian, genau. Also du hast das gerade gesagt, wegen der Wehrpflicht und wegen dem sozialen Engagement für das eigene Land und so, oder? Warst du das? Ja. Und das kann ich nur teilen. Also das war wirklich, damals ging es Europa auch wirklich gut und es war nicht so, dass wir niemandem geholfen haben. Hey, wir haben so viel Entwicklungshilfe geleistet, sogar in den kleinen, in den Schulen. Also ich als Grundschüler in unserer Klasse. Wir haben ein Patenkind in Afrika gehabt und haben das auch jedes, also immer unterstützt mit unserer Klassengasse und Tombola und Pipapo und das hat Deutschland immer schon gemacht. Und ich finde es eine Frechheit dann zu sagen, wir wären rassistisch gewesen, wir sind überheblich, wir hätten die Länder alle nur ausgebeutet und so weiter. Hey, was wollen die dann? Dann sollen sie das machen, sollen sie ihre Scheiße zu Hause machen, aber nicht hier sich, ja, reinstecken. Und unsere jungen Leute müssen das einfach sehen, die müssen sehen, dass wir eigentlich ein tolles Volk sind und ein fleißiges Volk und die müssen das wieder lernen. Die müssen sehen von den Eltern, aber das ist halt das Problem, die Eltern, die alten 68er oder sowas, die kriegen das ja nicht mal gebacken, ihre Kinder, die schieben sie morgen in die Kita ab, den ganzen Tag, weil sie halt arbeiten müssen, je nachdem. Oder ob sie Lust haben, also ich meine, es kommt immer darauf an, ob sie müssen oder einfach lieber arbeiten anstatt auf die Kinder aufpassen. Das ist halt auch so eine Frage. Also ich weiß halt, vor 20 Jahren oder 30 Jahren, also wo ich klein war, unsere Eltern mussten arbeiten gehen. Wir haben Glück gehabt, dass die Oma im Haus war und die Jahrgänge danach, die Eltern, die mussten auch arbeiten, weil dann keine Oma mehr im Haus war, aber die mieten schon zu hoch. Dann war es normal zwei Arbeiter im Haus und die Kinder halt in den Kindergarten und Schule, wo sie dann älter waren. Ja und was ist dann kommen, dann ist nur noch Kita kommen, also dann hat man immer gesagt, ja das war in der DDR so gut und so und alle Mütter können zum Arbeiten gehen und ja der Haushalt bleibt ja sowieso, dann liegen die Kinder sind abgeschoben im Kindergarten und dann ging es los mit dem ganzen Schlamassel und die Kinder nicht mehr aufgefangen worden, weil keine Oma mehr da war. Aber das hat jetzt mit der NATO ja jetzt glaube ich gar nichts zu tun. Nein, aber mit der Erziehung von den Jugendlichen, von dem Zivildienst. Ja, wir driften jetzt aber zu weit ab, muss ich gestehen. Und Moritz, wir haben noch andere Themen auf dem Zettel, wir müssten mal schauen, dass wir noch ein bisschen in eine andere Richtung steuern. Ja, dann gehen wir wieder zum Zivildienst, also eben deswegen, dass die das halt lernen und deswegen ist das eigentlich wichtig, das wollte ich ja nicht sagen. Warum bist du nicht beim Bund gewesen, Sandra? Ich war nicht beim Bund, aber mein erster Freund war beim Bund, der hat Zeit so da gemacht im Frühen. Ja, aber den mal auf andere zeigen. Warum hast du nicht unser Land verteidigt? Ich war im Krankenhaus, ich habe so ein Jahr ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Aha, weil du gesagt hast, Dienst an der Waffe ist für dich nichts. Ich bin 1,53 Meter groß, das wäre nichts für mich gewesen. Damals war das noch nichts für kleine Mädchen. Nee, aber das wäre damals nicht gegangen. Mit 1,53 Meter kann man auch mit dem D36 schießen. Das ist ja auch ein Vorteil, wenn du so klein bist. Aber in der Zeit wäre das nicht gegangen. Wenn man so klein ist an der Front, wird man auch nicht so schnell getroffen. Das ist ein Teil, ne? Genau. Nee, ich hätte es vielleicht schon gemacht. Also, ja. Also, ich weiß nicht. Also, ich hätte es schon gemacht. Ja, ja, ja. Wer hat eigentlich gedient hier in der Runde? Ja, hat es alles ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat es alles ja, ist ja bei der Bundeswehr gedient. Wieso zählt das denn nicht? Zivildienst. Ich habe Zivildienst gemacht. Zivildienst gemacht. Warum zu Fall gehen? Nee, hatte, ja, nö, ja. Nee, ich musste arbeiten. Ich hatte keine Zeit dafür. Okay. Tim, warst du bei der Bundeswehr? Zivildienst gemacht, weil sehr pazifistisch eingestellt. Aha, okay. Guido? Ich war weder Wehrdienst noch Zivildienst. Zwei Gründer. Irgendwann waren zwei Brüder schon vor mir dort. Aha. Und damals hat es halt diese Regelung gegeben, es brauchen nur so viele Brüder von einer Familie dorthin. Die hätten mich zwar gerne gehabt. Ich habe auch meine Musterung alles hinter mich gebracht damals. Allerdings war ich unabkömmlich auf der Arbeit. Okay. Fabian? Fabian? Also ich war ZBV. ZBV ist nicht verwendungsfähig oder was, glaube ich? Zur besonderen Verwendung. Zur besonderen Verwendung? Was heißt denn das jetzt? Organspender. Ne, das war, das ist außerhalb angesiedelt. Das ist nicht direkt so dann gewesen. Ah, also auch nicht beim Bund. Ich war auch nicht beim Bund. Moritz, warst du beim Bund? Ja, ich war beim Bund. Ah, der Pazifist hier in der Runde, der war beim Bund. Da kommt wahrscheinlich die Abneigung her. Ich war auch nicht beim Bund. Allerdings tue ich natürlich heute Deutschland dienen, die wichtigste Sendung wird. Ah, ja, ja. Ja, wenigstens einer hier in der Runde hat Anstand und tut was für Deutschland. Um mal ganz ehrlich zu sein, also ich wäre sogar wirklich zum Bund gegangen, hätte mein jugendliches Ich nicht den Drang gehabt, ein paar Jahre in Asien zu verbringen. Und was mich dann wirklich, ja, auch dann bestärkt hat in der Entscheidung, war dieser ekelhafte Verpflichtungszwang. Wenn man ein Helikopterpilot werden wollte, waren es zehn und Jetpilot, glaube ich, sogar zwölf Jahre. Also es war richtig ätzend. Und das hat mich dann, das hat mir dann auch die Sache verleidet. Weil ich bin ja, das ist ja meine Familienplanung und alles, dann damit auch, ja, dann bin ich halt eigentlich Soldat mein Leben lang. Ja, da kommst du ja nicht mehr raus. Aber andererseits, wenn du es so überlegst, andererseits, wenn die Bundeswehr für dich so eine super Ausbildung als Pilot oder sowas bezahlt, finde ich das schon eigentlich auch gerechtfertigt, dass sie dann warten können, solange man dann bei denen arbeitet. Also in Anführungsstrichen. Deswegen finde ich zum Beispiel die Berufssoldaten, finde ich so gar nicht so schlecht. Also freiwillige Berufssoldaten und dann vielleicht so eine Art zwischen Zivildienst und Militärdienst, Mundwehrdienst, sowas für die Jungen, dass die wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen was fürs Land tun und was lernen und so. Dann haben wir auf die ursprüngliche Frage zurück, wenn ich kurz unterbrechen darf. Bist du für die Bundeswehr oder bist du gegen die Bundeswehr, wenn wir eine EU-Armee? Eine EU-Armee? Nee, nee, nee. EU-Armee finde ich total. Also ich will ja die EU gar nicht. Ich will ja Brüssel gar nicht. Also dann kann ich auch keine EU-Armee möchten. Wir haben aber jetzt eine EU. Wir kommen ja nicht drumherum. Und so schnell wird die ja nicht weit. Ja, aber ich weiß nicht. Merkel hat ja schon mal gesagt, Europa, EU fällt mit dem Euro. Und das ist ja nun, glaube ich, nicht mehr so lange hin. Also ich glaube, die EU als Konstruktion, die ist zu überdenken in den nächsten paar Jahren. Weil es kann nämlich jemand, insbesondere Deutschland, den Bums einfach nicht mehr bezahlen. Da halte ich dagegen, das römische Reich hatte auch Startschwierigkeiten. Das heißt hier Startschwierigkeiten? Das ist ja auch wieder vergangen. Also ziemlich irgendwann mal, oder? Also ich meine, es kann sich so nicht vergleichen. Das war ja mal gruselig gesehen. Aber ich glaube nicht, dass die EU... Das ist der größte Bund gewesen. Also kommen wir nicht vom Thema ein bisschen ab. Langsam so. Ja, wir sollten überhaupt mal ein anderes Thema vielleicht mal wieder anrufen. Wir haben noch andere Themen auf dem Zettel, glaube ich, Moritz, oder? Richtig. Weil die Zeit auch davon läuft. Ja. Ja, wir haben aber noch zwei Leitungen frei. Also man kann immer noch anrufen. Kommen wir zum Thema Polizei. Ja, oh, oh, oh. Vorschlag. Oh, jetzt späte Stunde. Jetzt hängen wir nochmal drei Stunden an die Sendung dran. Also, Frage an die Runde. Wir wissen ja alle, dass die Polizei recht unterbesetzt ist im Land. Wir haben bundesweit einen Nachwuchsmangel. Und meine Idee dazu ist, private Sicherheitsdienste, Polizeiaufgaben zu übertragen, um Polizeikräfte freizugeben. Auch im privaten Bereich kann man das vernünftig ausbilden. Kann da Leute motivieren dazu, solche Aufgaben zu übernehmen. Und warum sollen die da nicht auszulöfen? Es gibt genügend Bereiche, wo private Sicherheitsdienste durchaus gewissen Schutz bieten können und Polizeiaufgaben übernehmen können. Und das staatliche Gewaltmonopol ist ja dadurch nicht gebrochen. Vielleicht eine Frage zum Anfang, um zu einer Verständnisfrage. Wenn du eben für eine Europaarmee warst, müsstest du auch eigentlich für so eine Eurogen4, also für einen europäischen Gendarmerieverband sein, oder nicht? Haben wir ja schon. Wir haben ja schon so eine europäische Organisation, die Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden. Ja, aber es funktioniert wegen der sprachlichen Barrieren nicht so gut. Ich möchte auch mal was kurz sagen. Das kannst du nicht so einfach durchsetzen. Ich möchte mal was Provokatives sagen. Wenn ich nicht wüsste, dass sich hier auf der Deutschland eins wäre, würde ich sagen, das sieht sehr nach Deutschland auflösen aus hier alles. Also alles privatisieren, man braucht den Staat nicht mehr. So ziehe ich das jetzt langsam alles mal zu, oder resümiere mal langsam schon. Das ist alles staatliche Gewalt, wird abgegeben in private Hände. Am Ende bleibt gar kein Staat mehr da. Ja, das ist auf den Punkt gebracht für mich. Also wir können doch jetzt nicht auch noch ernsthaft auf die Idee kommen, auch noch die Polizei zu privatisieren. Nein, man kann sagen, aber es ist das gleiche Argument wie... Aber es ist doch das gleiche Argument wie... Wer in die Gruppen oder wer das dann... Also jetzt überlegt man mich, in Köln oder so, in den Haupt- oder Essen oder so, in den Viertel, gibt es denn da nur so eine Polizei von der Gegend dann da oder so das Ordnungsamt? Den bezahlten Söldner nennt man das auch. Also es ist ja so, Polizeiaufgaben. Wir haben doch heute im Supermarkt, im Einkaufszentrum, in der Fußgängerzone, im Bereich der Städte, was jetzt das Kontrollieren zum Beispiel von Parkgebühren und Sonstiges betrifft. Wir haben ja schon so viele private Sicherheitsbereiche. Genau, die haben keine hoheitlichen Aufgaben, also... Moment, gleich, gleich, gleich. Oder Objektschutz und so weiter und so fort. Das heißt, in vielen Bereichen, wo früher mal die Polizei vielleicht vor 50 Jahren zuständig war, sind jetzt schon private. Okay, die haben keine hoheitlichen Aufgaben. Ich bin ja sehr dafür, dass die Polizei ausgebaut wird, auch personell. Aber ich bin zum Beispiel nicht für, dass das irgendwie privat übernehmen sollen, weil das dann nur eine Verlagerung ist. Man sollte dann einfach, ob man die jetzt im Privatbereich Ausbildenden einstellt oder ob man sie als Polizisten, als Staat einstellt und ausbildet, kommt letztendlich aufs Gleiche raus. Und der Staat muss halt endlich sagen, ja, wir suchen uns jetzt Polizisten, wir machen den Beruf attraktiver. Und wir nehmen vielleicht auch nicht so viele mit Migrationshintergrund. Die werden ja noch hauptsächlich genommen, weil man sich einen Dolmetscher sparen möchte oder sonst irgendwas. Oder weil man denkt, der türkische Beamte, der einen Türken auf der Straße anspricht, hat mehr Autorität. Das ist ja schon der völlig falsche Einsatz. Also wenn wir nur jetzt nur noch aus... Aber das ist so. Aber das Problem ist nicht der türkischstämmliche Polizist, sondern es ist der türkischstämmliche deutsche Bürger, der in Deutschland wohnt, ob mit Staatsangehörigkeit oder ohne, dass der sich von einem türkischen Polizisten eher etwas sagen lässt, als von einem Deutschen. Und das zeigt schon, deshalb brauchen wir keine Migrationspolizisten, sondern die Polizei muss sich wieder durchsetzen. Die muss ernst genommen werden, in vielen Bereichen, auch bei den Clans. Und ich bin dafür, die Polizei massiv aufrüsten und auch nicht gleich weinen, wenn die mal mit dem Schlagstock irgendwie auf einen drauf oder etwas drauf gehen. Warum? Die Polizei muss härter werden, so wie in der USA. Dann gibt es da auch mehr Respekt. Und dann hat auch der Migrant eventuell oder der mit Migrationshintergrund oder der Türke, der in der 15. Generation hier in Deutschland ist und den deutschen Pass hat, aber eigentlich kein Deutscher ist. Die haben dann mehr Respekt vor der Polizei. Die Polizei muss ausgebaut werden. Da muss Personal her, sagt die Politik seit 50 Jahren. Aber es werden zu wenige eingestellt, genau wie bei den Pflegekräften. Das ist meine Meinung. Jetzt halte ich mich wieder raus. Also die Realität sieht doch so aus, selbst wenn private Ordnungsdienste oder auch Ordnungsämter von der Stadt aus diese Arbeit verrichten und es kommt zu Problemen, man muss doch im Endeffekt immer noch die Polizei ausrücken. Ja, weil die Privaten keine Polizeirechte haben, ja. Und du meinst, wenn sie sie bekommen würden, dann könnte man sich das sparen? Nee, wenn man das privatisieren will, müsste man diesen Privaten dieselben Rechte einräumen wie der Polizei. Das heißt, dieselbe Verfügungsgewalt wie die Polizei, dieselbe Handlungsgewalt wie die Polizei. Ja, das war ja die Frage. Und bist du da dafür? Ich bin dann dafür, dass man das bei der Polizei lässt und die Polizei ausbaut. Ja, bei der Polizei gibt es so viele Rechtsradikale, die auch irgendwelche rechtsradikalen Chatgruppen haben, Gideon. Ja, schwarze Schafe gibt es überall, ich sage, unsere Polizei macht nach wie vor einen hervorragenden Job. Daumen hoch für unsere Polizei, ich möchte den Job fit machen. Wie gesagt, ein paar Spinner, ein paar Idioten findest du in jeden Berufsgruppen, die gehören aussortiert und entfernt. Aber zu 99 Prozent, finde ich, macht unsere Polizei einen tollen Job. Ja, ich lese hier gerade im Chat bei YouTube, wir bräuchten Schimanski wieder. Ja, der war ja auch sehr brutal und aus heutiger Sicht eigentlich müssten die Schimanski-Filme verbrannt werden. Ja, weil das ist überhaupt nicht mehr politisch korrekt. Ich habe auch neulich einen Film gesehen, habe ich eigentlich nur aufgezeichnet und angeschaut. Ich habe ihn auch abgebrochen, weil er war nicht so toll, weil ich habe ihn noch nicht gekannt habe. Das war ein französischer Film mit dem Cheperat Depardieu, der hieß Der Bulle von Paris. Und mein Gott, war das ein rassistischer Film, ich glaube, aus den 70ern war der. Der hat die Verhörkandidaten geschlagen und beleidigt. Und das war ein Komiker. War auch mit Migrationshintergrund, waren die Kandidaten auf der Polizeiwache und die hat er dann auch beschimpft als Ausländer. Also, dass sowas im deutschen Fernsehen überhaupt noch gezeigt werden darf. Ich habe gedacht, ich muss meinen Fernseher zertrümmern. Aber Fakt ist, Schimanski natürlich, klar, ich wundere mich überhaupt, dass die ARD diese Wiederholung von den Schimanski-Tatorten überhaupt noch senden darf. Dass da jetzt noch kein Grüner mal eine Petition gestartet hat. Ich würde keine schlafende Hunde wecken. Ja, aber es ist doch wirklich so. Unglaublich. Ja, aber ja, und schon halte ich mich wieder raus. Wenn ich mal was dazu sagen dürfte, die Richtung ist ja eigentlich ziemlich interessant. Also, Moritz möchte unser Militär europäisch ausgliedern sozusagen und gleichzeitig auch noch unsere Polizei privatisieren. Also, da muss man schon fragen. Nein, 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 das stimmt mich nicht falsch. Teilaspekte privatisieren. Aha, okay. Das bedeutet nicht die komplette Polizei. Das kann ich aber so verstanden. Das kann ich nicht mit mir sagen. Ja, ich auch. Das führt mich nämlich zu der Frage. Ich bin dafür. Also, nehmen wir mal einen Fakt. Wenn in Frankfurt die Partyszene am Gange ist und in der nächstgrößeren Stadt auch sowas passiert, dann reicht die Polizei absolut nicht aus. Na, unterschätzt man die Polizei nicht. Das reicht. Da müssen sie Abstriche machen. Und die Kleinkriminalität, die nachts trotzdem noch stattfindet, die bleibt dann außen vor. Gut, okay. Da habe ich schon immer, wo die ganze Polizei herkommt, wenn sie dann gegen Unschuldige vorgehen. Also, die haben schon... Lass mal das raus des Demonstrationszeugs. Da will ich keine privaten Kräfte sehen. Also, ich denke schon, wenn du es gegeneinander aufrufst, dann haben wir ganz viele Karten. Ja, aber wir haben das Problem, dass generell so viele private, ich kann die gar nicht mehr unterscheiden. Also, wenn ich durch die Stadt laufe, da stehen die Privat-Security, das Ordnungsamt und da Polizei. Deswegen, ja, alle eine einheitliche Uniform, alle eine einheitliche Gesetzgebung, an die sie sich halten müssen und eine vernünftige Bewaffnung, dass die schlagkräftig auch vorgehen können zum Beispiel. Wer wäre nicht froh, wenn durch sein Viertel alle Stunde so eine Streife fährt? Die Bundeswehr zum Beispiel, die Bundeswehr könnte durchfahren. Ja, du, ich finde das... Nein, im Ernst, ich finde das gut. Bei uns gibt es von der Bundeswehr hier ein Lager Lechfeld, das ist eine Kaserne. Und du glaubst nicht, wie ruhig das in der Abteile ist, wenn da die Jungs drin sitzen mit ihren, wie heißt das, Uniform halt. Und Rucksack, da ist es relativ angenehm, mit dem Zug zu fahren. Definitiv. Wobei wir dann wieder einen Gruß an Moritz beim größten Hammer wären, ne? Also, jetzt überlegt euch mal, die Bundeswehr würde einfach am Samstag durch die Fußgängerzone mit dem Schützenpanzer fahren. Ja, gut, der Schützenpanzer fährt natürlich schon leider schon lange nicht mehr, aber das würde doch auch Stärke demonstrieren. Und der ein oder andere, Klaas Klan, Mitglied mit seinem Mercedes, würde sich auch überlegen, ob er noch falsch parkt, weil sonst rollt eventuell der Panzer mal kurz drüber. Das könnt ihr in Bayern ja machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Also nicht hier in Hamburg, das geht nicht. Nix da. Ihr seid ja auch zu rot, ne? Bei euch geht sowas gar nicht. Vergiss es. Ich denke auch, wenn du jetzt mal nach Hamburg erwähnst, wir müssen das ja aufbrechen. Es gibt ja Viertel, wo Scharia gehütet. Wo das die Klans oder diese Einheimische... Ja, aber es ist nicht die Realität in Hamburg. Es ist aber nicht, auch wenn ihr das alle... Ist die Scharia-Polizei vielleicht schon diese private Sicherheitskraft, die wir brauchen? Nein, es ist... Du kannst... Weil die Polizei bietet ja keine Sicherheit in diesen Vierteln. Du kannst durch Hamburg gehen, ohne dass du Angst hast. Das ist alles übertrieben. Es ist alles nicht so. Das Lied hört man immer so gerne. Ich meine, meine Frau in Berlin, da ist ja auch mitten im Shithole Country. Und trotzdem kannst du dann nachts durch die Stadt. Das ist alles kein Thema. Das ist alles übertrieben, muss ich ehrlich sagen. Kleiner Zwischeneinwurf bitte noch. Für dich als Deutschen trifft das zu. Ich nehme an, du bist kein Muslim. Und deine Ehefrau und deine Tochter, wenn du eine haben solltest, ist auch keine Muslima. Noch nicht. Wie bitte? Noch nicht. Noch nicht. Aber wenn es so wäre, diese Scharia, die schlichten ja meistens in Familien, da Streitigkeiten. Oder wenn die Tochter nicht beschnitten werden will, in den etwas härteren Fällen. Da gehen die ja rein. Da üben sie ja Druck aus in den Familien. Das ist ja nicht so öffentlich, dass jetzt der Dönerbudenbesitzer da überfallen wurde und die schlichten da irgendwas. Das kommt ja auch nicht so unbedingt vor. Ich meine, das findet mehr im privateren Kreis statt. Das ist ja nicht so öffentlich, dass die hier da ordentlich an Pranger stellen. Das findet sogar im öffentlichen Leben, also in jedem Kuckuckkopf findet das doch statt, also die Angriffe von bestimmten Bürgern auf uns Deutschen. Nein, nein. Natürlich. Ja, ich sage es ja nicht. Nicht hier oben. Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Wirklich 100 Prozent nicht. Nein. Es ist nicht so wie in Nordrhein-Islamien. Nein, es war doch bei euch dabei, Anis in Wester, gab es doch in Hamburg auch diese Übergriffe. Ja, das ist doch nicht die Realität. Das ist doch nur, was man hört, dass die untereinander, als normaler Mensch, hast du damit nichts zu tun. Du kannst jetzt durch die Stadt laufen und du wirst nichts mit denen. Die haben ihre eigenen Kriege, aber doch nicht mit den normalen Menschen. Und das ist auch im Dorf in Kleinstädten erst recht nicht so. Also wenn du jetzt hier um Hamburg rumgehst, da gibt es sowas gar nicht. Das ist alles friedlich noch. Aber wenn du, nehmen wir ein Beispiel, du siehst jetzt eine Auseinandersetzung und als deutscher pflichtbewusster Mensch, gehst auf die Polizei, zeigst beide an, hast Fotos mit deinem Telefon gemacht und du bist der Meinung, wenn du da das nächste Mal durchgehst, kriegst du keine Probleme. Hundertprozentig, nein. Auch wenn du die Leute dann fotografiert hast und du da direkt daneben schlägst, dann hast du die Zeit. Nein, die haben ihre eigene Realität. Nein, wirklich nicht. Also zwei Sachen, vielleicht müsste ich nochmal... In 47 Jahren ist mir das nicht passiert, also bis vor 16... Also wenn du, das würde ich dir auch gar nicht empfehlen, wenn du gerade, wenn du jetzt Vater einer Tochter bist auch noch, also Verantwortung hast für deine Familie, würde ich dir dringend nicht empfehlen, in irgendeiner Weise aktenkundig zu werden als Zeuge gegen, wie du schon sagtest, Leute, die in ihrer eigenen Welt leben. Weil die machen das dann nämlich mit dir auch in ihrer eigenen Welt aus. Und da kannst du dich auf die staatliche Hilfe erstens nicht verlassen und zweitens ist sie dafür auch gar nicht zuständig. Die kriegt dann nämlich gar keinen Zugriff. Also deswegen wäre ich da vorsichtig mit solchen Aktionen. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, das ist sehr lokal begrenzt und im Idealfall bekriegen die sich nur selbst gegenseitig. Und es kommt halt manchmal nur zu Kollateralschäden. Schlimmer finde ich halt diese Hygienartigen Angriffe, wo dann eben wirklich die Schwächsten aus der Herde, also aus der bio-deutschen Herde rausgepickt werden. Ja genau das, aber ich muss euch mal was sagen. Als Erwachsener freue ich mir, dass das doch nicht passiert. Lass mich doch mal kurz ausreden. Lass Sandra den Fabian noch ausreden lassen kurz. Also vielleicht einen Ansatz nochmal zu dieser Problematik an sich. Im Gegensatz zu den militärischen Komplexen, die wir vorhin hatten, ist das eigentlich relativ einfach zu lösen. Ich bin nämlich der Meinung vom Alex, man braucht einfach mal wieder eine gewisse Härte. Man muss es so machen wie in New York. Erstmal auf die richtige Zero Tolerance, das heißt glaube ich, wenn jemand einen Kaugummi, gerade von dem neuen Kaugummi oder eh nichts auf den Boden spuckt, gibt es einen Knüppel. Und von dieser Ebene arbeiten wir uns dann wieder zu einem normalen Mittelmaß runter. Aber wir müssen erstmal dieses Maximal herstellen, um die Polizei wieder als staatliche Hoheitsgewalt und Kraft eben auch wahrnehmbar zu machen im öffentlichen Raum. Das fängt schon beim Auftreten an. Zum Beispiel, wenn ich die Leute in so einem behinderten Opel Kombi rumfahren sehe, die nehme ich nicht ernst. Oder in einem, wie wirst die da in Berlin fahren, dieses Kolf Plus oder Scherane, 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 was das sein soll. In Hamburg sind sie ein bisschen besser drauf. Die haben vernünftige Kappen, also die Mützen sind auch anders schneidert. Das ist New York. BMW. Und die haben, nee, die haben E-Klasse Limousine. Und ein normaler Streifenwagen hat einfach eine Limousine. Warum soll der in einem Kombi rumfahren? Das ist keine Reinigungskraft, das ist keine Putzkolonne. Die haben hinten auch alles drin, Besen und Hütchen und so. Das ist einfach unglaubwürdig. Wenn ich ein normaler Schutzmann bin und wenn du dir die neuen Inceptor-Serien von Ford anguckst, da geht mir eh mal eine Ab dabei. Kugelsicher, geiles Design, ob das nun die SUV-Variante ist oder eben der Viertürer, normale Limousine. Und eben auch die Fahrgastzelle hinten für die Gefangenen. Da hast du einfach keinen Bock drin zu landen. Und das muss auch wieder hier auch mal wieder in der Bevölkerung ankommen, gerade bei den Neubürgern, die da nämlich besonders auch darauf anspringen. Weil wir normalen Bürger haben damit nämlich kein Problem. Wir klären das mit der Polizei zivilisiert und dann geht es auch zivilisiert ab. Und wenn du hier aufmuckst und meinst, du musst irgendwie Sex mit der Mutter anbieten oder sowas, dann landest du eben mit einem blauen Auge da hinten drin. Und das machst du dann eben nicht ein zweites Mal. Ja, aber du hast ja recht. Da, wie gesagt, da müssen wir hin und dann brauchen wir auch nicht ausfassen an private Kräfte. Dann brauchen wir auch nicht die Hoheitsrechte abzugeben, weil das schwächt dem Staat nämlich noch mehr. Aber ist dir nicht aufgefallen in den letzten Jahren, jetzt abgesehen davon, dass hier natürlich die Polizei ihre Klientel da hat und deswegen immer mehr absturmt. Aber auch das Verhalten der Polizei in den letzten Jahren hat sich verändert. Früher waren es wirklich Freund und Helfer, also wie wir jung waren, noch was, noch Freund. Es wird immer, die distanzieren sich immer mehr vom Volk. Und das ist mir aufgefallen in letzter Zeit, weil sie natürlich schlechte Erfahrungen haben, weil sie Angst haben, weiß ich nicht warum. Aber zu den normalen deutschen Bürgern haben die Distanz aufgebaut. Und das, finde ich, ist nicht gut. Naja, ich kann dir sagen, warum das so ist. Du hast inzwischen keine Rückendeckung mehr. Du hast den Marsch durch die Instanzen vollendet. Du hast als Dienstherrn und eben als, die sind ja Exekutive und die Judentaktive, die dahintersteht, ist eben leider Gottes von der Feindesseite. Du bekommst einfach, wie gesagt, von deiner eigenen, ab einem gewissen Dienstgrad, keine Rückendeckung mehr. Und wenn du dann wirklich was ermittelt hast und an die Staatsanwaltschaft übergibst, hast du im Idealfall nur ein kleines Erfolgserlebnis. Aber in den meisten Fällen kriegst du einen richtigen Dämpfer oder bist sogar noch in der Rechenschaftspflicht oder hast irgendwie sogar noch selber ein Verfahren an der Backe. Klar trittst du dann anders auf. Man muss das nicht geändert werden. Das ist ein ganz anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema nochmal. Ja, aber das ist doch ein wichtiges Thema, dass wir genau da einsetzen müssen. Nicht, dass man die jetzt privatisieren müsste, was du sagst, sondern dass man vielleicht in diesem Bereich... Ich will die auch nicht privatisieren. Ich will die ja dann privatisieren. Nee, aber das war nicht gewesen mit der Privatisierung. Ich bin absolut dagegen. Ich bin absolut dagegen. Wie gesagt, also wenn ich da mal kurz reinstechen darf, wie gedenkt ihr das kurzfristig zu lösen? Unter den gegebenen Umständen, die wir jetzt haben. Meine Meinung ist, Privatisierung, private Gruppen, die der Polizei unterstellt sind, die da ganz gut mitmischen können und mithelfen, schafft Platz und Freiräume für die richtigen Polizeiaufgaben. Ja, aber dann guck dir doch mal an, wem gehören denn über 90 Prozent der Sicherheitsdienste in Deutschland und vor allem, wer ist denn da angestellt? Willst du wirklich, dass diese Leute dann deine Polizeiarbeit verrichten? Ich glaube kaum. Ich möchte natürlich nicht Mustafa im Sicherheitsdienst rumlaufen haben, aber man kann das natürlich gesetzlich vorgeben, unter Auflagen, dass die Leute ausgebildet werden und dann auch im Einsatz kommen können. Das lässt sich alles regeln. Ja, die Menschen ausgebildet, was jetzt auf der Diskokrott steht. Ja, aber die Leute, die da anfangen würden wollen, die wollen auch Geld verdienen. Das würden vernünftiger Menschen sein. Ja, das ist kein Problem. Genau, die Bezahlung ist kein Problem. Also wenn man was will, das haben wir ja gemerkt im Staat, dann ist Geld da. Also das ist nicht das Problem. Das Problem ist wirklich, das sehe ich auf einer anderen Schiene und das sehe ich eben mit der Aufgabe von hoheitlichen Rechten. Und damit verwässerst du eben noch mehr die staatliche Autorität und du gibst den Leuten, die jetzt schon in der Parallelwelt leben, noch mehr Möglichkeiten eben durch Unterwanderung dieser Sicherheitsdienste. Weil das wird sowas von garantiert kommen. Die werden dann für ihre Viertel ihre eigenen Sicherheitsdienste haben und das werden sie wahrscheinlich sogar offiziell aushandeln mit den behördlichen Stellen. Und das ist gefährlich und das führt dann wirklich zu einer Balkanisierung und zwar zu einer offiziellen Balkanisierung von Deutschland. Also da habe ich gar keinen Bock drauf. Weil dann bin ich, wenn das kommen sollte, dann will ich als Gegenseite auch Kriegswaffen besitzen dürfen, als Privatbürger, um meine eigene persönliche Sicherheitsinstanz zu sein. Ein interessanter, ja. Und da will ja keiner hin, oder wollen wir da hin? Ein interessanter Einwurf mal von mir, weil jetzt gerade die Diskussion war, ja, wir können uns da mehr Sicherheit, mehr Polizei und sowas gar nicht leisten. Dann wurde gerade jemand gesagt, ja, aber für alles andere ist Geld da. Richtig. Jetzt gibt es ja schon wieder diese Idee von irgendwelchen, ich will das Wort jetzt nicht sagen, weil keiner hat es jetzt ausgesprochen, also dieses C-Wort, Solidaritätszuschlag. Man könnte ja auch sagen, es gibt eine einmalige Abgabe oder auch irgendeine kleine Steuer, die direkt der Polizei, ich bin ja gegen Steuern, das ist gar keine Frage, ja. Ich würde nur sagen, also, aber die Mehrheit der Deutschen würde ja wahrscheinlich begrüßen, wenn es irgendeine Steuer gäbe und dieses Geld fließt direkt an die Polizei. Es wird nicht funktionieren. Warum? Weil wenn jetzt von dieser Steuer Geld an die Polizei fließt, würde man natürlich das andere Geld, was die Polizei sonst irgendwie durch andere Töpfe bekommt, würde man dann wieder woanders hinstecken, vielleicht in Flüchtlingen oder sonst irgendwas. Aber der Deutsche will mehr Sicherheit. Er wäre auch dafür bereit, Geld auszugeben. Und ich glaube, es ist eine der wenigsten Dinge, wo wahrscheinlich 90 Prozent der Deutschen sagen würden, ja, ich wäre für eine Polizeisteuer, die wirklich dafür sorgt, dass nochmal 20.000, 30.000 Beamte eingestellt werden und viel mehr Streifen gefahren wird und so weiter und so fort. Da bin ich bereit, Geld zu bezahlen. Und das ist doch erstaunlich, dass, glaube ich, diesbezüglich eine große Mehrheit sagen würde, ja, das will ich haben. Oder würde ich was dafür bezahlen? Oder wie seht ihr das? Wie kommst du da jetzt? Also, das halte ich für Gerichte an die Beine. Jetzt echt? Okay. Wenn wir den schon genügend steuern. Mit was? Ich finde, wenn wir zahlen schon genügend Steuern, das ist einfach nur ein Verteilungsproblem. Ja, natürlich ist es ein Verteilungsproblem. Also, vielleicht sollten wir mal eine grundlegende Umfrage machen, ganz kurz in der Runde. Wer denn eigentlich für was ist? Also, wenn ich ein Alex höre, mit wenigen mehr Steuern, ich bin auf jeden Fall ein Privatsrechtsfan. Wie sieht es denn mit dem Recht der Leute aus? Mit wem? Mit was? Ja, wie gesagt, also, wie sieht es denn generell? Weil wir sind immer in solchen Themen, die immer darum gehen, wenn man es mal runter bricht, auf mehr oder weniger Staat. Und alle... Oliver Janek, ne? Ja, ja. Also, ich habe so den Verdacht. Ich gehört das. Dass wir hier so ein paar in der Runde haben, die sich so ganz konträr gegenüberstehen. Also, ein paar sind wirklich für mehr Staat, ein paar sind für weniger Staat. Ja, das war gut. Ja, nee, klar. Deswegen wollte ich einfach mal generell fragen. Es muss immer eher schnell leichter geben, bevor man was nimmt oder anders. Also, es ist immer eine Zwischbarkeit zwischen geben und nehmen. Lass mal den Fabian jetzt die Frage mal auf den Punkt bringen, bitte. Ja, ich wollte eigentlich wissen, also, wie das im entschärfteren Sinne ist ein Subsidiaritätsprinzip natürlich das Optimale. Aber ich glaube, wie gesagt, eine Privatsrechtsordnung in der verfahrenen Situation, in der wir jetzt sind... Ja, aber du wolltest eine Frage stellen. Was ist die Frage? Genau, und die Frage kommt, das wäre auch eine Alternative. Und da wollte ich irgendwie wissen, wie sieht es in der Runde aus? Wer ist für mehr Staat, wer ist für weniger Staat? Also, ich bin für genauso viel Staat, wie wir jetzt haben. Aber es darf nicht mehr werden. Und eine Privatsrechtsordnung hat mir noch bis heute keiner erklären können. Lass mal kurz, ich will nochmal kurz, damit ich denen das ausdenken. Also, diese Privatsrechtsordnung hat mir selbst ja nicht bis heute nicht erklären können. Ich verstehe sie nicht und ich kann sie nicht nachvollziehen. Nur, dass du es mal hörst. Tim? Mehr Staat, weniger Staat sagt mir jetzt nichts. Aber ich habe zum Beispiel schlechte Erfahrungen gemacht mit all diesen halb ausgebildeten Ordnungshütern, die mittlerweile unter Stadtpolizei laufen. Früher hieß es nur Ordnungsamt. Da sind einfach zu viele einkarierte Sheriffs dabei, die dann zu viel Macht bekommen. Und mittlerweile auch schon, das sage ich dann auch als Waffenträger, nach einer Grundausbildung von zwei Wochen eine Waffe tragen dürfen. Das finde ich sehr unangenehm. Guido? Staat dort, wo er gebraucht wird und weniger, wo er nicht gebraucht wird. Und man darf auch nicht vergessen, gerade das Problem mit der Polizei ist ja quasi hausgemacht. Die Polizei wurde in den letzten Jahren kaputt gespart. Das ist das Erste. Und kaputt kritisiert auch. Und kaputt kritisiert. Eine gute Polizei kriegt zuerst mal politische Rückendeckung und Rückendeckung allgemein von ihren Dienstherren. Und von den Grünen und von den Linken habe ich noch nichts gehört, dass die auch mal gesagt haben, wir wollen mehr Polizisten. Polizisten, das wollen die nämlich eigentlich gar nicht und das ist das Problem. Sandra, bitte? Ja, ich denke das genauso. Also die sind unserer Politischen eigentlich mehr oder weniger richtig im Rücken gefallen. Das hat schon, ich weiß nicht, vor zehn Jahren oder so angefangen, wo sie ganz Baden-Württemberg zusammengeschwart haben, die Polizei und also weniger gemacht haben. Das Einzige, wo es einigermaßen läuft mit der Polizei, ist gerade noch bei uns in Bayern. Und halt in Berlin, wenn sie ihren ganzen Stamm da zusammenziehen. Ja, und lieber Moritz, was ist deine Meinung dazu? Ich bin eindeutig weniger Staat, aber ich beziehe das nicht komplett auf die Polizei. Ich kann ehrlich sagen, da, wo Gewalt wichtig ist, sollte sie ausgewählt werden. Aber da, wo sie unwichtig ist, dann bitte den Rückzug, weniger Steuern, weniger Staat. Und dann könnte man bald die Überleitung zur Justiz schaffen. Wir haben so eine Gesetzessammlung mittlerweile angehäuft, die große, dicke Bücher und Wälzer füllt. Da blickt kein Schwein mehr durch. Das lähmt uns. Unsere Justiz ist gelähmt. Damit ist auch die Polizei gelähmt. Die Polizei greift auf. Die Justiz lässt laufen. Aber wir kommen nicht mehr zur Potte. Wir kommen nicht mehr voran, weil der Staat zu übergebläht ist. Und deswegen würde ich sagen, kleine Sachen, die man in Privathand geben kann, sollten in private Gesellschaften übergehen. Mit Unterstützung unter staatlicher Aufsicht. Um Kosten zu sparen, um das Gewaltmonopol wieder dahin zu bringen, wo es eigentlich sein sollte, dass sich die Bürger wieder ihre Haustüren über Nacht mal offen stehen lassen können. Aber das ist der Ehrglaube. Und das ist das Schlimme, das, was Alex auch gesagt hat einmal. Das ist der Ehrglaube. Dass man glaubt, dass durch private Wirtschaft, das ist meine Meinung, dass durch private Wirtschaft, dass die das vereinfachen werden und das effektiver machen. Das haben wir doch erlebt, dass es nie passiert ist. Das ist doch diese Private Partnership. Es hat nirgendswo funktioniert. Die Idee ist super. Aber ich gebe dir ein Beispiel, wo das mal geklappt hat. Dass das private Unternehmen das auch billiger gemacht haben am Ende und es besser wurde. Nee, billiger wird nie. Da muss ich 100% recht geben. Man sieht es ja in London, wie es muss ja erst sogar zu tödlichen Unfällen kommen musste im öffentlichen Personennahverkehr. Weil man gedacht hat, das wäre eine super Idee, was jahrzehntelang funktioniert hat und was meines Erachtens auch in die Staatsverwaltung gehört. Und dafür zahlt man auch fälligste Steuern, dass eben die Mobilität gewährleistet ist. Ob das nur Straßen sind oder eben Schienen. Das ist einfach Infrastruktur, die allen gehört. Also dem Staat. Und da gehört auch das Gewaltmonopol dazu. Und ich bin absolut dagegen, dass ich jetzt darauf angewiesen bin, hier der Sicherheitsfirma XY ein Schutzgeld zu zahlen, damit sie bei mir mal hingucken. Weil darauf wird es im Endeffekt rauslaufen. Also da will ich, wie gesagt, als Gegenzug, Moritz, und du sagst, okay, bitte delegieren an private Sicherheitsfirmen. Dann will ich mein Recht auf Kriegswaffen besitzen, damit ich eben das auch selber durchsetzen kann. Und Guido, du kommst gleich dran, Guido. Also, wir müssen mal eins unterscheiden. Wenn jetzt zum Beispiel ein Teil der Polizei oder der Justiz oder was auch immer privatisiert wird, dann gäbe es ja gar kein so großes Unternehmen, was bundesweit zum Beispiel 3000 Dienststellen aufbauen würde. Ach, das schaffen die schon. So, ja, da wird es für die Kleine geben. Und die vielen Kleinen müssen dann sicher, die vielen, wir nicht in den USA vergleichen, wir sind in Deutschland. Der Punkt ist, dass diese Koordination dann unter diesen vielen Kleinen würde nicht funktionieren. Letztendlich ist die Polizei oder die Bahn oder irgendwelche anderen Dinge, das sind ja letztendlich Staatsunternehmen und die werden vom Staat organisiert und bezahlt. Und die sind groß und die sollten in Staatshand bleiben. Der Staat sollte diese hoheitlichen Sachen, die für die Infrastruktur wichtig sind, also sprich Autobahnbau, Straßenbau, Bahn, da und wo sie nicht direkt in einer privaten Konkurrenz stehen, beim Flugbetrieb zum Beispiel. Da gibt es genügend private Airlines, ja. Aber im Straßenbau gibt es keine Firmen, die sagen, wir bauen jetzt mal eine private Straße und machen es einfach nur so just for fun und dann lassen wir die Leute drüber fahren. Sondern die wurden halt jetzt eingeladen oder bei der Polizei, gibt es ja auch keine, der sagt jetzt, hallo Mensch, ich mache jetzt mal hier eine alte private Polizei aus, außer die Scharia-Polizei, die das machen wollte. Das heißt, das sind ja alles Tätigkeitsgebiete, wo es eigentlich für die normale Wirtschaft uninteressant sind und die aber für die Infrastruktur so wichtig sind, dass sie in staatlicher Hand bleiben müssen. Genau wie die Wasserversorgung zum Beispiel. Da muss der Staat als einziger aktiv sein und da braucht es auch keine Privatwirtschaft und in anderen Bereichen, wo eh schon die Privatwirtschaft sagt, das ist für uns interessant und da gibt es Wettbewerb und die auch jetzt nichts mit der Grundinfrastruktur und Sicherheit von Deutschland zu tun hat, brauchen wir keine, da brauchen wir keine, da brauchen wir keine privaten Unternehmen. So sehe ich das. Warum? Weil es muss auch alles in einer zentralen Hand sein, sonst bricht das völlige Chaos aus. Und Guido, bitte, jetzt bist du dran. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ja, kein Problem. Darauf musst du vielleicht festlegen einfach. Die Privatwirtschaft und Privatisierungsgesellschaften zeichnen sich natürlich dadurch aus, sie wollen Profit machen und Gewinn maximieren. Ja. Und sämtliche Beispiele aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass die das weder besser noch billiger noch sonst was machen. Und jedes Beispiel, wo auch der Staat, weil er Geld haben wollte, quasi sein Tafelsilber verscherbelt hat, hat das im Nachhinein bitter bereut. Also es gibt, da bin ich ganz beim Alex, es gibt einfach Bereiche, da muss der Staat die Hand drüber halten und die müssen auch vom Staat geregelt werden. So ist es. Nämlich die Polizei oder die Justiz oder die Justizvollzugsanstalten, die sollen eben nicht gewinnmaximiert arbeiten, sondern sicherheitsmaximiert. Vielleicht können wir es ganz einfach machen, Alex, vielleicht geht es auch ganz einfach, dass man einfach sagt, also jeder von euch kennt ja vielleicht diese Bedürfnispyramide, oder? Wo die Grundbedürfnisse unten sind und dann geht es immer, je weiter es individuell wird, geht es nach ganz oben. Ist das jeden Begriff? Ja. Und da kann man auch einfach ganz einfach sagen, die drei untersten Bereiche, also das Haus, Wärme und so weiter, also die Höhle, die Höhle des Menschen, dann die Sicherheitsbedürfnisse und die sozialen Bedürfnisse, also im Sinne von Infrastruktur ist gegeben, damit ich eben auch sozial mich bewegen kann. Das sollte doch bitte die Gemeinschaft übernehmen, also mein Heim sollte mir gestellt werden, also wenn ich auch kein Geld habe, dann macht es eben auch der Staat und das Sicherheitsbedürfnis, das ich habe nach innen und nach außen, soll bitte auch der Staat regeln. Alles darüber hinaus, was meine Individualbedürfnisse sind, das mache ich bitte mit dem freien Markt aus. Ja, kranken solltest du auch mit reinpacken, Krankenhäuser und so. Ja, das ist ja so, also ich denke mal, das ist so ein Sicherheitsbedürfnis, also Sicherheit schließt auch meine physische und psychische Unversehrtheit, also das Bedürfnis danach aus. Und bei den sozialen Bedürfnissen, da denke ich, sollte man so gerade die flüssige Grenze ziehen, dass man sagt, da darf der Staat vielleicht, muss aber nicht, aber die unteren beiden Punkte, sollte einfach immer Staat sein und Staat bleiben, wenn wir eben in so einem kollektiven System wie einem Staatsverbund leben, dass die Allgemeinheit sich um meine Lebensverhaltung und um meine Sicherheitsbedürfnisse und eben natürlich auch Gesundheitsbedürfnisse halt kümmert. Aber der Rest ist, wie gesagt, bis hin zur Selbstverwirklichung, ist alles am freien Markt bitte zu regeln. Und da gibt es auch keine Abstriche, also dass dann eben der freie Markt unten in die Grundbedürfnisse eingreift. Das haben wir ja zum Beispiel auch so, dass es private Betreiber gibt von solchen, also diese Arbeit der Wohlfahrt und sowas ist ja auch nur noch halbstaatlich, sowas ist zum Beispiel auch eine Sauerei, man sieht ja auch, was für einen Markt diese Korruption da stattfindet. Ja, weil das lädt natürlich auch dazu ein, wenn du so Grundbedürfnisse dann irgendwie privatisierst, wird es immer Unterversorgung und Korruption gehen. Weil das eben auch keine gewinnorientierten Bereiche sind. Also was willst du denn, wenn du einfach nur eine Grundbedürfnisse herzustellen hast wie eine Wohnung, dann kannst du das nicht individuell so maximieren, dass du einen maximalen Gewinn auch rausziehen kannst, weil du eben nur die Grundbedürfnisse bestellen musst. Ergo kannst du nur auf Kosten eben des Leistungsempfängers ihn übervorteilen und dich selbst illegal bereichern. Andere Möglichkeiten hast du eigentlich gar nicht. Was hast du denn noch für ein Thema in Sachen Polizei auf dem Zettel, Moritz? Also ich würde noch ganz gerne ein Beispiel bringen. Wir hatten ja in der näheren Vergangenheit Bürgerwerken gehabt, die sich da gegründet haben in besonders rekrutierenden Vierteln, die relativ gut funktioniert haben, wurden dann polizeilich aufgelöst, auch vom Staat her aufgelöst. Und die Sicherheit ist danach wieder geschrumpft. Also es war ja im Prinzip schon so eine Privatisierung gewesen und hat für Sicherheit gesorgt, warum solchen Gruppierungen nicht mehr Rechte geben. Weil die Polizei schafft es nicht. Das ist trotzdem immer noch ein Fakt. Das verstehe ich eigentlich. Wenn wir morgen der Polizei so viel Gewalt oder dieses harte Vorgehen wieder eintrichtern, dass wir Grundsicherheitsdingen in Deutschland wieder haben. Fakt ist, die Flüchtlinge kommen. Viele davon wären kriminell und sorgen für eine Unsicherheit im Volk. Und meine schnelle Lösung ist, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, immer noch eine Teilprivatisierung, dass die Polizei wieder mehr Einfluss gewinnen kann, da wo es nötig ist. Und kleinere Aufgaben kann man durchaus abgeben. Ja, aber pass auf, die Lösung, die Gleichung ist doch ganz einfach. Wenn man ganz Afrika, Syrien, Afghanistan und was ist das nach Deutschland einlädt und herlockt und damit letztendlich die Kriminalität auch zum Teil nach oben treibt, dann muss man einfach auch sagen, dann muss man auch konsequent die Polizei stärker machen. Und diese privaten Bürgerstreifen, von denen du gesprochen hast, Marco, sind eine Folge, dass die Polizei zu stark geschrumpft ist. Wahrscheinlich schon vor 20, 30 Jahren war das der Fall. Aber wir können ja weltoffen sein. Wir können sagen, kommt alle her aus Afrika und, und, und. Aber dann müssen wir halt auch dafür sorgen, dass die Sicherheit erhalten bleibt und müssen halt nochmal 50.000 Polizisten einstellen. Und da ist das Problem, der Staat möchte die Leistungsempfänger aus Afrika nach Deutschland holen, weil sie dann sagen, das ist menschlich, gutmenschlich und was der Geier was. Aber sie wollen dann eben nicht für den deutschen Bürger sagen, wir sorgen dann auch weiter dafür, dass du deinen Mercedes vor der Haustür offen parken kannst zum Beispiel. Machen wir das so, pro Einwanderer ein Polizist mehr. Das ist doch ein Deal. Das ist ein Deal, der wäre ganz gut. Dann müssten wir ja schon mal drei Millionen einstellen. Ja, genau. Dann könnte doch jeder, der herkommt, als Polizist ausbilden. Dann ist bloß die Frage, wo kriegen wir die drei Millionen, wo kriegen wir die drei Millionen, wo kriegen wir die drei Millionen Deutschen her, die Polizei, Polizisten werden wollen, ne? Ja, das ist ein Problem, das ist es schwierig. Wie gesagt, jeder, der herkommt, ist, wir können ja die gleich die nehmen. Also wer herkommt, kriegt nicht nur einen deutschen Pass, der kriegt direkt auch eine Polizeiuniform. Und da sind wir schon bei der Lösung. Und die verlockende Lösung, wie der Staat sich diese Kosten für diese drei Millionen Polizisten sparen kann. Nämlich, Moritz, ich hoffe, ich darf die Oberleitung machen, bei der Abschiebung, wir könnten auch die drei Millionen wieder abschieben, dann könnten wir uns die drei Millionen Polizisten sparen. Aha, das ist eine Win-Win-Situation, weil wir sparen uns die Kosten für die Polizisten. Weil wir sparen uns die Kosten für die drei Millionen Polizisten und wir sparen uns die 50 Milliarden für die Flüchtlinge. Das heißt, es wird ganz viel Geld gespart und es kann dann die Merkel und die Grünen in die Umweltpolitik zum Beispiel stecken. Ist das nicht geil, Moritz? Ja, finde ich eine super Idee. Oder in die Bundeswehr. Das ist aber leider nicht so schnell in Erfüllung gehen wird. Das ist auch ein Fakt. Welcher Wunsch meinst du? Ich habe es ja verstanden. Dein Wunsch, der wird nicht so schnell in Erfüllung gehen. Also wir werden unsere politische Situation nicht so schnell ändern können. Das wird nicht passieren und damit ist das eigentlich auch erledigt. Aber wir können auch gern zu einem anderen Thema übergehen. Ja, das wäre gut, weil die Zeit schreitet voran. Ganz kurz noch was schreit. Guido, bitte. Guido? Das vordringliche Ziel muss auch darin bestehen, dem Bürger nochmal ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Ja, weil ich gebe jetzt mal zwei Beispiele aus eigener Erfahrung, welche kuriosen Dinge diese Knappheit an Polizeibeamten eigentlich mit sich bringt. Ja, das war ein Land. Vor sechs bis sieben Jahren hat man also hier in meinem Laden nachts eingebrochen. Ja, war oben, unten in der Geschäftsräume. Ich habe nichts mitgekriegt. Die Frau ist auf einmal gekommen, hat mich wach gemacht, sagt, da ist unten irgendwas. Ja, ich war erstaunt, dass die Alarmerlage nicht angegangen ist. Die haben sie frischerweise zwei Meter unter meinem Wohnzimmerfenster, wo ich auf der Couch gelegen habe und gepennt habe, haben sie komplett rausgerissen. Bin ich also runter. Wir haben also noch einen Stillenalarm, der also direkt mit einer Sicherheitsfirma verbunden ist. Das klaut haben sie nichts. Als das Telefon gerappelt hat, weil diese Sicherheitsfirma dann angerufen hat, und das klingelt dann unten im Laden und oben bei mir, sind die also getürmt, haben einen Haufen Schaden hinterlassen. Und anschließend, nachdem ich unten war und keiner mehr angetroffen habe, habe ich also die Polizei gerufen. Die haben es geschafft, in 45 Minuten aus dem Nachbarort nach 45 Minuten zu erscheinen, einmal durchs Haus zu gehen, zwei Minuten, und dann waren sie wieder weg. Ja, besorgen Sie sich einen Schlüsseldienst, der Ihnen die Tür einigermaßen richtet, dass wir mal abschließen können, pipapo, wir müssen weiter. Das ist das erste Beispiel. Das zweite Beispiel, bei der Nachbarin hat man versucht, die Tür aufzubrechen. Sie war also alleine in der Wohnung, hat also gehört, dass sich jemand an der Tür zu schaffen gemacht hat, hat die Polizei gerufen und hat also den Eindruck gekriegt, und wir haben kein Personal, wir können jemanden rausschicken. Ja, das sind Kuriositäten, die dürften eigentlich nicht passieren, und damit wird dem Bürger eigentlich der Eindruck vermittelt, der Staat ist gar nicht mehr in der Lage, seine Bürger vor irgendetwas zu schützen. Entschuldigung, aber da muss ich jetzt mal ganz klar fragen, was hat denn jetzt konkret die Polizei falsch gemacht? Sie war nicht da. Ja, aber das ist doch gar nicht die Aufgabe. Die Polizei ist doch nicht dafür da, dass sie beim Guido, und da würde ich mich auch gegen verwehren, wenn ich irgendwo wohne in meinem alleinstehenden Haus, dass ich ständig irgendwie Bullen habe, die alle fünf Minuten an meiner Tür vorbeifahren. Doch, nee, aber wenn ich doch einen Einbruch melde. Genau. Ich verstehe schon, ich verstehe schon ganz genau, was du anstiegst. Ja, und bei mir wird gerade versucht, die Tür aufzubrechen. Ich kriege so Antwort, wir können keinen rausschicken, wir haben kein Personal. Dann ist das doch eine ganz andere Dimension. Das sind ja zwei verschiedene Fälle. Das eine ist, da musste das nur aufgenommen werden, dieser Einbruch, also da musste es nur dokumentiert werden. Und das andere war wirklich ein akuter Fall. Das eine ist natürlich tragisch, dass sie wirklich keinen dann haben. Das ist eben wirklich eine flächendeckende Ausdünnung. Aber das andere ist wirklich auch nur deren Aufgabe. Wenn ein Einbruch war, dann dokumentieren sie den. Ja, und wenn der beim Einbruch reinkommt und den erschießt, was ist dann? Nein, das meine ich ja. Ja, aber wenn doch der Einbruch noch voll im Gange ist. Ja, das meine ich ja. Es ist nicht die Möglichkeit, den Täter noch Ding festzumachen. Ja, ich verstehe. Das ist doch eine Polizeiaufgabe. Und nicht nur diesen Vorfall zu diskutieren. Denn ansonsten kommen wir wieder nämlich zum Anfang. Genau. Dann wünsche ich mir nämlich eine Waffe. Und wer denkt, sich hier an mein Eigentum vergreifen zu müssen oder Familie zu bedrohen, dann hole ich mir eine Waffe und renne ihn über den Pelz und verbuddel ihn, damit ich nicht noch Ärger kriege irgendwo in dem Haus unter Misthaufen, dass ihn keiner findet. Das ist die Bedeutung. Ich wollte auf zwei Sachen hinaus. Nummer eins ist, das ist der falsche Adressat. Also so kritisierenswert die Polizei auch oft genug ist und selber auch die Fehler macht. Und in dem Punkt hat sie wirklich wie von dem einen noch dem anderen wirklich auch die Schuld zu tragen. Beim einen ist es wirklich die Schuld der Leute, die die Täter überhaupt hier reinlassen, dass es überhaupt nicht möglich ist, dass jemand bei dir nachts einfach so ohne mit der Wimper zu zucken da einfach mal einbricht. Und das Zweite ist wirklich diese Reduzierung. Ich habe das schon sehr mal auf dem Land gelebt. Ich habe das erlebt, wie eine richtige Station zu einer Nachtstation wurde oder gar keine Station mehr war. Und das hat sehr wunderbar die Leute angelockt, die dann die Einfamilienhäuser auch benutzt haben. Und ich kenne das alles aus Erfahrung. Ja, aber der Punkt ist, das ist nicht Schuld der Polizei. Und das Zweite, was du sagst mit der Waffe, das mit der Waffe ist eine andere Sache. Und da bin ich auch ganz bei hier eigentlich, weil ich sage, der Abschreckungseffekt. Klaus Kinzke hat mal gesagt, die Leute benehmen sich nur so daneben, weil sie nicht direkt eine auf die Fresse bekommen. Und das finde ich ein sehr löblicher und nachdenkenswürdiger Spruch. Wenn zum Beispiel jeder, der eine alte Oma überfällt, damit rechnen muss, dass die alte Oma eine 45er in der Handtasche hat, dann macht er das nicht oder überlegt es sich zweimal. Wenn er nicht weiß, ob der Guido eine schöne alte Doppelläufige neben seinem Bett stehen hat, dann überlegt er sich das zweimal, verstehst du? Und da können wir nämlich auch den Bogen schließen zur Moritz-Auslagerung der Polizeichohheit. Ich wäre lieber dafür, die Bürger vernünftig, verantwortungsvoll wieder zu bewaffnen. Dann haben sie nämlich auch Chancen gegen so gewisse andere Gruppen, die wir hier noch gar nicht behandelt haben heute. Und hätten auch die Polizei entlassen. Jaja, okay, ich muss hier etwas bremsen. Fabian, lass mal kurz die anderen aufhören. Also ganz kurz Guido und danach gleich mal der Tim. Sag ich ja ganz ehrlich, wenn die Hürden zu hoch wären, wenn da als normaler rechtschaffender Bürger, ohne jegliche Vorstrafe, ohne alles, wenn da die Hürden zu hoch wären, eine Waffe zum Selbstschutz zu erwerben, was ja praktisch unmöglich ist als Normalbürger, wenn du gerade im Schützenverein oder was willst beitreten oder wenn du keine Zeit dafür hast, hätte ich schon längst eine Doppelläufige neben meiner Tür stehen. Oder du schaffst dir einen Kampfhund an, der den Einbrecher tot beißt, weil dann bist du auch, kannst du sagen, das wusste ich nicht, dass der Hund... Nö, dann bist du danach noch richtig Geld los, weil der dich verklagt dafür, dass er... Ja, dann muss der Nachbar ein Flüchtling gehören und der hat ihn irgendwann vergessen im Lokal, Guido. So machst du das. Ja. So, Tim, bitte, du wolltest einfach was gerade noch sagen. Ich wollte nur kurz klarstellen, das ist nicht so einfach, ja, wenn man eine Waffe daheim hat und wenn ein Einbrecher da ist, wenn du den anschießt, dann bist du dran. Ja, leider. Erstmal muss der dich halb erschießen, dann gilt es unter Umständen als Notwehr, wenn du ihn zurück erschießt. Und dann ist immer noch fraglich, selbst bei einem Jäger, der halt seine Waffe in einem Waffenschrank hat, der muss getrennt sein von der Munition. Das heißt, sagen wir mal, jemand würde hier bei mir einbrechen, ja. So, dann renne ich los an meinen Waffenschrank, schließ den auf, renne an den Musitionsschrank, schließe den auf, bringe Waffe und Munition zusammen, bis dahin hat, wenn es ein ernsthafter Einbrecher ist, der immer was will, mich erschlagen. Ja, du, ich verstehe nicht voll und ganz, aber das ist ja etwas, was ich auch als Problem benannt habe. Das ist ja etwas, wo ich sage, man könnte die Polizei viel einfacher entlasten, wenn man eben den Leuten das zugestehen würde, so wie in Österreich zum Beispiel, dass da jeder auch langwaffend besitzt hat, also Schrotstätten zumindest. Das ist ja hier zum Beispiel gar nicht gegeben. Wenn du jedes, wenn die das wüssten, oder beziehungsweise bei dir ist es ja wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wie offen du das nach außen prägst, dass du Gärtsschutz oder Forstschutz oder Jäger generell bist, das ist schon auch allein schon dadurch eine abschreckende Wirkung, weil der Einbrecher sich verletzen könnte und darauf hat er schon keinen Bock. Und wenn er weiß, dass du bewaffnet bist, dann überlege, dass es sich zweimal angeht, dass es ein Nachbar ist. Wenn der Nachbar auch bewaffnet ist, dann geht er ins nächste Jahr. Aber glaubst du, dass es durch mehr Waffen mehr Sicherheit gibt, oder meinst du nicht, dass es dann mehr rumballert? Hatten wir das Thema nicht schon? Das ist doch nicht so. Deswegen, da gibt es keinen, das dreht sich im Kreis. Ja, das Thema hatten wir doch schon am Anfang. Ich will doch nicht jeden Idioten bewaffnen. Du musst natürlich ganz klar auch Möglichkeiten haben, die Leute auch zu verpflichten und den Leuten eben auch die Waffen wieder wegzunehmen. Okay, wir kommen aber wieder zum Anfang der Sendung jetzt, thematisch. Aber muss ich eigentlich gar nicht, also ich bin da steht der Einrichtung, Entschuldigung. Können wir ganz, ganz einfach mal überleiten. Wir haben jetzt diese ganzen Argumente gebracht. Im Kern kann man das auf Recht und Gesetz und Justiz. Man muss natürlich bei den Gesetzen was ändern und man muss die Justiz stärken und dass sowas nicht mehr passiert. Dann kann man das Waffenrecht angleichen, dann kann man die Polizei stärker machen, man kann die Clans bekämpfen, man kriegt die Gefängnisplätze wahrscheinlich wieder ein bisschen frei, dass da wieder ein bisschen mehr Platz ist, beziehungsweise man kann mehr Gefängnisplätze schaffen. Aber grundsätzlich haben wir ein Riesenproblem in Deutschland. Unsere Gesetzesbücher sind zu aufgebläht worden. Die Richter blicken nicht mehr durch, die Staatsanwälte blicken nicht mehr durch. Das ist eigentlich nur eine Rosinenpickerei in meinen Augen, was da gerade für Anwendung kommt. Die Anwälte werden immer reicher und den Rechtschaffenden ist nicht geholfen. Der Täter freut sich ein drittes Loch im Arsch. Der Rechtschaffende kriegt das ja auch nicht selber, der kriegt das ja nicht bezahlt. Der muss ja selber für seinen Anwalt noch Geld bezahlen. So jemand, wo ein Problem hat oder wo im Asylverfahren steckt oder so. Der kriegt ja alles vorgekauft. Was du ansprichst, ist doch politisch gar nicht gewollt. Wenn du allein schon mal nimmst, was ein Polizist alles über sich ergehen lassen muss, bevor der mal zu seiner Dienstwaffe überhaupt greifen darf. Da muss er ja schon halb totgeschlagen sein, bevor der irgendwann mal das Recht hat, zu seiner Dienstwaffe zu greifen. Genau, da möchte ich mal an den Polizisten erinnern, der an seine Dienstwaffe gegriffen hat, weil er mit ein paar Antifanten diskutiert hatte. Ja, genau. Und wo es dann hieß, ja, man darf doch wohl zur Dienstwaffe noch greifen, ohne, was ist denn das? Das ist keine Bedrohung gewesen. Was hat er gesagt? Der hat gesagt, ich gebe dir eine Kugel in den Kopf oder ich gebe dir eine kleine Kugel oder irgendwie sowas. Ja gut, das war natürlich ungünstig. Im Endeffekt lässt es wirklich darauf runterbrechen, dass wir, ich will jetzt keine Gewinnungsprüfung, aber müsste wenigstens eine Prüfung auf Extremismus, Vergangenheit durchführen. Und damit meine ich ganz speziell einen Bereich des Extremismus, was sich so in den öffentlichen Stuben und vor allem gerade im Justizbereich tummelt. Weil nicht nur, dass den Polizisten teilweise in den Rücken gefallen wird von eigenen, die ja da gar keine Polizisten sind, ab einer gewissen Führungsebene, mit einem komischen Beamten, aber der viel Schlimmere und das demoralisierende Moment kommt eher davon, dass die Leute dann auf eine Staatsanwaltschaft treffen oder auf eine Richterschaft, die eben, ja, denke ich mal, wirklich, um es ganz klar zu sagen, die müssen Extremismusprüfungen da wieder einführen. Ich bin wirklich dagegen, dass jemand, der auf der Uni Steinewerfer war und gemeint hat, hier wieder mit dem scheiß Rechtsstaat, der dann irgendwie über eine Quotenregelung gepriegt ist und der dann Entscheidungen treffen wird, finde ich nicht in Ordnung. Aber wisst ihr was, was mir jetzt gerade so als Idee kommt, aber was komischerweise überhaupt nicht passiert, die Patrioten oder auch die AfD oder gemeinsam hätten ja auch mal in den letzten Jahren mit der ganzen zunehmenden Kriminalität Demonstrationen organisieren können für die Polizei. Sprich, dass man auf die Straße geht, eine Demo macht für mehr Polizei, für einen Stopp der Hetze gegen die Polizei und gegen die Arbeit der Polizei von links-grün und das hätte ja auch in der Bevölkerung ein großes Pluspunkt wahrscheinlich bedeutet für die AfD, für die Patrioten, das kann man ja dann wirklich schlecht nur noch in die Nazi-Ecke schieben, wenn dort Menschen für bessere Polizei und die Polizei, die wäre ja dann auch in der Brücke, die wäre ja dabei gewesen, ja, die hätte sich dann einreihen können, ja, also das sind aber Dinge da... Nee, aber das ist so, wenn selbst die Grünen in Baden-Württemberg auf ihren Wahlflakaten stehen haben, wir stellen tausend oder wieviel neue Polizisten ein. Ja, Baden-Württemberg, der Kretschmann da, der ist ja... Und ich glaube auch nicht, dass die AfD was hätte draus machen können. Die wären dann ja wieder in den Rücken gefahren und hätten gesagt, oh, die AfD will sich für die Polizei für sich einnehmen und so. Ja, okay, hätte, 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 Fahrradkette, man muss einfach mal was machen und jetzt rennt es alle... Gute Idee ist auf alle Fälle, ja. Du hast völlig recht, Alex, aber ich bin inzwischen wirklich der Meinung, also das verfestigt sich immer mehr bei mir, der Gedanke, dass die AfD, ja, es wird jetzt wahrscheinlich einigen nicht gefallen, aber es ist eine Opposition, die wirklich ihre Hauptaufgabe, wenn man es mal restriktiv sieht, darin sehen kann, dass sie alle anderen Parteien hinter Merkel vereint hat. Also das ist schon eine grandiose Leistung und in ganz entscheidenden Punkten... Ja, aber das hat ja die AfD gemacht, das haben die anderen aus Angst vor den Nazis selber gemacht. Ja, aber du brauchst halt immer, du brauchst immer einen gemeinsamen Feind. Und in ganz entscheidenden Punkten, wo du selber sagst, du musst ja auch andere Leute tippen, die sich dann von der AfD abgewandt haben und gesagt haben... Fabian, ich muss dich leider bremsen, weil wir uns, wir laufen total aus der Zeit. Der Moritz hat bestimmt noch auf dem Zettel, was das noch loswerden möchte und spätestens zum 1 Uhr hören wir dann auch auf. Ich wollte nur eins noch ganz kurz sagen, bei Spiegel TV am Montag ging es natürlich auch um die Zerstörung des Bundestags durch die AfD und interessanterweise hatte Spiegel TV auch nur diese beiden Videos, die auf unserem Telegram-Kanal geteilt worden sind. Das heißt, offensichtlich gibt es tatsächlich nur diese beiden Videos und ja... Und das passt nicht zum Thema. Das ist doch super. Alles andere ist unwichtig. Das Einzige, was wichtig ist, ist die böse AfD, die den Parlamentarismus gestört hat. Eigentlich hat der Reichsparteitag wieder gebrannt, oder? Der Reichsparteitag ist wieder gebrannt worden, genau. Alles andere ist im Hintergrund. Es gibt nur die bösen Leute, die auf der Straße zur nächsten Verweisung und Wasserwerfer angegriffen wurden. Aber lass uns den Moritz noch mal aufrufen, weil er ist unser Co-Moderator. Fabian, du kannst jetzt gerne wieder in der nächsten Sendung werden, wenn du möchtest. Wir suchen auch noch weitere Co-Moderatoren, sehr gerne. Also Moritz, was hast du denn noch auf deinem Zettel stehen? Ich habe noch auf meinem Zettel stehen Justiz und Recht und Gesetz. Aber wir können das gerne ein bisschen abkürzen, da das ja sowieso schon oft angeschnitten wurde. Also was ich ganz gerne loswerden möchte, meiner Meinung nach haben wir viel zu viele Gesetze in Deutschland. Wir sollten das alles wieder irgendwo runterfahren. Wir haben irgendwann mal mit zehn Gesetzen angefangen. Daraus wurden dann Hunderte und jetzt sind wir wieder bei zehntausenden Gesetzen. Es blickt niemand mehr durch, wir haben viel zu viel Reglementierung und es sollte alles, der Staat sollte viel schlanker werden. Die Justiz sollte durchsichtiger werden. Das Volk sollte als Richter wählen, so wie in den USA Staatsanwälte gewählt werden, Richter gewählt werden vom Volk, also von den Einwohnern. Und dieses ganze Postengeschauer, das hängt mir sowas vom Hals raus und die Korruption, die mittlerweile stattfindet, die überall um sich greift, man kann das nicht mehr. Das ist fast unlösbar, das ist so ein Knoten, den selbst die AfD nicht verschlagen kann, wenn sie mal dran kommen. Weil sie aufgrund dieser Gesetzeslage zur Macht kommen könnte, wenn sie gewählt wird. Das ist ja das Problem. Und wie will dann oder soll dann die AfD alles dann wieder auf einen vernünftigen Nenner bringen? Weil schieben wir alle ab, es sind trotzdem unsere Probleme nicht gelöst. Deswegen sind trotzdem noch die Richter da, deswegen ist immer noch die Korruption da. Und wir haben trotzdem immer noch dieses Riesengesetz, Gesetzesblätterwerk, wo kein Schwein durchfällt. Was meinst du mit Korruption? Ich meine, es hört sich immer so gut an, aber gehst du da wirklich von aus, dass die Richter bestochen werden oder die Staatsanwälte? Für mich ist das ein korruptes System. Ja, unter der Hand. Ja, kommt nicht mit Geldkoffer. Glaube ich nicht. Also erstmal würde ich den Moritz gerne in seiner Komplettheit sich gerne ausführen lassen, dass er erstmal zu Ende kommt. Und das Zweite, was ich ganz kurz dazu sagen muss, um das noch abzuhandeln, da muss gar nichts bestochen werden. Es reicht momentan wirklich die Bedrohung. Ja, aber Korruption ist ja nicht Bedrohung. Das ist ein Unterschied. Das meine ich ja. Doch, es ist eine Form von negativen Korruption. Jetzt lass mich aber kurz noch ausführen. Für mich ist es schon korrupt, wenn ein Richter von einer Regierung eingesetzt wird, von einer Landesregierung oder von einer Bundesregierung. Ein Richter sollte gewählt werden über eine ganz normale Wahl. Da können sich die Leute mit ihren vorbildlichen Handlungen, die sie vorher gemacht haben, indem sie Rechtsanwälte waren, Staatsanwälte waren und dann zum Richter geworden. Und das Volk sollte das wählen. Ähnlich wie es in den USA ist oder in anderen Ländern. Da haben wir eine richtige Transparenz gegeben. Und man kann keinen Richter dann was machen. Ja, ja, aber die USA hast du schon wieder als Vorbild gebracht. In Russland werden die auch nicht gewählt. In China auch nicht. Und in Afrika weiß ich es jetzt nicht genau. Und Korruption ist es ja noch nicht, wenn jetzt einfach der Staat sagt, wir nehmen den als... Alex, Alex, machen wir es doch komplett anders. Machen wir es doch wirklich so, wie er meint in den USA. Sagen wir doch einfach, wir machen nur den Richter als Strafmaß. Weil er kennt sich an dem Gesetz aus. Er ist der Einzige, der nur das Strafmaß festkriegt. Aber die Schuldfrage klärt das Volk selber. Also das wie das Geschworenengericht, der das Volk über, auch das Volk richtet. Das fände ich generell besser. Da gibt es aber auch viele Fehlurteile. Und ich möchte noch mal ganz kurz drinnen, was wir sagen. Ja, mein Gott, aber wie viele Fehlurteile gibt es denn, wenn da irgendwie zwei Schöffen sitzen, die auch von nichts mehr Ahnung haben? Ja, aber die verlegen ja keine Todesstrafe oder keine 20 Jahre. Weil solche großen Urteile laufen ja alle über das Landgericht und nicht über das Amtsgericht. Aber, da muss man eins dazu sagen, ich möchte noch daran erinnern, was ARD und ZDF gesagt haben. Die USA sind eine sterbende Demokratie. Das hat man jetzt bei den Wahlen gesehen und ist nicht mehr Vorbild für Deutschland. Also da müssen wir jetzt ein bisschen zurückrudern jetzt als Patrioten. Also Moment mal, wir haben es doch vorgemacht in Thüringen, wie man das macht, oder? Ja, aber da hat es ja die Mutti bestimmt. Das war doch das Vorbild für USA-Wahlen, jetzt habe ich gedacht. Ja, nicht ganz, weil... Ja, aber wenn wir doch so toll demokratisch sind, dann lasst uns doch unsere Richter über uns richten und unsere Staatsanwälte selber wählen. Wir können ja auch unseren eigenen Anwalt wählen. Deswegen, warum soll das Volk nicht befragt werden? Das kann man ja machen. Das kann man ja alles anständig öffentlich machen. Die können sich gewerben, die können einen Wahlkampf führen. Aber Moritz, sag uns doch mal drei Richter in den letzten 50 Jahren, die als Bestechung, als bestechlich, oder Staatsanwälte, die als bestechlich überführt worden sind. Gibt es denn da Fälle überhaupt? Ja, gut, ich weiß es nicht. Da gibt es ein ganz extrem klare Fall, Alex. Es gibt anrüchige Gerichtsurteile, auch was im Wirtschaftsverfahren... Ja, anrüchig ist... ...die das nahe liegen. Aber man kann es nicht beweisen, wenn da große Kräfte dahinter stehen, die das nicht wollen. Das ist halt die Problematik dabei. Ich kann nicht gegen die Justiz arbeiten, wo von oben vorgegeben wird, wie zu urteilen. Ja, aber gut, sag uns doch mal drei Beispiele, wo die Justiz von oben vorgegeben bekommen hat, wie zu urteilen ist. Weil ich kenne da jetzt gar keine. Es gibt die Fälle, es gibt jetzt die Fälle. Es gibt Fälle, wo unschuldige Leute im Knast saßen, die das beweisen konnten, dass sie unschuldig sind, aber trotzdem verknackt wurden. Weil halt gewisse Kräfte dahinter standen, wir haben keinen anderen, wir müssen einen in den Knast bringen und der soll im Knast sein. Wer konnte das... Es gibt genügend Beispiele, das wäre jetzt das, was... Ja, aber das sind doch alles sogenannte Einzelfälle gewesen, wie der Fall Mollat zum Beispiel oder sowas. Ja, aber jeder Flüchtlinge ist auch ein Einzelfall. Ja, aber es gibt andere Fälle. Es gibt andere Fälle. Es gibt die Fälle, wo der Staatsanwalt sagt, das gehört ja auch dazu, gar nicht erst das Verfahren aufgenommen hat. Das sind die Fälle, von denen wir eigentlich reden müssten. Das ist richtig, ja. Genau, das sind die schlimmen Fälle, weil unsere Staatsanwaltschaft ja eigentlich weisungsgebunden in das Justizministerium ging. Das sollten wir mal vielleicht abschaffen. Der Fabian ist aus der Leitung gefallen, ist aber jetzt wieder da. Richtig? Ja, ich bin wieder da. Okay, alles klar. Ich bin wiedergeboren sozusagen, gewählt vom Volk, bin ich wieder da. Gewählt von unserem Radiovolk, genau. Und wenn der Staatsanwalt sagt, er nimmt dein Verfahren nicht auf, wenn du sagst, du möchtest eine Verhandlung haben, wegen dem Dings, also willst du halt öffentlich eine Verhandlung haben, dann sagt der Staatsanwalt, nee, das interessiert niemand, das nehmen wir nicht auf und dann wirst du zur Abgeordnete. Aber solche Fälle, dass der Staat entscheidet, pass auf, wir tun dieses gar nicht zur Anklage bringen, sowas gibt es ja in den USA viel häufiger als bei uns. Das weiß ich nicht. Weil dann staatliches, da heißt es ja dann immer Sicherheit des Landes. Ja, aber das wäre eine Ausrede sogar. Nee, das gibt es gebrültig höherer Hürden. Wir haben teilweise nicht so viel Geld über, dass wir jeden Fall vor Gerücht bringen können. Nee, darf ich das vielleicht mal kurz erklären? Ja, aber ganz kurz bitte, Fabian, weil die Zeit davon läuft. Ja, das würde uns auch in Deutschland weiterhelfen. Also ich denke mal, in den USA sind viel härtere Verfahrensmethoden am Start, um überhaupt Verfahren zuzulassen. Weil da natürlich jeder auch jeden Scheiß anklagen darf. Ich erinnere mal an die Klage gegen McDonalds, weil das Salz irgendjemanden fettig oder herzkrank gemacht hat, der dann am Ende sogar gewonnen hat und 2, irgendwas Millionen bekommen hat. Das ist Zivilrecht und hat was mit Produkthaftung zu tun. Ja, ich meine nur, also die Zulassungsgeschichten in den USA sind eine andere als hier. Was uns aber auch... Wir waren aber bei Strafrecht. Richtig, genau. Aber was uns, wie gesagt, im Endeffekt auch einen Vorteil bringen würde, wenn man das Ganze, das will ich damit verdeutlichen, auch wieder auf diese Volksentscheidungsebene bringen könnte. Also dass nicht der Staatsanwalt entscheidet, von vornherein hier in Deutschland, wie es ja ist, und sagt, das ist nicht von Relevanz für das öffentliche... Der Staatsanwalt ist der vom Volk. Der Staatsanwalt vertritt das Volk. Ja, ja, ja. Ja, und noch mal ganz kurz ein anderes Beispiel. Wenn wir jetzt tatsächlich Geschworene hätten, ja, und wir müssen uns etwas, ich kann jetzt noch viel Zeit geben, Fabian, wir müssen... Nein, aber die Leute, unsere Hörer sind ja alles Steuerzahler, die müssen ja morgen alle arbeiten. Also, wir haben ja jetzt Dienstag. Wir haben ja noch Corona, ist alle am Haugen. Nein, unsere Steuerzahler, unsere Leute arbeiten natürlich trotzdem noch, um den Staat zu stärken. Aber ich will nur kurz sagen, wenn es jetzt bei uns so etwas gäbe, wie zum Beispiel jetzt Geschworene etc., dann würde ja gar kein Flüchtling mehr verurteilt werden, weil alle Geschworenen sagen, ach, der arme Kerl, Mensch, das ist dramatisiert. Das glaube ich eben nicht. Wenn da unser Hund jetzt sitzen würde, würde es heißen, wo schicken wir denn hin? Ja, wenn da natürlich ein Nazi dabei ist bei den Geschworenen, ja. Oder Katapult. Ich würde sagen, Katapult würde ich als Heimreihe. Aber dieser Nazi würde ja vorher bei den Auswahl der Geschworenen, so wie das in den USA üblich ist, vorher raussortiert werden. Raussortiert. Ja, genau. So ist es. Bei uns auch. Also machen wir uns jetzt keine Sorgen. Aber ich muss, der Moritz ist hier unser Chefmoderator, ich muss ihn mal fragen, wie viel er noch auf seinem Zettel stehen hat. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ah, da wollen wir schon durch. Dann kann der Fabian nochmal eine halbe Stunde reden, wenn er möchte. Nein, nein, nein. Ich bin nicht. Sven, es wurde gefordert im Chat, dass du die nächsten Sendungen moderieren sollst. Also ich finde das super. Die Sache ist ja die, dass manchmal die Thematik so umfangreich ist, dass man wirklich auch die Teilaspekte begreifen und erklären muss. Ja, wie soll man das denn kürzer verpassen, wenn zum Beispiel solche Situationen kommen? Ja, versuchen. Ja, gut. Okay, dann stelle ich dich mal als meinen Lektor ein. Oder du darfst mich genau unterbrechen und darfst mir die Kurzfassung geben. Nee, aber komm, wenn man dich reden lässt, dann ist das auch vorbei. Ich habe es versucht zwischendurch. Ach ja, dann warst du gemutet, weil ich bin eigentlich jemand, der dann schon reagiert, wenn mir jemand vorstellt. Naja, gut, wir sind jetzt relativ viele in der Leitung und alle wollen was sagen. Also die meisten. Das ist halt aber so. Der Tim zum Beispiel hält sich sehr, dafür, dass er eine Waffe hat, hält er sich sehr elegant zurück. Ja, gut, weil der Tim zieht seine Waffe ja erst nach der Sendung. Ja, aber das ist ja genau das Coole, weißt du. Ich denke mal, die Leute, die mit einer Waffe, die sind auch die entspanntesten. Der Tim, der hat wahrscheinlich jetzt in der Hand seine Waffe, sitzt auf dem Stuhl und streichelt die ganze Zeit und sagt nach, erschieß ich euch alle. Der zerlegt die, der zerlegt die und baut die hier zusammen und baut die zusammen. Der hat nicht die Waffe da. Ja, deine drücke ich Fantasie, Sven, jetzt um knapp bei ein Uhr, ne? Ja, ist so. Für Dienstagabend ist das schon lang eigentlich so, oder? Ja, ja, gut, das war ja jetzt auch, das ist ja auch ein Thema jetzt, wo wir gesprochen haben, wo man unfassbar viel reden kann. Allein über die NATO haben wir ja schon ewig gelabert. Und wenn ich dann ab und zu mal gebremst hätte, oder der Moritz, dann wären wir jetzt noch bei der NATO wahrscheinlich. Ja, du kannst ehrlich, ich bin erst bei der NATO eingestiegen. Und das ist auch ein ziemlich weites Feld, weil du musstest ja wirklich berücksichtigen, warum gibt es das, warum gab es das und warum wird es das auch noch länger. Warum bist du denn erst bei der NATO eingestiegen? Warst du vorher noch beim Karsten Jahn oder warst du noch so lange arbeiten müssen? Ne, ich habe den DC im Keller ausgepeitscht. Ah ja, okay. Ne, ich hatte noch ein Privatleben. Ich hatte noch ein Privatleben, auch trotz dem großen C hat man ja dann doch noch irgendwas anderes zu tun. Und ich finde es auch wirklich begrüßenswert, dass dieses große C heute Abend gar kein Thema war. Also ich war jetzt auch längere Zeit mal im Ausland und war so erfrischt, dass das wirklich da auch kein Thema ist. Ja, bitte jetzt nicht zum Thema machen. Ich habe nämlich auch immer gesagt, dieses böse Wort ist jetzt in vier Stunden kein einziges Mal gefallen. Mir ist es nicht aufgefallen. Ich wollte es als Stärkung vielleicht mal in die Wunde geben. dass man, wenn man kann, sich auch mal so dieser Situation hier entziehen sollte, um mal auch eine Zeit zu erleben, wo das überhaupt gar keine Rolle spielt. Also es gibt tatsächlich, man glaubt es kaum, Länder und Regionen, wo es keine Rolle spielt. Und das ist sehr befreiend für die Seele. Und es war ein bisschen, ich nehme es inzwischen nur noch mit Belustigung, wenn ich hierher komme und sage, ach so, ach ja, stimmt ja. Wo warst du denn? Ja, aber er war in China, wo schon zu viel geimpft worden ist. Ne, dann lass mal. Das ist eh nichts mehr. Ich war in Asien, das ist richtig, aber ich sage jetzt lieber nicht genau, wo, weil, ja. Okay, eine Frage hätte ich noch zur Justiz. Ja? Wie steht jetzt zum Thema Todesstrafe? Wiedereinführung für extreme Fälle oder lassen es weg? Keine Todesstrafe. Also ein Mensch hat kein Recht über das Leben von einem anderen Menschen zu urteilen. Aber der Staat schon. Ja, aber lebenslang heißt halt bei mir auch lebenslang. Also nicht, dass man nach 15 Jahren dann rauskommt oder so. Und lebenslang und sowas. Wenn ich noch, wenn ich noch was habe. Ne, also ich meine, wenn er jetzt sagt Todesstrafe. Also Todesstrafe ja oder nein. Also Todesstrafe nein. Aber unsere Gefängnisse und Gesetze müssen härter werden, was bestimmte Strafmaße angeht. Also eventuell auch auspeitschen. Oh ja. Weiß nicht, also keine körperliche Schaden. Lass wir die anderen, dass wir wegen vorwärts kommen, auch beantworten. Fabian, kurz eine Antwort von dir. Also ganz kurz in einem Satz zusammengefasst. Wenn es einen gewissen Grad an zwischenmenschlichen Taten, Gewalt und sonstigen überschreitet, bin ich dafür, dass derjenige dadurch sein Leben verwirkt hat. Bei Merkel zum Beispiel könnte man da sagen, Todesstrafe ja, weil sie Deutschland so geschadet hat? Ich denke mal, bei Merkel ist der Fall, dass das erst nochmal psychologisch genau begutachtet werden müsste. Du meinst, die Frau ist psychisch krank, also die wird freigesprochen. Ich rechne mit uns. Also da spielen andere Faktoren eine Rolle, die wir zu weit von gehen. Wenn bei den Geschworenen nur Linksgrüne sitzen, dann ja. Guido, was sagst du zum Thema Todesstrafe? Ja, ich denke mir, die Erfahrungen aus anderen Ländern, wo es die Todesstrafe gibt, zeigt eigentlich, dass sie nicht besonders abschreckend wirkt. Naja, aber bei den Muslimen, die zu uns kommen, den Kriminellen oder den Muslimen, also nicht alle, ich muss mal sagen, nicht alle sind gemeint, nicht alle, 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 sondern nur die wenigen Kriminellen, da scheint es ja schon abschreckend zu sein. Ich meine, dort wird weniger geklaut. Und Vergewaltigungen weiß ich nicht genau, aber die ist ja, glaube ich, da unten nicht strafbar. Hier sehe ich eher die Lösung in der konsequenten Anwendung der bestehenden Gesetze. Die reichen aus. Vor allen Dingen muss es aufhören, den Täter zum Opfer zu stilisieren. Und er hat seine Menschenrechte eigentlich verwirrt und soll lebenslang bis zum Nimmerleinstag hinter Gitter schworen. Okay. Moritz, du wolltest was dazwischen noch bringen? Ja, da würde ich noch ganz gerne einwerfen. Ich bin Befürworter der Todesstrafe. Und sehe die Todesstrafe nicht als Bestrafung für den Täter oder als Abschreckung, sondern als Sühne für die Opfer und für die Angehörigen der Opfer. Das ist eine Sühne, die der Staat leisten kann. Aber wenn ich einen Gewaltverbrecher habe, der durch die Stadt läuft und wahllos Kinder und Frauen schächtet auf offener Straße und der dann für seine restliche Lebenszeit 30 Jahre hinter Gittern sitzt mit seinem kleinen Fernseherchen und sein schönes Leben macht, dann ist das nicht in Ordnung. Und wenn er sich gut fühlt im Knast, kann er ein sehr lockeres Leben haben da. Okay, das stimmt. Und ich finde das als Sühne wichtig für die Angehörigen. Das verwundert mich jetzt ein bisschen, weil ich ehrlich gesagt den Eindruck hatte, dass du sehr auf Effizienz bedacht bist. Ja, aber Fabian, wir müssen uns beeilen. Ja, Moment, eine Frage vielleicht. Ich hatte eher gedacht, dass deine Motivation wäre, dass man da einen Schadkörper aus der Gesellschaft entfernt, also um Kosten zu sparen. Ja, da kommt das. Das sind 90 Euro am Tag, der Schwerverbrecher. Genau, das wäre jetzt mein Argument gewesen, nachdem wir vorhin gehört haben, was so ein Knastplatz kostet in 15 Jahren. Da ist so eine Tourispritze wesentlich günstiger und würde dann auch von meiner Seite eher bevorzugt werden. Aber fragen wir unseren Gewalttäter darunter, den Tim, den Jäger. Du bist ja sowieso tötungsaffin. Entschuldigung, mach ich das jetzt mal so. Das muss ich jetzt auch sagen. Tim, was würdest du sagen? Todesstrafe ja, nein? Tiftspritze oder doch lieber mit der zweiläufigen Erschießen? Also ich bin gegen die Todesstrafe, allerdings für die vollkommene Ausnutzung aller rechtlichen Möglichkeiten. Zum Beispiel die Scharia. Was für ein Brot. Die Scharia gehört ja bald zu Deutschland, spätestens wenn die Grünen regieren. Also keine tote Strafe beim Tim. Aber Sven, du bist jetzt auch Law and Order, du sagst auch ein Knallhart, ne? Ja, stimmt. Nee, nee, definitiv keine Todesstrafe. Es steht uns nicht zu in Ärgern. Es steht keinem Menschen, niemandem ärgert, keinem Staat nicht zu, Menschen zu töten. Mit dem Auspeitschen, ja. Domina, alles okay. Auspeitschen, ja. Ich melde dich freiwillig. Ah, jetzt hat es sexuell. So, Tim, bitte nochmal. Tim, bitte. Tim? Entschuldigung, ich wollte es nur noch kurz anhängen. Ich habe natürlich kein Problem damit, jemanden zu töten, der mich töten möchte. Das ist Notwehr. Ah, das ist etwas anderes. Ja, ja, ja. Also nach der Sendung, wie gesagt, Sven und Sandra werden sich dann noch am Telefon auspeitschen gegenseitig. Der ist doch kein Mörder, der ist doch kein islamistischer Köpfer oder sowas. Nö, das macht er ja nur, um dir sexuelle Lust zu bereiten. Nein, nein, nein. Das wird mir aber auch keine sexuelle Lust bereiten. Aber da hatte ich mich jetzt noch nicht bis jetzt der Richtige ausgepeitscht. Wenn ich dich auspeitschen würde... Nicht mich auspeitschen, ich würde den auspeiten. So ein verrückter Schlechter würde ich auspeiten. Ich bin ein ganz profiler Auspeitscher, glaub mir das. Ja, ich auch. Wenn es der Richtige verdient hat. Immer die Frage des Werkzeugs, ne? Richtig, richtig. Und da wären wir schon wieder bei der Bewaffnung. Aber ich kann nicht glauben, dass der Tim nicht in der Politik tätig ist, weil das war natürlich ein geiles Zitat eben. Also ich habe kein Problem, damit jemanden umzubringen. Es gibt ja auch Kannibalen, gell? Also von dem ja. Warte, ich muss kurz in die Runde werfen. Genau, weil der Guido ja vorher gesagt hat, er würde den Einbrecher erschießen und dann halt im Garten notfalls verscharren. Da gibt es bei dir ja eine bessere Möglichkeit mit deinem Lokal. Du kannst das ja auch an die Gäste verfüttern. Das wollte ich auch noch so fragen. Warum verschwendet er das denn? Genau, richtig. Er ist verwurstet. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr seid alle gegen Todesstrafe. Wer von euch hat alles Kinder? Ja, ich bin voll. Ja, also als Hieftkind, oder wie sagt man das so? Ja, Kinder, ja. Ja, aber welcher Mörder, welcher Mörder, Vergewaltiger, Kinderschänder, Messerstecher, hat eventuell auch Kinder? Ja, ist doch egal, ob der Hieftkinder hat, aber das ist immer noch ein Mörder. Also wenn jemand dein Kind tötet, auf specialische Weise, und es steht hieb- und stichfest fest, wer das war und er ist so bekannt, dann würdest du trotzdem noch sagen, alles klar, wir tätscheln ihn noch ein bisschen 30 Jahre lang zusammen, bis er selber den Teufel abnimmt. Sondern, dann bist du auf einmal doch für die Todesstrafe. Nein, ich sage mir eine Todesstrafe, aber ich sage mir auch nicht so, wie unsere komische, mit Fernseh und Dusche und ein paar Kickerschwirren oder sowas. Nein, ganz normal, so wie früher, was weiß ich, wie im Mittelalter, von diesem Verlies, bei Wasser und Brot, ab und zu ein bisschen Obst, dass sie ja Vitamine, dass sie einfach hinvegetieren, bis sie verrecken. Und nicht, aber nicht umbringen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Entschuldigung, dass ich das so sage. Was seid ihr für fragtätige Menschen? Kein Mensch darf über ein anderes Leben urteilen. Entschuldigung, da komme ich mir ja gerade noch sogar human vor, als Befürwanderer der Todesstrafe. Wenn du sagst, bei Wasser und Brot hast du mal gesehen, wie die sterben, wenn die eine Giftspritze kriegen? Hast du das gesehen? Ja, aber Entschuldigung, wenn ich jetzt, wenn du jetzt sagst, ich soll dann dahinvegetieren, bis einen Rest meines Hirn waschen. Ja, genau. Toll. Ich knasche halt. Nee, super. So, wenn man sich einen Marsch vorstellt. Genau, super. Nicht so wie in Deutschland im Super-Luxus-Dingsbums. Habt ihr schon mal was für uns auf Polibum gehört? Moment mal, also mal ganz im Ernst. Wie bitte? Wenn du diese Supermax-Gefängnisse siehst, also in den USA, wo die Leute, wo die allein schon psychisch verrückt werden, wenn sie 23 Tage, äh, Quatsch, 23 Stunden am Tag mit ihren voll ausgekleideten Metall-Psychozellen da sitzen und dann einmal irgendwie ohne jemanden zu sehen... Was haben die gemacht? Ja, du... Du kannst die Amerikaner mit uns vergleichen, weil die werden ganz komische Strafe verurteilt. Nein, aber da bin ich doch humaner, da bin ich humaner, wenn ich jemand, und das verstehe mich da nicht falsch, ich sage, derjenige muss wirklich sich so an jemandem oder an der Gesellschaft vergangen haben, dass er eben aus der Gesellschaft entfernt werden muss. Und da muss auch vorher ausgeschlossen werden, dass er eben nicht äh, psychisch irgendwie beeinträchtigt wird oder dass er eben nicht ja, da gibt ja diese schönen Schuldempfindung. Wir haben doch alle was an der Klatsche. Nein, nein, Moment mal. Dann wird er eben nehmen, nee, es gibt auch wirklich krasse Leute, die das wirklich aus allen Gründen machen. Zur Versöhnung, pass auf, zur Versöhnung. Aber nee, warte noch, ich will das noch kurz abschließen. Aber du kannst solche Leute dann ja auch gerne irgendwie lebenslang in der Psychiatrie unterziehen. Das ist gar keine Frage. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine viel bessere Idee. Aber bevor jemand lebenslang in so einer Isolationsscheiße sitzt und dann nach drei Jahren verrückt wird und die Wände vollstanden ist, da sage ich, ist es humaner, um wirklich aus der Gesellschaft zu entfernen. Okay, pass auf, wir müssen zum Ende kommen. Ich habe aber noch eine bessere Idee, Strafe, die anderen sind für die tote Strafe. Der Fabian sagt, nee, das ist zu gewalttätig oder die kommen dann in die frische Luft oder werden verrückt. Die beste Lösung zeigt uns doch dann wie das China oder Nordkorea. Einfach Arbeitslager, ja, da haben die Leute was zu tun, die können sich auspowern, sie können etwas in die Gesellschaft zurückgehen, sind an der frischen Luft, also wäre dann vielleicht einfach für diese schlimmen Täter auch das Arbeitslager, wieder die Möglichkeit, auch sich körperlich zu ertüchtigen bis zur Freilassung. Ja, aber wo bleibt dann immer noch die Sühne für die Angehörigen der Opfer? Ja, da müssen halt die Opfer, Angehörige vielleicht auch ein bisschen missprechen. Naja, Moment, das ist eine gute Idee, die der Moritz bringt, wenn jetzt der Straftäter zum Beispiel was Steine klopft oder weiß der Geier was. Der kann auch ein Haus bauen. Der kann auch ein Haus bauen, der kann in seinen, verlasse ich was, 20 Jahren Haft kann der von mir aus an 100 Häusern mitgebaut haben und den Lohn, den der normalerweise dafür bekommen würde, kriegen die Opfer als Entschädigung. Moritz, das ist doch total verlockt. Du würdest den Eber lobotomieren und dann als Sklaven verkaufen. zum Beispiel an die Familien der Opfer oder halt in Zwangsarbeit. Ja, ich glaube, so langsam kommen wir deiner Grundgedanken auf, wie war das mit deinem Militär? So langsam kommen wir dir auf den Grund. Ja, das ist schon... Naja, gut, also ich darf nicht vergessen, ein Täter sitzt jetzt vielleicht 15 Jahre im Knast und hat aber keinen Cent Entschädigung für irgendwelche Schaden geleistet. Ja, zum Beispiel auch ein Dieb, der Millionen vielleicht gestohlen hat, kommt aus dem Knast raus und muss dann anfangen, die Schulden abzubezahlen beim Opfer. Warum soll er nicht schon während seiner Tätigkeit im Knast richtig kräftig arbeiten, das hält ihn frisch und fit für die Entlassung und kann dabei schon anfangen, den Schaden wieder gut zu machen? Du Alex, da hast du ja in gewisser Weise so recht, weil in den USA ist das ja so, da kriegen wir ja kein Gehalt, wie wir hier in Deutschland, da müssen die ja wirklich arbeiten für ihren eigenen Lebensunterhalt, also im Knast, also alles. Und wenn sie wirklich Schulden haben, die aufgrund des Verfahrens aufgelaufen sind, müssen sie auch daraus beglichen werden. Und das wäre zum Beispiel auch eines der allerersten Punkte, die ich auch hier einführen würde, wo ich sagen würde, diese ganze Scheiße, dass man da Geld verdienen darf oder was auch immer, wenn man Verbindlichkeiten hat, wie du sagst, das ist jetzt Schmerzensgeld oder nennen wir das mal Sühne, dann muss das natürlich auch vorrangig daraus bedient werden. Und wie gesagt, oder wie gesagt, auch wie in China durch Organspende. Ich möchte auch noch mal kurz was einbringen. Es ist zwar alles nett, was ihr sagt, aber habt ihr auch mal überlegt, dass es ein bisschen, Sühne hört sich toll an, aber im Endeffekt, dass man auch ein bisschen Vergebung gibt, all diese christlichen Sachen, die wir ja auch haben. Ich meine, wenn einer mit 20 jemanden umgebracht hat und dann mit 50 kann er das noch bereuen. Ich meine, ich finde das alles ein bisschen hart, was er sagt. Grundsätzlich, ja, klar, hört sich mal nett an. Oh, der Sven macht jetzt noch mal kurz auf Schluss. das ist so. Welche, Moment, Sven, Sven, nee, Sven, pass mal auf. Sven, welche christliche Vergebung in einem bald muslimischen Land? Ja, ich meine, darfst du vergessen, viele Verschwörungstheoretiker haben es nicht erkannt, aber aufgrund der Krise, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, wird ja jetzt sogar Weihnachten abgesagt, was natürlich zur großen Das darfst du nicht einbringen, das ist heute verboten. Es gehört ja auch zur großen NWO-Agenta, Weihnachten abzuschaffen für die Islamisierung. Das ist eine Verschwörungstheorie. Das gehört, das ist Part der Islamisierung der Bundesregierung. Ja, aber ich möchte zum Ende kommen. Deshalb die Frage in die Runde erstmal, wie die Sendung so gewesen ist. Sven, du darfst anfangen, du bist am längsten dabei. Hallo? Ja. Ja, ich wollte es mal beweisen, man kann über zwei Stunden in der Leitung sein. Ja, 250 Minuten bist du in der Leitung. Hammer. Hammer, wirklich durchgehalten. Respekt, Mensch. Ja, ich bin stolz. Ja, nur wenige Minuten länger ist der Moritz dabei, aber zu dem komme ich am Schluss. Wer möchte noch was sagen zu der heutigen Sendung? Ja, gerne. Hallo. Guido, zuerst. Also ich möchte mich bei der Runde bedanken. Die Sendung war sehr interessant. Sie war auch im Gegensatz zu manchen Freitagsgesprächen sehr kultiviert und diszipliniert und dafür ein großes Dankeschön. Jawohl. Sander, du wolltest, glaube ich, was sagen? Ja, genau. Ich habe euch ursprünglich nur angerufen wegen dem hießen, der nochmal Lachwürfel und er immer gesagt hat, der kommt nicht durch und ich bin aber froh, wenn Leute durchkommen und wir uns angerufen haben, weil ich es immer interessant finde, wenn neue Leute anrufen und es war eine interessante Sendung heute auf alle Fälle und zum Co-Moderator ist gar nicht so schlecht. Jawohl. Ein Wort zum Sonntag. Tim, Fabian, wollt ihr auch noch was sagen? Ja, danke für die gute Sendung. Es war interessant wegen der vielen verschiedenen Meinungen, denke ich, oder ich hoffe, dass es auch für die Hörer interessant war vielleicht. Ich selbst habe jetzt meine Meinung deswegen nicht geändert, aber vielleicht doch noch so ein, zwei Ideen dazu bekommen. Also, danke schön. Fabian, auch du noch was? Ja, ich muss auch sagen, das war mal wieder seit, war ja doch länger jetzt nicht da. Interessant. Das zweite Mal habe ich jetzt mal wieder zugehört, war wirklich interessant, war ein schöner und angenehmer Austausch und auch ein Dank an die Runde und Dank für das Verständnis unter Zurückhaltung, wenn ich dann doch mal etwas mehr Raum nehme. Jawohl. Gut, alles klar. Moritz, möchtest du was dazu sagen, jetzt abschließend zur Sendung? abschließend zur Sendung möchte ich sagen, ich möchte mich ja auch bei euch bedanken und war eine tolle Sendung gewesen, hat Spaß gemacht und ja, also ich finde es super, so wie es gelaufen ist. Okay, gut, dann verabschiede ich die Gäste schon mal. Moritz, du bleibst noch kurz bitte in der Leitung, ja? Also, Sandra, Fabian, Guido, Tim und Sven, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, bis bald mal wieder. Tschau, schöne Woche. Tschau. Tschau. Ja, und Moritz, haben wir doch jetzt ganz gut über die Bühne bekommen, auch tontechnisch war jetzt alles okay bei dir. Ja. Hat also alles wunderbar funktioniert. Ja, ich bin zwar zweimal oder dreimal rausgeflogen, aber alles in Ordnung. Ja, wenn du noch mal ein Thema findest, können wir das ja gerne wiederholen. Sind wir noch auf Sendung gerade? Wir sind noch auf Sendung. Alles gut. Ja, Deutschland hört uns noch. Der Deutsche. Deutschland hört uns wunderbar. 80 Millionen sind jetzt am Zittern vor ihren Empfängern. Ja, genau. Volksempfängern. Ja. Ja. Ja, also lief super, ja. Und wenn du wieder mal Themen hast, können wir das ja gerne wiederholen. Oder falls jemand anderes sagt, Mensch, ja klar, möchte ich auch mal hier Chefmoderator sein, dann ja. Man müsste sich vielleicht ein bisschen mehr durchsetzen können. Der Sven und der, wer war es nochmal? Der Fabian. Aber das ist, man muss auch so eine Runde laufen lassen. Das ist immer so ganz, ganz schwierig. Also es hat, ein Hörer hat mal geschrieben vor ein paar Tagen eine Kritik, dass ich mehr einschreiten müsste, wenn durcheinander gesprochen wird und so weiter und so fort. Aber zu viel einschreiten, das fand ich mir auch schlecht, ja. Und es, aber es lief heute jetzt doch sehr gesittet. Bei manchen Themen hat man sich doch ein bisschen ins Wort gefallen, aber war jetzt doch erstaunlich. Und wahrscheinlich könnte die Sendung noch drei Stunden laufen. Ja, teilweise habe ich mir ein bisschen auf die Zunge gebissen, weil ich hätte da gerne mehr angebracht. Aber es lief auch gerade. Das war gerade das Gespräch da so schön am Laufen. Dann ist es auch blöd, dann da reinzubrechen und das dann wieder ein bisschen auseinander zu treiben. Also das muss ich vielleicht noch lernen, wenn ich das nochmal nächstes Mal machen möchte. Themen hätte ich genug. Daran mangelt es nicht. und Ideen. Aber naja, gut. Du bist der Alex, du bist natürlich der Gott hier im Radio. Selbstverständlich. Und du kannst das immer noch alles schön aufspalten und dann nochmal ein bisschen auflockern. Die Macht habe ich nicht. Und ja. Ja. Ich sehe halt auch, wer spricht hier auf meinem Bildschirm und kann dann mal sehen, dass der eine vielleicht jetzt gerade angesetzt hat, was zu sagen. Deshalb habe ich mir ein bisschen eingemischt und gesagt, Mensch, willst du jetzt auch nochmal deine Sache wiederholen? Das sieht natürlich der Moritz nicht oder kann es auch vielleicht hörtechnisch schlecht auseinanderhalten. Und das ist natürlich dann der Unterschied. Aber wir haben es gut geschafft, Moritz. Es lief jetzt auch länger und besser als gedacht. Hat sich auch eine tolle Diskussion entwickelt. Und durch sind wir wahrscheinlich thematisch noch lange nicht. Aber... Ich habe meinen neuen Dienstagsrekord aufgestellt. Ich denke, ja. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob es ein neuer Rekord ist. Aber es lief gut, finde ich. Fand ich auch. Jawohl. War schön gesittet, wunderbar. Alles klar. Ja, Moritz, dann danke ich dir, dass du das mehr oder weniger so initiiert hast. Wenn wieder Themen sind, gerne. Und wenn jemand anderes sagt, da möchte ich auch mal quatschen und hier den Chef raushängen lassen, dann natürlich könnt ihr euch gerne melden bei uns per E-Mail über unsere Homepage. Und ja, Moritz, dann vielen herzlichen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast und dich dabei vorbereitet hast und dir die Themen überlegt hast. Und ich sage danke sehr und wünsche dir eine gute Nacht. Dankeschön, Alex. Danke. Wir sehen uns wieder. Tschüss. Tschüss. Tschau. Und dann sind wir auch schon am Ende. Mensch, 1.16 Uhr ist es gleich hier auf der Studio-Uhr. Und ja, also ich fand es auch ganz gut, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr sagt, Mensch, hier würde ich auch mal machen oder ich habe Themen oder immerhin haben wir das böse Wort mit dem Buchstaben C in der Sendung jetzt überhaupt nicht erwähnt, was ja auch schon sensationell ist, ja, in diesen etwas über vier Stunden, dann meldet euch natürlich gerne. Und momentan kann man ja nur froh sein, wenn man mal andere Themen hat, außer diesen aktuellen Pandemie-Problem. Und naja, also mir hat es auch Spaß gemacht. Ich fand es toll. Schön, dass ihr dabei wart. Und an die, die mitdiskutiert haben, natürlich auch vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne restliche Woche. Und wir hören uns wieder am Freitag um 21 Uhr. Und auch da ist es dann eine etwas besondere Sendung, zumindest vom Namen her. Da feiern wir unseren Black Friday Talk. Ihr seid eingeladen, ab 21 Uhr dabei zu sein. Ich hoffe, ihr traut euch und ruft vielleicht auch mal an. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Also, macht's gut. Bis Freitag. 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 Untertitelung des ZDF, 2020